Ich gehorchte und raste so schnell ich konnte aus ihrer Auffahrt, wobei ich Steinchen und Schmutz aufwühlte. Wegen Fans wie ihr, sinnierte ich, verstecken sich die meisten Autoren lieber in ihrem Keller. Seth ließ seinen Kopf an die Rückenlehne sinken. Tu mir sowas nie wieder an, nie wieder. Ich war doch gar nicht so weit weg, ich hätte dich schon schreien hören. Nicht, wenn sie Äther benutzt hätte. Himmel, Georgina, sie hatte mir ihre Hand aufs Wein gelegt. Für dich immer noch Ginger. Bitte sag mir, dass es die ganze Sache wert war und du etwas erreicht hast. Ich weiß, dass du nicht im Badezimmer warst. Nein, ich war in ihrer Werkstatt eingebrochen und habe ihre Akten durchwühlt. Er ätzte. Hausfriedensbruch. Hey, ich bin eine Kreatur der Hölle und theoretisch hat sie uns hereingelassen. Und was hast du entdeckt? Ich behielt die Augen auf der Straße und griff in meine Handtasche und kramte herum, bis ich das Bild fand. Ich gab es ihm. Und das ist es? fragte er. Ich bin mir nicht sicher. Es kommt der Beschreibung nah, aber ich weiß nicht genug darüber, um es eindeutig sagen zu können. Seth studierte es und steckte es dann zurück in meine Tasche. Wir fuhren einige Minuten schweigend weiter, bis ich schließlich fragte. Ich war nie ein so fürchterlicher Fan oder so überdreht. Oh Gott, nein, sagte er. Absolut nicht. Du warst charmant und hübsch. Und er unterbrach sich abrupt, doch seine Worte hingen zwischen uns. Du warst nicht so, nicht mal annähernd, brachte er schließlich hervor. Seine Stimme klang belegt, als ob ihn etwas beschäftigte, aber sie verriet nicht was. Ich hatte meine Frage leicht hingestellt und damit eigentlich nur unser Gespräch wieder in Gang bringen wollen. Doch wie es zur Zeit mit allem passierte, waren meine Worte viel bedeutungsschwerer gewesen, als ich es beabsichtigt hatte. Eine Erinnerung blitzte auf an die Zeit, als Seth und ich uns kennenlernten und ich nicht einmal wusste, wer er eigentlich war. Ich hatte von meinen Gefühlen für meinen Lieblingsschriftsteller geplappert, ohne zu ahnen, dass ich mit ihm persönlich sprach. Im Gegensatz zu Mary hatte ich ihm nicht im Internet nachspioniert und nicht gewusst, wie er aussah. Seth räusperte sich. Also, was willst du jetzt mit dem Foto anfangen? Ich stieg auf seinen Themenwechsel ein. Ich muss jemanden finden, der es identifizieren kann, vermute ich mal. Eric vielleicht, oder Dante? Wieder verfielen wir in Schweigen und die Beklemmung wurde stärker. Dante. Schon wieder wogen harmlos gemeinte Worte schwer. Ich erwartete, dass Seth wieder das Thema wechseln würde. Doch stattdessen ließ er sich darauf ein. Es ist seltsam, dich mit Dante zu sehen. Meinst du nicht, er ist es grundsätzlich seltsam, mich mit jemand anderem zu sehen? Naja, auch wenn ich meinen Blick auf die Straße heftete, so wusste ich doch, dass er jetzt diesen nachdenklichen, abwesenden Ausdruck hatte. Der bedeutete, dass er überlegte, wie er seine nächsten Worte formulieren sollte. Ich hatte diesen Blick geliebt. Jetzt versetzte er mich in höchste Alarmbereitschaft. Ja, bis zu einem gewissen Maß natürlich, gestand er schließlich ein. Es wird immer seltsam sein, aber jedes Mal, wenn ich mich mit ihm unterhalte, dann denke ich, wenn du jetzt sagst, dass ich es besser hätte treffen können, dann fahre ich auf der Stelle rechts ran. Nein, ich wollte nur sagen, dass er nicht dein Typ zu sein scheint. Aber das ist doch beinahe das Gleiche, stell dich klar. Du hörst dich genau an wie you und die anderen. Ich habe es langsam satt. Sei ehrlich, es ist doch ganz egal, mit wem ich mich treffe. Du wirst nie zufrieden sein. Das ist nicht wahr, sagte es Seth. Es ist nur so, wenn du mit ihm zusammen bist, dann wirst du finsterer, zynischer. Du bist nicht so, wie du früher warst. Das hört sich dumm an, wenn man bedenkt, was du eigentlich bist. Aber du bist, naja, du bist eine gute Macht in dieser Welt. Oh, jetzt mach aber mal halblang, sagte ich. Nein, ich meine es so. Vielleicht bist du eine Kreatur der Hölle, aber man fühlt sich in deiner Nähe wohl. Du hast diese Art zu sprechen oder zu lächeln, die keinen kalt lässt. Du bist nett, du hast ein gutes Herz, du sorgst dich um andere. Er seufzte. Aber wenn Dante bei dir ist, dann ist es so, als würde all die Helligkeit, die du sonst ausstrahlst, fortgesaugt werden. Dieses Licht wurde schon vor langer Zeit fortgesaugt, sagte ich bitter, lange bevor er kam. Nein, das wurde es nicht. Es ist da, und wenn du dich auf jemanden einlässt, dann sollte es jemanden sein, der es wahrnehmen kann. Jemand, der dich deswegen liebt und dich dabei unterstützen will, es zum Vorschein zu bringen. Ja, ich hatte einmal so jemanden, dachte ich. Dich. Dante und ich ergänzen uns prächtig, egal was ihr darüber denkt. Er versteht mich. Nein, sagte Seth tonlos. Er sprach leise, aber ich hörte die Wut in seiner Stimme. Das tut er nicht. Welche anderen Möglichkeiten habe ich denn? Du bringst mich in eine unmögliche Situation. Du weißt genau, dass ich mit niemandem zusammen sein kann, der gut ist. Ich kann nicht riskieren, so jemanden zu schaden, aber ich will auch nicht allein sein. Das ist meine einzige Option. Nein, das kann es nicht sein. Bevor wir zusammen waren, war es auch nicht so. Du hast nicht die ganze Zeit gesoffen oder mit anonymen Kerlen Sex im Badezimmern gehabt. Und da tat ich es, genau wie ein Vater auf einem Familienausflug. Ich zog das Auto hinüber an den Fahrbahnrand und hielt an. Wir waren auf einer langgezogenen ländlichen Straße unterwegs und es herrschte nicht viel Verkehr. Seth starrte mich ungläubig an. Was tust du da? Uns vor einem Unfall bewahren, kreute ich und drehte mich ihm zu, um ihn direkt in die Augen sehen zu können. Und du kannst von Glück reden, wenn ich dich nicht gleich vor die Tür setze und dich den Rest der Strecke zu Fuß gehen lasse. Also, du wolltest wissen, warum ich bis zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennenlernten, nicht mit Verlierertypen zusammen war? Weil ich mit niemandem zusammen war. Ich habe mir meine Keks geholt und bin allein nach Hause gegangen. Warum ist es so falsch von mir, jetzt mit jemandem zusammen sein zu wollen? Es sollte keinen Unterschied machen, ob du mit jemandem zusammen bist oder nicht. Du solltest dich einfach so nicht benehmen. Du sagst mir, was ich zu tun und zu lassen habe? Das geht nur mich etwas an. Du hast überhaupt kein Recht, schrie ich ihn an. Freunde haben sehr wohl das Recht, ihren Freunden zu sagen, dass sie sich auf einem falschen Weg befinden, schnappte er zurück. Schwachsinn! Ich habe noch nie erlebt, dass du dich in andere Leute Leben eingemischt hast, ganz egal, welchen Mist sie gebaut haben. Ich bin scheinbar die Einzige, mit der du dich anlegen willst. Warum interessierst du dich so sehr dafür, was ich tue? Seth und ich hatten während unserer Beziehung nur selten unsere Stimmen erhoben. Und so wie gerade war es noch nie gewesen. Es war ein Wunder, dass die Fenster nicht zerbrachen. Weil du mir wichtig bist. Das habe ich dir bei der Party schon gesagt. Sich von jemandem zu trennen, bedeutet nicht, dass einem derjenige nichts mehr bedeutet. Ja, aber es bedeutet, dass du denjenigen loslassen musst. Ich war so außer mir, dass ich den Tränen nahe war. Du kannst nicht beides haben. Du kannst mich nicht abschieben und gleichzeitig versuchen, mich zurückzuholen. Ich wollte dich nie abschieben. Ich starrte ihn für einige lange Augenblicke an und fühlte die verräterischen Tränen höher und höher steigen. Warum hast du es dann getan? Nach all dem Schreien war seine Stimme nun kaum ein Flüstern. Weil ich dich retten wollte. Das kannst du nicht, murmelte ich und strengte mich an, die Tränen zurückzudrängen. Du kannst mich nicht länger retten. Du kannst es nicht weiter versuchen. Es ist zu spät. Nein, sagte er. All seine Gefühle zeichneten sich in seinen Augen ab und es riss mich schier in Stücke. Nicht für dich. Niemals. Ich weiß nicht genau, wie es passierte, aber plötzlich küssten wir uns. Seine Lippen waren so, wie ich sie in Erinnerung hatte. Weich und kraftvoll und wunderbar. Es war weder ein keuscher Kuss noch ein, wir reißen uns die Kleider vom Leibkuss. Wir küssten uns hungrig und verzweifelt, als hätten wir uns durch die Wüste gekämpft und in diesem Augenblick das Wasser gefunden, das wir so dringend zum Überleben gebraucht hatten. Das Schönste daran war, dass es nur ein Kuss war. Es gab keine Lebensenergie und keine Sukubus-Kräfte, die dazwischen funkten. Es gab keinen Grund zurückzuschrecken, aus Angst vor dem, was passieren könnte. Wir konnten uns aufeinander einlassen, ohne zurückweichen zu müssen. Außer, dass wir es natürlich taten. Wir rissen uns voneinander los und mir war bewusst, dass ein schockierter Gesichtsausdruck den meinen widerspiegelte. Was hatten wir da getan? Hatten wir es wirklich getan? Es war ein Kuss, ein richtiger Kuss. Ein Kuss, wie wir ihn uns immer ersehnt hatten. Ein Kuss, wie wir ihn niemals hätten haben sollen. Ich drehte mich brusk weg und stierte auf die vor uns liegende Straße. Ich war erstarrt und wie betäubt und doch fühlte ich mich lebendig und von Wärme erfüllt. Unendliche Möglichkeiten hatten in diesem Kuss gelegen, aber ich wusste nicht, wie ich darauf reagieren, was ich jetzt tun sollte. Also tat ich das Dümmste, das überhaupt möglich war. Ich ließ den Wagen an. Wir sollten sehen, dass wir nach Hause kommen. Ja, stimmte er zu und hörte sich genauso benommen an, wie ich mich fühlte. Ich wagte, ihn aus dem Augenwinkel anzusehen. Seine Augen blickten stur geradeaus. Seine wundervollen Lippen waren zu einem Strich zusammengepresst, wodurch sie gleichzeitig stark und verletzlich wirkten. Ich wollte mich hinüberlehnen und sie wieder küssen, wieder dahinschmelzen, wie ich es gerade eben getan hatte und alle Vernunft vergessen. Ich wollte, dass dieses makellose Gefühl für immer anhielt. Doch statt mich mit dem auseinanderzusetzen, was gerade passiert war, verhielt ich mich wie ein Feigling und trat aufs Gas. Wir fuhren in unangenehmen Schweigen zurück in die Stadt. Keiner von uns erwähnte den Kuss, doch wir beide dachten darüber nach. Ich setzte ihn beim Buchladen ab und bedankte mich höflich für seine Hilfe. Er antwortete ebenso förmlich und nachdem er mir einen letzten nachdenklichen Blick zugeworfen hatte, ging er zurück zu seinem Wagen. Ich beobachtete, wie er ging, prägte mir jede Linie seines Körpers ein, wie er sich bewegte. Alle nur möglichen Gefühle kämpften tief in mir und ich hatte keine Ahnung, welches den Sieg verdiente. Als ich mein Apartmenthaus betrat, war ich ausgelaugt. Der Tag hatte mich geistig und körperlich erschöpft, die beinahe Vergewaltigung, mein Diebstahl und der unglaubliche Kuss. Später würde ich jemanden finden, der das Foto für mich identifizieren würde. Aber vorerst, vorerst wollte ich mich erst einmal auf der Couch ausstrecken und fernsehen. Bevorzugt etwas, das nichts mit Magie und dem Übersinnlichen zu tun hatte oder mit jeglicher Art von romantischer Spannung. Unglücklicherweise erwartete mich das Magische und Übersinnliche bereits. Was wollte Nanette hier? Das war der letzte zusammenhängende Gedanke, den ich noch fassen konnte, bevor ich an die gegenüberliegende Wand meines Wohnzimmers geschleudert wurde. Ich krachte hart dagegen und mein Kopf knallte gegen die Mauer. Ich fiel zu Boden und konnte mich kaum aufrecht halten, während schwarze Pünktchen vor meinen Augen tanzten. Nanette stand vor mir, schrecklich und wunderschön in ihrer goldenen Pracht. Sie hatte mich nicht angerührt, aber das brauchte sie auch nicht, nicht bei der Macht, die sie besaß. Wie kannst du es wagen, zischte sie. Ihre Augen waren zusammengeknifften. Wie kannst du es wagen, solche Gerüchte zu verbreiten? Wovon? Wieder wurde ich gegen die Wand geschleudert. Zwar war die Distanz diesmal kürzer, aber sie tat es mit solch einer Kraft, dass der Aufprall genauso wehtat wie der zuvor. Erneuter Schmerz schoss mir durch den Kopf, während ich versuchte alles zu begreifen. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, schrie ich. Nanette stolzierte auf mich zu und näherte sich mit ihrem Gesicht bis auf wenige Zentimeter. Peter, das weißt du sehr wohl. Du hast Cedric erzählt, dass ich diejenige wäre, die Jerome gebannt hat. Dass ich diejenige wäre, die das Chaos in seinem Territorium hervorruft. Das habe ich nicht, winzelte ich. Nicht in diesem Wortlaut. Ich habe ihm nur erzählt, dass du dich mit Jerome getroffen hast. Sie fletschte die Zähne, ergriff mich am Kragen meines T-Shirts und riss mich nach vorn. Nein, das hat nichts zu bedeuten, nichts. Aber jetzt werden auch andere misstrauisch. Ich dachte nur, dass er das wissen sollte und Hast du eine Ahnung, was du angerichtet haben könntest, kreischte sie. Ich war ein Anwärter für diese Stadt. Das könntest du mir alles versaut haben. Sie stieß mich wieder, diesmal in Richtung der Ecke, wo mein Fernseher stand. Und seine scharfen Kanten schnitten in mein Fleisch, als ich gegen ihn prallte. Und ich sackte zu Boden. Ich versuchte mich aufzurappeln, schaffte es aber nicht rechtzeitig. Nanette stand nun direkt neben mir. Ich hatte einen guten Ausblick auf ihre Stiletto-Perms, kurz bevor sie mir damit in die Rippen trat. Schmerz schoss durch mich hindurch. Und mein Körper versuchte instinktiv, sich zusammenzukrümmen, um sich zu schützen. Doch sie war zu schnell und zu mächtig. Greg hatte einiges an roher Gewalt angewendet. Ruhe Gewalt, der ich wenigstens noch ein wenig entgegenzusetzen hatte. Aber Nanette gegen einen Dämon, ihre Kraft war der von einem Menschen weit überlegen, beinahe nicht mehr fassbar. Leg dich nicht mit mir an, sagte sie und verlieh jedem Wort mit einem Tritt in meinen Magen oder meinen Rippen Nachdruck. Hast du das kapiert? Du bist ein Nichts, ein Nichts. Es tut mir leid, sagte ich. Meine Augen brannten und jeder Teil meines Körpers schrie danach, bettelte danach, dass es zu Ende war. Ihre Tritte hörten auf und ich rollte mich auf die Seite, als mich eine erneute Welle ihrer Kraft traf, mich auf den Bauch rollte und mich auf den Boden niederdrückte wie eine unsichtbare Ladung Ziegelsteine. Ich versuchte, mich zu bewegen, aber ich konnte keinen Muskel regen. Es ist mir egal, ob du Jeromes Liebling oder Cedrics Schätzchen bist, sagte sie. Ihre Stimme war eisig und bösartig. Wieder hatte sie mich nicht mit ihren Händen berührt, doch mein Oberteil riss am Rücken auf. Ich könnte dich hier und jetzt zerquetschen, dich vom Angesicht der Erde radieren und niemand würde etwas dagegen sagen, aber stattdessen hast du Glück, denn ich habe heute gute Laune. Ihre gute Laune fühlte sich wie tausend Peitschen an, die auf meinem Rücken einschlugen. Winzige Hiebe ihrer Kraft, scharf wie Rasierklingen und brennend wie Feuer prasselten auf mich nieder. Ich schrie, als sie meine Haut zerfetzten und aufristen. Ein kleiner Teil von mir dachte, wenn ich nur laut genug brüllte, dann würde mich vielleicht ein Nachbar hören, doch es war vergeblich. Sie hatte diesen Raum sicher genauso schalldicht gemacht, wie die anderen Dämonen das im Seller taten. Und was hätte ein Sterblicher auch schon gegen das hier ausrichten können? Wieder und wieder rasten die unsichtbaren Peitschen auf mich herab. Zwar konnte ich nicht sehen, was geschah, aber vor meinem inneren Auge sah ich, wie mein Fleisch in Fetzen gerissen wurde. Mein ganzer Rücken eine einzige fürchterliche blutige Masse. Ich weiß nicht mehr, wie oft sich diese Hiebe wiederholten. Sie verschwommen ineinander. Ich bewegte mich nun schnell auf einem Punkt zu, wo der Schmerz zu intensiv war, so überwältigend, dass ich ihn beinahe nicht mehr spüren konnte. Mir wurde schwarz vor Augen. Mein Gehirn schaffte es kaum noch, mich bei Bewusstsein zu halten. Als die Schläge endlich aufhörten, fragte ich mich, ob ich vielleicht tot war. Im Zimmer war es still. Dann hob sich die unsichtbare Macht vor meinem Rücken. Ich versuchte, zur Seite zu rollen, konnte es aber nicht. Nanette kniete sich nieder. Ihre Lippen waren nun direkt an meinem Ohr. Leg dich nicht mit mir an, flüsterte sie. Misch dich noch einmal ein und ich werde dich töten. Sie verschwand. Ich blieb allein zurück, schluchzend und blutend. Ich versuchte wieder, mich zu rühren, war aber nicht dazu in der Lage. Was sollte ich bloß tun? Ich konnte nicht einmal um Hilfe rufen, aber eigentlich war es auch egal. Meine Schmerzen waren so groß, dass ich sowieso sterben oder jeden Augenblick ohnmächtig werden würde. Ich konnte zwar nicht durch Menschenhand sterben, durch einen Dämon, aber sehr wohl, ungeachtet der Stasis. Plötzlich führte ich, wie starke Arme aus dem Nichts unter mich glitten und mich sanft hochhoben, dass ich aufgerichtet wurde und dabei weiterhin auf dem Bauch gedreht blieb. Ich schrie leise auf. Auch ohne, dass mein Rücken berührt wurde, schmerzten die Bewegung an jedem Muskel- und Körperteil, den Annette verletzt hatte. Ich öffnete die Augen und versuchte zu erkennen, wer da war, aber mein Blick war verschwommen und verdunkelte sich schnell. Was war alles, das ich hervorbringen konnte? Sch, meine Liebe, alles wird gut, du kommst wieder in Ordnung. Die Arme legten mich sachte auf mein Bett. Ich stöhnte erneut, als Flammen durch meine Rippen rasten. Kühle Hände strichen mein Haar aus dem Gesicht, doch ich konnte nichts sehen. Ich kann dich nicht heilen, sagte die Stimme, aber ich hole jemanden, der dir helfen kann. Beweg dich einfach nicht, alles wird gut. Da war etwas Vertrautes am Klang dieser Stimme, aber ich konnte es durch den Nebel und die Verwirrung in meinem Kopf nicht bestimmen. Ich konnte kaum atmen und schon gar nicht nachdenken. Danach trat Stelle ein, so als wäre mein mysteriöser Wohltäter gegangen, doch einige Augenblicke später sah ich verschwommene Hände, die Aubrey neben mich aufs Bett setzte. Sie beugte sich vor und schnüffelte an meinem Gesicht. Meine Hände streichelte ihren Kopf und ihren Rücken auf die Art, wie man häufig Katzen dazu brachte, sich hinzulegen. Es klappte und nachdem sie sich ein paar Mal im Kreis gedreht hatte, ließ sie sich neben mir nieder. Dann strich die Hand ein letztes Mal über meine Haare. Alles wird gut werden. Mein Name Erreichte mich aus weiter Ferne vom anderen Ende eines endlos langen Tunnels. Er halte von den Wänden meines Geistes wieder, zuerst laut, doch dann verlor er sich im Nichts. Georgina, sieh mich an, Süße. Lass sie schlafen, Ju. Nein, ich muss mit ihr sprechen, um sicherzugehen, dass sie keine Gehirnerschütterung hat. Georgina, nun mach schon, öffne deine Augen für mich. Durch einen Schleier aus schwarzem Nebel begann mein Gehirn die Worte zu analysieren und fand langsam heraus, was sie bedeuteten. Etwas in mir wollte gehorchen, aber meine Augenlider fühlten sich an, als wären sie zusammengeklebt worden. Zu denken oder gar zu antworten war zu schwierig. Doch es folgten noch mehr Worte, die mir Mut machen sollten. So ist es richtig, Süße. Versuche es noch einmal, du hattest es schon fast. Unter größter Anstrengung schaffte ich es, endlich meine Augen zu öffnen. Es war qualvoll. Meine Lieder führten sich an wie aus Blei. Zuerst konnte ich nur eines wahrnehmen, Licht. Ich winselte und wollte wieder in die Vergessenheit zurücksinken, als der Mann mich eben gerissen hatte. Mit dieser kleinen Regung meines Bewusstseins kam urplötzlich all der Schmerz wieder, dem ich zuvor entkommen war. Mein Kopf pochte, mein Rücken brannte. Das Klischee, jeden einzelnen Knochen im Körper gebrochen zu haben, schien mir mit einem Mal sehr zutreffend. Und zudem war ich mir ziemlich sicher, dass auch noch einige Knochen außerhalb meines Körpers betroffen waren. Das ergab zwar keinen Sinn, aber so schlecht wie ich mich fühlte, ergab kaum etwas Sinn. Langsam, du musst nichts sagen. Ich öffnete wieder meine Augen und erkannte diesmal eine Gestalt, die sich über mich beugte. Ich kannte seine Stimme so gut, dass ich sein Gesicht nicht sehen musste, welches sowieso nur ein verschwommener Klecks war. Hey, frag sie, was... Sei still, schnappte ich Jung. Die ruckartige Bewegung seines Kopfes schien zu bedeuten, dass er hinter sich blickte, doch ich war mir nicht sicher. Er brachte sein Gesicht näher an meines und seine Gesichtszüge wurden schärfer. Er war so blass, wie ich ihn zuvor noch nie gesehen hatte und Sorge und Angst in einem Ausmaß, wie ich es bei ihm nie für möglich gehalten hätte, zeichneten sein Gesicht. Er sah noch bestürzter aus als an dem Tag, als er uns von Jeromes Beschwörung berichtet hatte. Hugh hob die Hand, hielt eines meiner Augen wieder fest und leuchtete mit einem kleinen Lämpchen in mein Auge. Ich wandte mich unter der Helligkeit, oder versuchte es zumindest. Aber er war schnell und machte es auch bei dem anderen Auge, bevor es zu unangenehm wurde. Als er damit fertig war, bewegte er einen Finger hin und her und beobachtete dabei meine Augen, die seinem Finger folgten. Wie lautet dein Name? fragte er. Die Stimme hinter ihm meldete sich zu Wort. Du hast ihren Namen doch schon gesagt. Hugh seufzte und deutete mit seinem Daumen hinter seine Schulter. Wie lautet sein Name? Cody, sagte ich. Das Sprechen wurde einfacher, doch je mehr ich zum Bewusstsein kam, desto stärker wurden die Schmerzen. Codys Stimme war mir genauso vertraut wie Hugh's, und ich war mir sicher, dass auch Peter hier war. Hugh stellte mir noch einige weitere sachliche Fragen, welches Jahr wir hätten, wo ich mich befände und ob mir vielleicht übel wäre. Mir tut alles weh, sagte ich. Meine Stimme war dabei noch immer undeutlich. Ich konnte mich nicht einmal bewegen und schon gar nicht Übelkeit vom Rest meiner Schmerzen unterscheiden. Schon, aber hast du nicht das Gefühl, dass du dich übergeben müsstest, hier und jetzt? Ich dachte darüber nach. Mein Magen tat weh, aber es war weniger Übelkeit, als ein jemand hat mich gerade mit Stiletto absetzen getreten, Gefühl. Nein, sagte ich. Hugh rutschte zurück und ich hörte ein erleichterndes Seufzen. Mir tut alles weh, wiederholte ich. Kannst du dafür sorgen, dass es aufhört? Er zögerte, und einen Augenblick später tauchte Cody neben ihn auf. Was ist denn los? Du musst dir etwas geben, sieh sie dir an. Sie leidet. Das ist noch untertrieben, murmelte ich. Hugh's Gesicht zeigte noch immer Anspannung. Ich werde sie nicht außer Gefecht setzen, wenn sie eine Gehirnerschütterung hat. Sie hat deine Tests bestanden. Das sind nur Schnelltests, und sie sind nicht hundertprozentig eindeutig. Bitte, sagte ich und fühlte, wie mir die Tränen in die Augen traten. Irgendwas. Wir wissen doch, dass es sie nicht umbringen wird, hörte ich Peter sagen. Also hatte ich damit Recht gehabt, dass er hier war. Hugh zauderte noch einen Moment. Okay, hol Wasser. Cody verschwand und Peter nahm seinen Platz an Hugh's Seite ein. Hugh sah immer noch grimmig aus. Süße, ich muss deinen Rücken säubern, und das wird wehtun. Noch mehr? Eine andere Art Schmerz. Aber es muss gereinigt werden, damit du keine Entzündung bekommst. Und danach muss ich dich umdrehen, um mir den Rest von dir anzusehen. Die Medikamente werden helfen, aber zu Anfang wird es trotzdem wehtun. Dann mal los, sagte ich und spannte mich an. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich mir keinen Schmerz vorstellen, der noch schlimmer war. Außerdem war Hugh Arzt. Jetzt würde alles gut werden. Cody kam mit einem Glas Wasser wieder. Hugh ließ mich erst mal ein wenig trinken, um sicher zu gehen, dass ich es bei mir behalten konnte. Als es funktionierte, gab er mir zwei Tabletten, die ich mit dem übrig gebliebenen Wasser einnahm. Ich verschluckte mich beinahe. Meine Kehle fühlte sich wund und geschwollen an, vielleicht vor meinen Schreien. Aber ich bekam sie herunter. Ich wollte nachfragen, was ich da gerade genommen hatte, aber es schien mir zu mühvoll. Das sollte in ungefähr 20 Minuten wirken. Ich konnte sehen, wie er mit etwas in seinem Schoß rumhantierte. Dann stand er auf und beugte sich über meinen Rücken. Etwas Feuchtes berührte meine Haut. Du scheiß Kerl. Wieder sprach ich etwas undeutlich, aber ich denke, er verstand, was ich meinte. Stechen der Schmerz, in der Tat ein anderer Schmerz, raste von da, wo er mich berührt hatte durch meine Haut. Es war wie ein Stromschlag. Schneidend hob er sich von den anderen pulsierenden Schmerzen in meinem Körper ab. Mein Verlangen, mich diesen fürchterlichen Stechen zu entziehen, war so stark, dass ich sogar schaffte, mich ein klein wenig zu bewegen. Aber es führte zu nichts, außer, dass die Qualen im Rest meines Körpers noch schlimmer wurden. Die Welt verschwamm erneut. Du machst es nur noch schlimmer, ermahnte er mich. Halt still. Er hatte leicht reden. Während er weitermachte, biss ich mir auf die Lippen. Er benutzte ein Desinfektionsmittel, um die Stellen zu reinigen, wo unternet mich geschnitten hatte. Wenn es auch, wie er gesagt hatte, notwendig war, so tat es doch unglaublich weh. Hey, sprich mit ihr, sagte er zu niemand Bestimmten. Lenk sie ab. Was ist passiert, fragte Peter. Wer hat dir das angetan? Eine tolle Ablenkung, sagte Hugh. Nanette, sagte ich. Ihren Namen auszusprechen verursachte mir Übelkeit und ich hoffte, ich würde meine Aussage Hugh gegenüber, was das Kotzen anging, nicht zurücknehmen müssen. Sie war wütend. Das denke ich mir, sagte Peter. Wütend darüber, was ich Cedric über sie erzählt habe. Hm, bestätigt das denn nicht eigentlich deinen Verdacht? Fragte Cody. Genau, wenn die Person zu verprügeln, die ihre geheimen Pläne ausgeplappert hat, sie nicht verdächtig machte, was sonst? Aber wenn Nanette wirklich hinter Jeromes Beschwörung steckte, warum hatte sie mich dann nicht gleich getötet und dafür gesorgt, dass es keine Zeugen mehr gab? Das zu erklären hätte allerdings zu viele Worte und zu viel Anstrengung bedeutet. Darum sagte ich einfach nur, ich weiß es nicht. So, sagte Hugh und erhob sich. Das war doch gar nicht so schlimm, oder? Ich versuchte ihn böse anzusehen, aber ich denke nicht, dass er es bemerkte. Er willte noch einmal in seiner Arzttasche, beugte sich dann wieder über mich und begann, die Wunden zu verbinden. Bei den Mengen Verbandszeug, die er um mich wickelte, würde ich am Ende bestimmt wie eine Mumie aussehen. Warum ist Dante nicht geblieben? Fragte Cody. Wie, Dante? Der Druck der Bandagen war nicht so schlimm wie das Desinfizieren, jedoch immer noch unangenehm. Ich fragte mich, wann diese gottverdammten Medikamente wohl anfangen würden zu wirken. Er war hier, sagte Cody. Er hat Hugh angerufen und ihn gebeten, herzukommen. An einige Details von dem, was Nanette getan hatte, erinnerte ich mich nur noch undeutlich, aber ich war mir ziemlich sicher, Kopfverletzung hin oder her, dass ich mich daran erinnert hätte, wenn Dante da gewesen wäre. Dante war nicht hier, sagte ich. Hugh hielt inne und sah mich direkt an. Wer hat mich dann angerufen? Es war ein Mann und er hat von deinem Handy aus angerufen. Er sagte, dass ich herkommen und meine medizinische Ausrüstung mitbringen solle, dass du verletzt seist. Ich blickte nachdenklich und es kam wieder, ein Schatten im schmerzerfüllten Dunst meines Gedächtnisses. Die starken Arme und die sanfte Stimme. Es war jemand hier, begann ich langsam. Nicht Dante, jemand anderes. Er brachte mich zum Bett. Alle schwiegen. Ich bemerkte, wie sich eine leichte Benommenheit meiner Sinne bemächtigte und was sich als gutes Zeichen ansah. Es war eher eine angenehme, traumähnliche Benommenheit. Nicht die, ich hatte diese Schmerzen nicht mehr, Ausbenommenheit. Davon gab es allerdings auch immer noch mehr als genug. Die Jungs tauschten verwunderte Blicke. Bist du sicher, dass er es nicht war? Fragte Cody. Allerdings, warum sollte Dante sie allein lassen? Fragte Peter. Hugh schnaubte. Bei ihm weiß man nie. Stopp, murmelte ich. Er war es nicht. Kannst du dich nicht an ein Gesicht oder sowas erinnern? Fragte Peter. War es überhaupt jemand, den du kennst? Ich dachte wieder darüber nach und versuchte verzweifelt, die Erinnerung heraufzubeschwören. Aber da war nichts. Nur, dass er mir vertraut war. Ich kannte ihn. Die angenehme Müdigkeit wurde stärker. Ich wünschte, dass ich schnell voranschreiten würde. So, sagte Hugh, alles verbunden. Helft mir, sie zu bewegen, damit ich mir ihre Rippen ansehen kann. Das war kein Vergnügen. Die Beschwerden, die es verursachte, als sie drei mich wendeten, egal wie sehr sie versuchten, es sanft zu tun, waren ausreichend, um mich vorübergehend aus der lindernden Umarmung der Medikamente zu reißen. Sie schafften es, mich herumzudrehen, was nur zum mäßigen Druckgefühl an meinem Rücken führte, als ich mich gegen das Bett lehnte, jedoch Hugh erlaubte, den Rest von mir zu untersuchen. Er drückte und zog und ließ mich tiefe Atemzüge machen. Er kam zu dem endgültigen Ergebnis, dass ich mehrere gebrochene Rippen hatte, sowie einige schmerzhafte Prellungen, die mit der Zeit verschwinden würden. Super, sagte ich. In diesem Moment war ich schon so bedröhnt, dass ich nicht mehr wusste, ob es gerade sarkastisch gemeint war oder nicht. Cody konnte die Angelegenheit mit meinem Wohltäter immer noch nicht drohen lassen. Aber wer war hier? Der Mann, sagte ich. Du wirst jetzt nicht mehr viel aus ihr herausbekommen, sagte Hugh resigniert. Zumindest für eine ganze Weile. Sie ist jeden Augenblick im Traumland. Traumland? Der Mann, wiederholte ich. Plötzlich kicherte ich. Der Mann im Traum. Kurz bevor meine Augenlider zufielen, sah ich noch, wie sie mitleidige Blicke tauschten. Nein. Sie glaubten, dass ich Unsinn redete. Niemand von ihnen kannte die Geschichte von dem Mann in meinem Traum, von dem verlockenden und unwahrscheinlichen anderen Leben, das mir nichts gezeigt hatte. Aber als ich in den Schlaf hinüber glitt, sah ich nicht nix Visionen, nur Schmerze ohne Schmerzen. Zumindest bis mich ein elektrischer Schlag mit einer Millionen Volt durchzuckte. Ich schrie vor Überraschung auf und riss meine Augen auf. Es fühlte sich an wie tausend eisige Nadeln, die über meinen Körper tanzten und jeden einzelnen Nerv durchbohrten. Ich nahm die Einzelheiten des Raumes, so wie meine Freunde wieder scharf und kristallklar waren. Keine Benommenheit mehr. Als ich meinen Kopf leicht drehte, erkannte ich eine vierte Person. May. Sie stand neben dem Bett, ihr Gesicht ausdrucks- und emotionslos, ihre Arme über ihrer schwarzen Seidenbluse gekreuzt. Was ist passiert? fragte ich. Meine Worte klangen noch immer undeutlich, aber meine Fähigkeit zu sprechen hatte sich um einiges verbessert. Ich habe dich geheilt, sagte sie tonlos. Soweit ich es kann. Du wirst trotzdem noch Schmerzen haben. Wenn sie auch einmal Engel gewesen waren, so besaßen Dämonen dennoch nicht die gleichen Heilkräfte wie ihre himmlischen Gegenstücke. Dämonen konnten es nur in geringerem Ausmaß. Dennoch, als ich meine Sinne dazu nutzte, meinen Körper zu erkunden, spürte ich, dass die schlimmsten Schmerzen verschwunden waren. Mir tat immer noch einiges weh. Und trotz der Bandagen fühlte ich den stechenden Schmerz in meinem Rücken. Allerdings wollte ich nicht mehr sterben, was definitiv eine Verbesserung darstellte. Vielen Dank, sagte ich. May sah nicht besonders mitfühlend oder mildtätig aus. Ihr Blick verdunkelte sich. Sie sagen, dass Nanette das getan hat. Ich zögerte. Ich hatte mir schon genug Ärger mit der Erzdämonen eingehandelt, weil ich sie verraten hatte. Natürlich hatten meine Freunde zweifellos May schon die Wahrheit erzählt. Und sie war sowieso diejenige, die momentan am ehesten mein Boss war. Ich war nicht völlig sicher, ob ich ihr vertrauen konnte, aber wenn ich auf einen Dämon setzen sollte, der mir am wahrscheinlichsten den Rücken stärken würde, und das soll kein Wortspiel sein, dann wäre es wohl May. Ja, gestand ich ihr. Ich habe Cedric erzählt, dass sich Nanette mit Jerome getroffen hat. Sie hatte sich auch mit Cedric getroffen, also schien es so, als würde sie beide gegeneinander ausspielen. Mays Gesichtsausdruck wurde noch härter. Dabei ließ sie nicht durchscheinen, ob sie meiner Meinung war oder nicht. Nanette wird dich nicht mehr belästigen. Und damit verschwand die Dämonen. Oho, Zickenkrieg, sagte Ju, und ich hatte ihn an diesem ganzen Tag noch nicht so zufrieden gesehen, wie gerade eben. Ich glaube nicht, dass sie es beim Schlammcatchen austragen werden, bemerkte ich trocken. Ihr Sinn für Humor kommt zurück, sagte Peter. Sie ist eindeutig auf dem Wege der Besserung. Ich versuchte, mich aufzusetzen und zockte zusammen. Oder auch nicht. Übertreibe es nicht, ermahnte Michu. May kann nur begrenzt. Was zur Hölle ist hier los? Wir drehten uns alle um. Dante stand in der Tür zu meinem Schlafzimmer. Sein Gesicht war eine Mischung aus Ungläubigkeit und äußerster Verwirrung. Ohne eine Antwort abzuwarten, eilte er herüber zum Bett und kniete sich nieder, sodass er auf einer Höhe mit mir war. Bist du okay? Was ist passiert? Sein Ausdruck war so zärtlich, so voller Sorge, dass ich vorübergehend perplex war. Dante war zwar in der Tat selbstsüchtig und arrogant, aber ich war ihm wichtig, ganz egal, was meine Freunde sagten. Und wenn es hart auf hart kam, so wie jetzt, dann fiel seine bittere Fassade und ließ einen Teil seiner Seele durchscheinen, der noch nicht völlig finster geworden war. Er bemühte sich sehr, diesen Teil seines Selbst zu verstecken, aber ich wusste, dass er da war. Ich bin mit einem Dämon aneinander geraten, sagte ich. Ich erklärte ihm knapp, was passiert war. Während ich erzählte, wurde er immer skeptischer. Als ich geendet hatte, blickte er durch das Zimmer und musterte anklagend jeden Einzelnen. Wie kann so etwas geschehen? Ich dachte nicht, dass Dämonen durch die Gegend laufen und Leute aufmischen. Steht ihr nicht unter einer Art Schutz? Eigentlich Jeromes, sagte ich, aber er ist im Moment gerade irgendwie beschäftigt. Vielleicht stehst du jetzt unter Mays und Grays Schutz, überlegte Cody. May sah wirklich sauer aus. Sie sieht immer sauer aus, sagte Yu. Das will ich doch hoffen, blaffte Dante. Werden sie diesen Dämon jetzt den Arsch aufreißen? Sie wird sie wahrscheinlich nicht vernichten, wenn du das damit meinst, sagte Yu. Grace und May stehen genauso wie alle anderen unter genauer Beobachtung, aber ich wette, May wird Nanette gründlich die Leviten lesen. Oh, toll, sagte Dante. Eine strenge Ermahnung. Das wird sie bestimmt beeindrucken. Es ist unwahrscheinlich, dass Nanette noch etwas unternehmen wird. Wenn sie Georgina hätte töten wollen, hätte sie ja schon getan. Peters Worte klangen beinahe sanftmütig. Ich glaube, Dantes Entrüstung und Besorgnis hatten den Vampir überzeugt, dass Dante eventuell doch nicht voll und ganz ein totaler Bastard war, wie sie es immer gedacht hatten. Meine unsterblichen oder doch eher weniger unsterblichen Freunde beschlossen schließlich, dass mein Zustand stabil genug war, um mich in Dantes Obhut zurückzulassen. Yu versprach, morgen nach mir zu sehen und ich dankte ihm für seine Hilfe. Er und die anderen sahen aus, als wollten sie mich gerne umarmen, aber wegen der Sache mit meinem Rücken ließen sie es lieber sein. Als sie gegangen waren, ging Dante in die Küche und kam mit einer Schale Eiscreme zurück. Das hilft gegen Schmerzen, sagte er. Ich war überrascht, festzustellen, dass ich ordentlichen Appetit hatte. Der Uhrzeit nach war ich doch einige Zeit weg gewesen, bevor May gekommen war. Mir war es nur, wie Sekunden vorgekommen. Vorsicht, neckte ich ihn. Die Leute werden noch denken, dass du ein netter Kerl bist. Na, da muss ich noch ein paar Waisenkinder ausrauben, um meinen Ruf zu retten. Er lag neben mir, zusammengerollt auf der Seite, sodass er sanft seine Hand auf meinen Arm legen und mit mir sprechen konnte. Der Abend ging dahin und unsere Unterhaltung berührte nur unverfängliche Dinge, Themen, die mich von der anwachsenden Gefahr in Seattle ablenkten. Als es schließlich Zeit für uns beide wurde, schlafen zu gehen, sprach Dante noch einmal den Überfall an. Sokobus, wer war vorhin hier? Ich wusste, dass er damit nicht Ju und die Vampire meinte. Ich runzelte die Stirn. Trotz der Heilung durch May waren meine Erinnerungen immer noch lückenhaft. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass es Kater gewesen sein könnte. Tatsächlich, ich kann immer noch nicht glauben, dass dieser Engel mit euch befreundet ist. Aber falls er es war, warum hat er dich nicht geheilt? Er hätte alles in Ordnung bringen können. Durch den Nebel meiner Qualen rief ich mir die Worte meines Retters wieder ins Gedächtnis. Ich kann dich nicht heilen. Weil er sich nicht einmischen soll, sagte ich lahm und erinnerte mich dabei an meine Erwägungen, ob einen Herd in die Luft zu jagen eine Einmischung darstellte oder nicht. Der Himmel soll sich aus all dem heraushalten. Er hätte mich vermutlich nicht mal ins Bett tragen sollen, weshalb er danach wahrscheinlich von hier verschwunden ist und es Hugh überlassen hat, mich wieder zusammen zu flicken. Ein Engel, der die Regeln missachtet und ein Dämon, der die Kranken heilt, sagte Dante. Du und deine Kumpanen seid total am Arsch. Ich bewegte mich etwas, während ich auf meinen Rücken achtgab und lehnte meinen Kopf an ihn. Das kannst du verdammt nochmal laut sagen. Am folgenden Morgen weckte mich der süße Duft eines White Chocolate Mokka aus meinem tiefen Schlaf. Während ich langsam zu mir kam, war es für einige Augenblicke so, als würde ich an einem ganz normalen Tag aufwachen. Als ich meine Augen öffnete und meine Körperhaltung veränderte, erwachten jedoch auch meine Nervenenden und erinnerten mich daran, was gestern geschehen war. Es war zwar nicht mehr der schreckliche, quälende Schmerz, den ich zuvor empfunden hatte, aber es tat immer noch genug weh und es brachte mich davon ab, mich übermäßig zu bewegen. Trotzdem schaffte ich es, als Dante mein Schlafzimmer betrat, mich einigermaßen aufzusetzen. In einer Hand hielt er den Kaffee und unter seinen Armen klemmte etwas, das nach einer Bäckertüte aussah. In der anderen Hand trug er einen enormen Blumenstrauß aus Hortensien und einigen eingesteckten Orchideen. Ich hätte nie gedacht, dass diese beiden Blumen zusammenpassen würden, aber das Arrangement sah gut aus. Hast du einen Blumenladen überfallen? fragte ich. Dante überreichte mir den Kaffee und warf mir dabei einen vernichtenden Blick zu. Warum gehst du schon wieder vom Schlimmsten aus? Weil Orchideen nicht gerade billig sind, sagte ich. Die hatten kein Grünzeug mehr, also musste ich mich damit zufrieden geben. Er stellte die Vase vorsichtig auf meine Kommode und nahm dann die Bäckertüte. Und hierfür habe ich einige Kinder vermöbelt. Nach einem großen, leckeren Schluck stellte ich den Mokker auf meinem Nachttisch und nahm ihm die Tüte ab. Darin lagen Schokoladencroissants, mein liebstes Frühstücksgebäck. All das, weil ich zusammengeschlagen wurde? fragte ich. Er setzte sich auf die Bettkante. Ich mache mir Sorgen um dich. Ich sollte mich öfter auf Schlägereien mit Dämonen einlassen, nickte ich ihn. Dabei klangen meine letzten Worte undeutlich, weil ich in ein Croissant biss. Winzige Flocken und Krümel fielen über mein Bett, aber das machte mir nichts aus. Nicht witzig, Sukubus, sagte er. Und überraschenderweise sah ich, dass er es ernst meinte. Auf seinem Gesicht zeigte sich keine Spur seines üblichen, hämischen Humors. Es lag kein verbitterter Ausdruck auf seinen Lippen. So etwas wird nie wieder passieren. Und ich werde dafür sorgen, dass du wieder gesund wirst. Dämonische Heilkräfte hin oder her. Ich hätte dich nie als Krankenschwester eingeschätzt. Sei still, schnappte er. Und isst weiter. Dein Körper benötigt für seine Genesung Kalorien. Ich gehorchte bereitwillig und nahm einen weiteren Bissen, hielt dann jedoch inne. Glaubst du, dass ich dicker werden könnte? Ich hatte nie zuvor Kalorien zählen müssen. Weder hatte ich mich vor Gewichtszunahme, noch vor eventuellen gesundheitsschädlichen Auswirkungen meiner Nahrung fürchten müssen. Ich denke, das ist eines deiner geringsten Probleme. Ich vermutete, dass er damit recht hatte. Ich aß weiter, wenn auch mit etwas weniger Begeisterung. Er sah immer noch so ernst und besorgt aus, dass ich die warmen, kribbeligen Gefühle in mir nicht zurückhalten konnte. Ich danke dir für alles. Das ist wirklich großartig. Er lächelte mich an und seine grauen Augen sahen in der Morgensonne wunderschön aus. Ich erachte nicht viele Menschen auf dieser Welt meiner Hilfe für würdig. Du bist Teil eines exklusiven Clubs. Ich holte Luft und wollte eigentlich einen Kommentar darüber abgeben, dass die anderen Mitglieder wohl nur in seiner Fantasie existierten. Aber für diesen Morgen hatte ich schon genug gespottet. Nanettes Angriff hatte Dante tief erschüttert. Vielen Dank, sagte ich wieder. Mir kam eine Idee. Du könntest mir auch noch auf eine andere Art helfen. Bringst du mir mal meine Tasche? Er holte sie aus dem Wohnzimmer und reichte sie mir. Ich griff hinein und stellte erleichtert fest, dass das Foto, das ich bei Mary hatte mitgehen lassen, immer noch da war. Ich betrachtete es einen Augenblick und versuchte, dem Medaillon eine Art Eingebung abzubringen. Aber alles, was ich sah, waren eine durchscheinende braune Scheibe und einige Runen oder Krakel, die man leicht für Kinderkritzelein halten konnte. Seufzend reichte ich es ihm. Sagt dir das irgendetwas? Er zog nachdenklich die Brauen zusammen, während er es begutachtete. Nein, sollte es das? Ich vermute, dass es eine Rolle in Jeromes Beschwörung spielt. Erinnerst du dich noch daran, dass ich dich nach einem Künstler fragte, der Kristalle bearbeitet? Nun, das hier ist dabei herausgekommen. Vermutlich stellt der Stein und die Zeichen darauf Hinweise dar, aber ich kann sie nicht deuten. Ich denke, jetzt brauche ich solche Leute wie dich oder Eric. Er startete das Bild etwas länger an und zu meiner Verblüffung sah ich, wie er wütend wurde. Er stand abrupt auf und warf das Bild auf den Fußboden. Scheißdreck, knurrte er. Was ist los? Fragte ich. Das hier, sagte er und deutete dabei auf mich und auf das zu Boden gefallene Bild. Das ist los. Was tauge ich denn, Sukobus? Ich bin zehnmal mächtiger als diese Leute, zu denen ich dich geschickt habe. Neben Lenkester gibt es wahrscheinlich niemanden in dieser beschissenen Stadt, der mehr über Geheimlehren weiß als ich. Und wozu ist es gut? Er ging in meinem Zimmer auf und ab und raufte sich dabei wütend die Haare. Zu gar nichts. Dafür taugt es. Ich kann dir anscheinend nicht helfen. Ich kann verdammt nochmal gar nichts tun. Ich konnte dich nicht vor dieser Dämonin beschützen. Und von dieser Medaillon-Sache habe ich auch keine Ahnung. Seine Reaktion überrumpelte mich. Hey, wow, ist schon okay, setz dich hin. Mach dich doch deswegen nicht fertig. Es ist nicht okay, er blieb stehen. Ich fühle mich machtlos. Ich erkannte, wie schwer dieses Eingeständnis für jemanden wie ihn war, der sein Leben damit verbrachte, im Kampf um immer mehr machtfürchterliche Dinge zu tun. Du bist nicht dazu verpflichtet, überhaupt etwas zu tun, sagte ich sanft. Du hilfst mir schon mehr, als du denkst. Aber das hier ist nicht dein Kampf. Du bist nicht dafür verantwortlich. Ich bin für dich verantwortlich, sagte er. Wozu brauchst du mich denn überhaupt, wenn ich nicht mal auf dich aufpassen kann? Ich bin nicht mit dir zusammen, weil du für mich nützlich bist. Ach ja? Du bist mit mir wegen meiner umwerfenden Persönlichkeit zusammen? Die Wahrheit war, dass ich mir manchmal selbst nicht sicher war, weshalb ich mit ihm zusammen war. Ich musste wieder an seine Bemerkung darüber denken, dass ich ihn nur als Bettwärmer behielt. Aber ob das nun stimmte oder nicht, jetzt war nicht der Zeitpunkt, um das anzusprechen. Zudem war er in letzter Zeit so süß gewesen, etwas, das ich von ihm nie erwartet hätte, als ich mich damals in meiner Post-Zeth-Rage mit ihm eingelassen hatte. Dante, ich meine es ernst. Mach dir keine Gedanken wegen dieser ganzen Angelegenheit. Ich werde mich darum kümmern und mit meinen Freunden darüber sprechen. In seinem Gesichtsausdruck erkannte ich, dass das nicht unbedingt das war, was er hören wollte. Die Gewissheit, dass ich noch andere Leute hatte, an die ich mich wenden konnte, verstärkte sein Gefühl der Unzulänglichkeit wohl noch. Du solltest dich in all das gar nicht einmischen, sagt er. In was? Jerome zu finden? Natürlich muss ich das. Es gibt andere Wesen, die mächtiger sind. Ich will nicht, dass du nochmal verletzt wirst. Warum kannst du dich nicht zurückhalten und dich in Sicherheit bringen, fragt er fordernd. Weil das so nicht geht und es wird sich sowieso niemand anderes dieser Sache annehmen. Sie lassen die Angelegenheiten einfach fallen. Sie lassen Jerome fallen. Und warum lässt du ihn nicht auch fallen, fragt er. Wäre es denn so schlimm, unter einem anderen Dämon zu arbeiten? Du hast doch bereits für andere gearbeitet. Ich drehte mich von ihm weg und starrte aus dem Fenster. Der Himmel war blau, doch irgendwas sagte mir, dass es draußen kalt war. Das war so eine Eigenheit des Wetters in Seattle. Hier war es häufig warm, wenn es gleichzeitig bewölkt war. Und bei Sonnenschein war es oft kalt. Ich sah wieder Dante an und sagte, das habe ich schon. Aber das ist etwas anderes. Das hier ist nicht richtig. Es hätte nicht passieren dürfen. Ich musste Jerome wiederfinden. Ja, das musst du wohl. Es steht dir ins Gesicht geschrieben. Warum musst du immer alles so kompliziert machen und dich in Schwierigkeiten bringen? Wenn du damit nicht einverstanden bist, dann zwingt dich niemand dabei zu sein, sagte ich ruhig. Natürlich bleibe ich dabei. Und wenn ich nichts gegen deine Impulsivität ausrichten kann, dann kann ich auch gleich versuchen, dich zu unterstützen. Er schnappte sich das Foto und starrte es an. Lass mich das mitnehmen und einige Fragen stellen. Ich weiß vielleicht nicht, was es ist, noch nicht, aber ich habe so meine Quellen. Seine Gesichtszüge waren hart. Er war ein Mann mit einer Mission und das war mir um einiges lieber, als wenn er sich selbst zerfleischte oder sich mit mir stritt. Ich hatte ihm beinahe meinen Segen gegeben und ihn fortgeschickt. Doch dann hielt mich etwas zurück. Ich konnte das Foto nicht weggeben. Ich will das Foto behalten, sagte ich zu ihm. Er stierte mich an. Du glaubst, dass ich es jetzt nicht mehr zurückbringe? Nein, deswegen mache ich mir keine Sorgen. Aber ich musste einiges anstellen, um es zu bekommen. Und außerdem möchte ich es selbst auch einigen Leuten zeigen. Wir werden eine Kopie davon anfertigen, die du dann haben kannst. Ach ja, hast du einen Kopierer im Badezimmer stehen? Kannst du es nicht abmalen oder so etwas? Sukubus. Ich weiß doch auch nicht. Aber wenn du herumschnüffeln möchtest, dann musst du dir etwas anderes einfallen lassen. Solange ich mich noch nicht in der Lage fühle, mit dir die Stadt zu durchkämmen, bleibt das Foto hier bei mir. Er funkelte mich an und sah dabei wieder ganz nach seinem alten, verbitterten Selbst aus. Als er schlussendlich erkannte, dass ich nicht nachgeben würde, zeichnete er hastig das Medaillon auf ein Blatt Papier. Er fügte einige Notizen hinzu und versuchte, die Symbole so exakt wie möglich zu kopieren. Dabei sah er totunglücklich aus. Es tut mir leid, sagte ich. Schon in Ordnung, sagte er. Und gehst du jetzt los, wenn du denkst, dass du zurechtkommst? Ich versicherte ihm, dass ich das würde. Mein Telefon war in der Nähe und ich hatte das Gefühl, dass, wenn er hierbleiben würde, er sich immer mehr darüber aufregen würde, wie er mich eigentlich im Stich gelassen hatte. Und wie ich mich aus Gründen, die er nicht nachvollziehen konnte, in Gefahr begab. So fühlte er sich zumindest gebraucht. Ich versprach, ihn anzurufen, falls etwas vorfallen sollte. Und als er schließlich ging, empfuhl er mir ein leichtes Seufzen. Danach blieb ich noch eine Weile im Bett, konsumierte mein kalorienreiches Frühstück und dachte dabei über seine extreme Reaktion nach. Ich hoffte, dass er etwas für mich herausfinden würde. In der Zwischenzeit müsste ich jedoch noch einige eigene Nachforschungen anstellen. Doch eins nach dem anderen. Ich brauche erst mal eine Dusche. Das stellte sich als schwieriger heraus, als ich gedacht hatte, wenn auch nicht als unmöglich. Auf meinem Weg ins Badezimmer musste ich mich lediglich langsam bewegen und aufpassen, dass ich es nicht übertrieb. Mein Rücken war immer noch bedeckt von Hues Verbänden und ich musste einiges an Geschick aufbieten, um sie zu entfernen. Sie waren blutgetränkt, doch darunter zeigte sich die Wirkung von Mays Heilkräften. Die Schnitte waren immer noch da, immer noch unangenehm, aber sie waren jetzt viel kleiner und das hatte sich überall schorf gebildet. Ich duschte mich lediglich lauwarm ab und passte genau auf, dass ich beim Frontieren keine der Krusten verletzte. Als ich dann auf meiner Couch im Wohnzimmer saß, fühlte ich mich, als hätte ich gerade einen Marathon absolviert. Noch nie zuvor in meinem Leben wollte ich so sehr meine Gestalt wandeln. Ich trug locker sitzende Kleidung, eine Trainingshose und ein T-Shirt, jedoch keinem BH. Es war alles sehr mühsam gewesen, sie anzuziehen. Mein Haar hatte ich vollständig aufgegeben und beschlossen, dass ein kurzes Auskämmen genügen musste. Ich brachte nicht die Geduld auf, es zu föhnen und ich wollte gar nicht daran denken, wie kräuselig es später wohl aussehen würde. Aubrey leistete mir auf der Couch Gesellschaft, während ich mich vor meinen morgendlichen Anstrengungen erholte und mich durch die Kanäle seppte. Nachdem ich zum zweiten Mal alle durchgeschaltet hatte, gab ich es auf und ließ eine Naturdokumentation über sibirische Tiger laufen. Aubrey sah sie sich mit weit aufgerissenen Augen an, während ich mich weniger dafür interessierte. Das ist dein Äquivalent für Reality TV, bemerkte ich. Die Talkshows laufen erst später, dann wird es erst richtig gut. Ich stöhnte. Carter, was für eine angenehme Überraschung. Der Engel spazierte in meinem Blickfeld und setzte sich in den Sessel mir gegenüber. Aubrey verließ mich sofort und hopste auf seinen Schoß. Verräter, sagte ich. Er grinste und kraulte ihren Kopf. Man erzählt sich, dass du gestern einen schlechten Tag hattest. Es war schon schlimmer, sagte ich. Geringfügig. Du hättest mich sehen sollen, bevor May mich geheilt hat. Pah, Dämonen können nicht heilen. Nicht wirklich. Sie verlieren die nötige Raffinesse, wenn sie die Seiten wechseln. Hey, ich nehme jede Hilfe an, die ich bekommen kann. Mein Gesicht hältte sich auf. Und wenn wir gerade von Hilfe sprechen. Ich glaube, dass ich ein Bild von dem Siegel... Nein. Wie nein? Ich weiß, worum du mich bitten wirst. Und die Antwort lautet, nein. Du hast keine Ahnung, was ich dich fragen wollte. Du wirst mich bitten, dir dabei zu helfen, das Siegel zu identifizieren, damit du herausfinden kannst, wo Jerome ist. Ich schwieg. Verdammt. Er vertrete die Augen. Und die Antwort lautet, nein. Aber du könntest mir diese Sache sehr erleichtern, widersprach ich. Ich standest unterwegs, um herauszufinden, was das Siegel bedeutet. Du könntest es mir sagen, sofort. Georgina, ich habe es dir schon einmal gesagt. Ich kann mich nicht einmischen. Warum bist du dann hier? Um zu sehen, wie es dir geht. Glaube mir. Ich wünschte, dass ich eingreifen könnte. Ich würde bei deiner Heilung einen weit besseren Job machen als May. Ich verfiel in Schweigen. Meine Gedanken rasten. Warst du gestern hier? Und weshalb? Ich werde es auch nicht als Einmischung auffassen. Aber sag mir einfach, ob du es warst. Kata sah nicht besonders oft verwirrt aus. Wenn überhaupt, dann war er, er derjenige, der die Gedanken von anderen durcheinander brachte. Ich glaube, unter normalen Umständen, wenn die unsterblichen Angelegenheiten in Seattle nicht in der Schwebe gewesen wären, dann hätte er sich selbst verstellt und seine Irritation überspielt. Doch jetzt schüttelte er einfach nur irritiert den Kopf. Wovon sprichst du? Nachdem Nanette mich zusammengeschlagen hatte, war jemand hier. Ein Mann. Er brachte mich ins Bett und verständigte Hugh. Das war ich nicht. Technisch gesehen wäre es keine Einmischung. Georgina, sagt er streng. Hör mir zu. Ich war es nicht. Ich hielt seinen Blick stand und er zitterte unter der Intensität seiner Augen. Sie waren grau, jedoch nicht wie Dantes, die mit bleischweren Wolken an einem Wintertag wirkten, sondern von einem leuchtenden Silber. Du warst es nicht, sagte ich schließlich. Er hatte mir direkt geantwortet, ohne die Halbwahrheiten und Ausflüchte, die Engel gewöhnlich anwendeten. Er hatte direkt geantwortet und der Engel konnte nicht lügen. Ich vermute, du hast dann auch nicht den Herd in die Luft gesprengt? Nein. Wer war es dann? In Vancouver hast du gesagt, dass du versuchen würdest, mich zu beschützen. Also habe ich vermutet, dass du es warst. Es ist doch möglich, dass der Herd wegen eines Gaslecks explodiert ist. Ja, vielleicht, knurrte ich. Er strahlte und verwandelte sich dabei sofort wieder in den spöttischen Engel, den ich so gut kannte. Glaubt mir, Tochter der Lilith, ich wünschte, dass ich mich rühmen könnte, diese Dinge getan zu haben. Und wenn es darauf ankommt und ich in der Lage dazu bin, dann werde ich versuchen, dich zu beschützen. Aber derweil muss ich mich aus allem heraushalten. Von Hausbesuchen einmal abgesehen, sagte ich. Nur ein Freundschaftsbesuch. Er zwinkerte und stand auf. Ich wünschte wirklich, ich könnte mehr tun, aber du musst einen anderen Weg finden. Und was immer du dir am Ende einfallen lässt, sei vorsichtig dabei. Du versuchst nicht, mich davon abzubringen? Er hob eine Augenbraue. Sollte ich das denn? Nein, sinnierte ich. Aber alle anderen versuchen es. Sie sagen, es sei zu gefährlich. Es ist gefährlich. Aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Und weißt du was? Ich denke, dass du die Einzige bist, die die Fähigkeiten und das Bestreben hat, uns aus diesem Schlamassel wieder herauszuholen. Viel Glück, Georgina. Und geh nicht vor die Tür, bevor du nicht deine Frisur noch einmal überprüft hast. Er verschwand. Verdammter Engel. In diesem Augenblick bemerkte ich, dass ich das heftige Verlangen nicht bloß nach zuckrigen Süßigkeiten, sondern nach richtigem Essen hatte. Da meine Küche wie gewöhnlich nur käglich ausgestattet war, beschloss ich, es zu riskieren und nach draußen zu gehen, um etwas zu essen zu besorgen. Ich war müde und sicher nicht in der Lage, einen Marathon zu laufen, aber Mays Heilkräfte hatten schon einiges bewirkt. Ich konnte den Weg zu einem einen Block entfernten China-Restaurant schaffen. Ich gab meine Bestellung auf und bis ich aus meinem Bademantel und aus der Tür draußen war, war das Essen schon fertig. Ich ging auch noch in einen kleinen Lebensmittelladen und besorgte mir eine Limonade. Am Ende brauchte ich für die ganze Unternehmung keine 30 Minuten. Nach Aubreys Gesichtsausdruck zu urteilen, hätte ich auch einen ganzen Tag fort gewesen sein können, aber im Grunde war sie nur auf meinen Orangenhühnchen scharf. Ich zog wieder meinen Bademantel an und aß entspannt mein Essen, während ich darüber nachdachte, was ich mit meinem Tag anfangen sollte. Wie ich schon zu Dante gesagt hatte, wollte ich nicht in der Stadt herumlaufen, aber ich wollte Hinweise zu dem Medaillon finden. Eric war, was das anging, wahrscheinlich mein bestes Pferd im Stall und ich hoffte, dass er die Symbole nach meiner telefonischen Beschreibung identifizieren konnte. Bevor ich jedoch dazu kam, hörte ich ein Klopfen an meiner Tür. Ich erwartete, dass es Hugh war, der mir einen Hausbesuch abstattete, aber zu meiner Verblüffung musste ich feststellen, dass es Seth war. Hey, sagte ich und trat zur Seite, damit er hereinkommen konnte. Hey, erwiderte er. Ich stopfte meine Hände in die Taschen meines schmuddeligen Bademantels und wünschte mir sehnlichst, nicht sofort schnell wieder zu meinen bequemen Kleidern gewechselt zu haben. Meine Haare waren wahrscheinlich sowieso schon jenseits von Gut und Böse, also war es sinnlos, sich darüber Gedanken zu machen. Wie geht's? Okay. Er sah mir direkt in die Augen, das hatte er schon lange nicht mehr getan. Mir lief ein Schauer den Rücken herunter. Ich war nur gerade in der Nähe und wollte, also ich meine, er seufzte. Ich wollte mich nur wegen dem, was gestern passiert ist, entschuldigen. Gestern, der Kuss. Nur eine Dämonenattacke hatte das in den Schatten stellen können. Ich schüttelte meinen Kopf und versuchte mich nicht daran zu erinnern, wie ich diesen Kuss bis in meine Zehenspitzen gespürt hatte. Es gibt nichts, wofür du dich entschuldigen müsstest. Ich denke, es war genauso meine Schuld. Außerdem ist ja nichts passiert. Nichts? fragte er und sah dabei gleichzeitig überrascht und verletzt aus. Also ich meine nicht nichts, fügte ich eilig hinzu. Aber wir waren beide irgendwie aufgeregt und die Dinge haben sich etwas verrückt entwickelt. Und naja, wie ich bereits sagte, es gibt nichts, wofür wir uns entschuldigen müssten. Okay, ich bin froh, dass du nicht sauer bist. Ich möchte nicht, dass da, naja, dass da etwas zwischen uns steht. Ich dachte an all die Streitereien und Auseinandersetzungen. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir diesen Zustand schon erreicht haben. Ich meine, sag selber, glaubst du wirklich, dass zwischen uns beiden jemals wieder alles normal und freundschaftlich sein wird? Ja, sagte er ganz offen. Ganz egal, welche romantischen Dinge passiert oder nicht passiert sind. Ich habe immer noch das Gefühl, dass es da etwas zwischen uns gibt. So etwas wie eine Verbindung, meine ich. Ich habe das Gefühl, dass wir dazu bestimmt sind, immer ein wichtiger Teil im Leben des Anderen zu sein. Du bist mein Leben, dachte ich bei mir und sah schnell von ihm fort, so als hätte er mich hören können. Bereust du es? fragte ich, bevor ich es überhaupt realisierte. Bereuen? Dass es zu Ende ist. Ich sah wieder zu ihm und fürchtete mich vor seiner Antwort, wie auch immer sie lauten mochte. Ich bereue, also ich bereue nicht, dich vor zukünftigen Verletzungen bewahrt zu haben. Ich bedauere den Schmerz, den ich dir zugefügt habe, wenn ich gewusst hätte, wie du reagieren, wie du dich hineinsteigern würdest. Das darfst du so nicht sehen, sagte ich hastig. Das ist nicht deine Schuld. Es verblüffte mich, dass ich das so sagte, aber es war die Wahrheit. Mein schlechtes Benehmen in den letzten Monaten hatte ich mir selbst zuzuschreiben. Ich kann es nicht ändern. Ich werde mir immer Sorgen um dich machen. Wie gesagt, ich fühle, dass wir verbunden sind, egal was auch passiert. Als ginge es nicht nur um uns beide, sondern als ob eine höhere Macht dahinter steht. Es sieht so aus, wie... Ach, vergiss es. Ich trat auf ihn zu und hielt meinen Blick auf ihn gerichtet. Sag es mir. Es sieht so aus, er hob die Schultern, nicht mehr mit dir zusammen zu sein, macht mein Leben einfacher. Aber manchmal fühlt es sich unvollständig an, als würde ein Teil von mir fehlen. Und das findest du einfacher? Du musstest dir so vorstellen, als würdest du im Lotto gewinnen und als hättest du Menschen, die sich um all deine Wünschen kümmern. Aber der Preis dafür ist, keine Ahnung, dass du dir ein Bein amputieren lassen musst. Wow, was für eine Metaphorik. Du hättest Schriftsteller werden sollen. Er grinste. Ja, ja, aber du verstehst, was ich damit meine. Außer, dass mir ein Teil meines Lebens fehlte und alles schwerer geworden war und nicht einfacher. Du hast wenigstens Maddie. Du hast Dante. Dante ist nicht Maddie, das kannst du mir glauben. Zugegeben, sie ist toll. Sie bedeutet mir viel. Ich liebe sie. Ich weiß nicht, es ist alles einfach anders. Wir verfielen in Schweigen, aber dieses Mal war es angenehm. Du lieber Himmel, ich kann es nicht glauben, dass wir gerade ganz rational diskutieren. Siehst du, Freunde zu sein, ist gar nicht so schwer. Daran hatte ich meine Zweifel. Vermutlich. Keine Sorge, wir bemühen uns weiterhin und in Kürze gründen wir ein Bowling-Team oder sowas. Er sprach es leicht hin aus, aber in seiner Stimme lag ein Unterton, der seine Worte Lügen strafte. Befreundet zu sein war auch für Seth schwierig. Ich bedeutete ihm immer noch etwas und er litt genau wie ich unter dieser Trennung. Das zu sehen, erweichte etwas in mir. Hey, es ist schon okay, wir kriegen es hin. Ich hob die Arme, um ihn zu drücken und er erwiderte automatisch meine Umarmung. In seinen Armen fühlte ich mich warm und sicher und am richtigen Platz, bis er beiläufig meinen Rücken berührte. Ich schrie auf und riss mich los, als der Schmerz durch mich hindurch schoss. Wir fuhren auseinander und er sah mich alarmiert an. Was ist los? Bist du in Ordnung? Das ist kompliziert. Meine Standardantwort auf unangenehme Fragen. Georgina. Es ist nichts, mach dir keine Gedanken. Er ging auf mich zu, hob eine Hand, zog sie dann aber wieder zurück. Sein Blick war intensiv. Bist du verletzt? Ich versuchte mich außerhalb seiner Reichweite zu halten. Sieh mal, ich wurde gestern in einen Kampf verwickelt und ich leide unter einigen Spätfolgen. Aber es ist schon fast alles vorbei. Es gibt also nichts, weshalb du dir Sorgen machen müsstest. Du wurdest in einen Kampf verwickelt? Mit wem? Mit Nanette, ich habe dir schon gesagt, das ist nichts. Wer ist Nanette? Sie ist ein Dämon. Er warf mir einen abschätzenden Blick zu. Ein Dämon? Ein ausgewachsener Dämon? So etwas in der Art. Lass mich deinen Rücken sehen. Seth. Georgina, lass mich deinen Rücken sehen. In seinen Worten schwang Wut. Nicht meinetwegen, sondern wegen der Vorstellung, dass jemand mir wehtun könnte. Das erinnerte mich ein wenig an Dantes Reaktion, wenn auch Dante immer etwas Wut in sich truht. Das war normal. Aber zu sehen, wie sie in Seth erwacht war, ihn so leidenschaftlich und bestimmt zu erleben. Langsam, ganz langsam drehte ich mich um, öffnete meinen Bademantel und ließ ihn halb über meinen Rücken gleiten. Ich hörte, wie Seth wegen dem, was er dort sah, nach Luft schnappte. Und einen Augenblick später trat er heran, schob mein Haar vor meinem Rücken, um ihn besser sehen zu können. Ich zitterte, als seine Hände meine Haut berührten. Georgina, das ist schrecklich. Es war schon schlimmer, sagte ich ganz beiläufig und hoffte, damit seine Besorgnis abzumildern. Doch dann wurde mir klar, dass ich es so noch verstärkte. Schlimmer? Ich zog den Bademantel wieder hoch und drehte mich wieder um. May hat mich geheilt. Mir geht es gut. Ja, genau. So sieht es auch aus. Du musst dir keine Sorgen machen. Keine Sorgen machen? Seine Augen waren erfüllt von Ungläubigkeit. Sogar wenn du normal bist, dann könnte dich ein Dämon immer noch töten, richtig? Schon. Seth legte seine Hand an die Stirn und stöhnte. So ist das also, oder? Was? Das, was du meinetwegen durchgemacht hast, in der Angst zu leben, dass ich sterben könnte, innerlich davon in Stücke gerissen zu werden. Ich antwortete nicht sofort. Du musst dir keinen Kopfzerbrechen meinetwegen machen. Es wird sich alles klären. Hat diese Nanette das getan, weil du Detektiv spielst? Ich nickte und bedachte ihm mit einem schiefen Lächeln. Gefällt dir immer noch, dass ich so mutig bin? Er trat näher an mich heran und sah mich derart ernsthaft von oben bis unten an, dass mir das Lächeln verging. Sogar nach dem, was passiert ist, wirst du nicht aufhören, oder? Du wirst weitermachen und versuchen, Jerome zu finden. Willst du, dass ich damit aufhöre? Das klang genau wie das Gespräch, das sich vorhin mit Dante geführt hatte, als er mir klargemacht hatte, dass er mich für eine Idiotin hielt, wenn ich meine Suche fortsetzte. Seths Antwort ließ auf sich warten. Ich will nicht, dass dir wehgetan wird. Aber ich kann dich verstehen und ich weiß, weshalb du das tun musst. Es ist alles Teil deiner seltsamen, couragierten Art, die so... Er sprach nicht zu Ende, aber ich nahm die Qualen in seinen Augen wahr, den Kummer und den Herzschmerz darüber, dass mir etwas zustoßen könnte. Aber dazu mischte sich auch noch etwas anderes. Stolz. Zuneigung. Ich legte wieder die Arme um ihn, dieses Mal um ihn zu trösten. Hey, es wird alles gut. Mir wird es gut gehen. Seine Hände lagen aus Rücksicht auf meinen Rücken, an meinen Hüften, aber ehrlich gesagt bemerkte ich das kaum. Meine Aufmerksamkeit konzentrierte sich auf seine Lippen, die er gegen meine Wange drückte. Georgina, Georgina, flüsterte er meiner Haut. Du bist unglaublich. Und wie schon im Auto wusste ich nicht, wer nun genau daran schuld war, dass sich unsere Lippen trafen und wir uns wieder küssten. Doch im Gegensatz zum letzten Mal rissen wir uns nicht schockiert voneinander los. Wir küssen uns weiter und weiter. Seine Lippen waren betörend und es kam mir vor, als wären sie genau für meine Lippen gemacht worden. Auch wenn seine Umarmung noch weiter sanft war, pressten sich unsere Körper aneinander. Und während wir uns weiterhin küssten, hatte ich wieder dieses Gefühl. Das war ein absolut reiner Kuss. Nur ein Ausdruck der Liebe zwischen zwei Menschen ohne schlimme Nebenwirkungen, ohne dass einem von beiden die Seele geraubt wurde. Je länger das dauerte, desto erstaunter war ich. Als Sukobus hätte ich inzwischen schon seine Energie geschmeckt und seine Gefühle gefühlt, aber diesmal nicht. Ich war allein in meinem Kopf und labte mich nur an seinem Körper und nicht an seiner Seele. Wir zogen uns ein wenig voneinander zurück, legte seine Hände auf meine Wangen und strich mir einige Haare aus dem Gesicht. Georgina, du bist wunderschön. Wir zogen uns ein wenig voneinander zurück. Er legte seine Hände auf meine Wange und strich mir einige Haare aus dem Gesicht. Georgina, du bist wunderschön. Wir küssten uns erneut und es war so süß und so rein und es schien beinahe unglaublich. Ich hatte schon lange keine körperlichen Empfindungen mehr gehabt, die ich als süß oder rein hätte bezeichnen können, nicht, seit ich einst sterblich gewesen war. Aber jetzt war es so. Und mit rein meinte ich nicht asexuell, denn mein Körper war definitiv aufgewacht und sehnte sich nach seinem. Aber es war in der Hinsicht rein, dass es keine unterschwelligen Automatismen gab, nur unsere Gefühle. Meine Liebe für ihn war der Antrieb und als er seine Hände an meinen Armen hinab wieder auf meine Hüften gleiten ließ, war es die Gewissheit, dass Seth das tat, die alles so bedeutungsvoll werden ließ. Seine Hände wanderten vorsichtig zum Bademantelgürtel und öffneten den Knoten. Er unterbrach den Kuss und beobachtete dabei genau mein Gesicht, während er zögerlich, beinahe ehrfürchtig, den Mantel hinabgleiten ließ. Er fiel zu Boden und ich trat zur Seite. Seth bewegte sich mit mir, streichelte mit seinen Fingern meine Arme und lehnte sich vor, um meinen Hals zu küssen. Ich beugte meinen Kopf zurück, während ich mit meinen eigenen Händen begann, sein T-Shirt hochzuschieben. Als ich es zur Hälfte hochgezogen hatte, hielt er kurz inne und zog es sich ganz aus. Dann waren seine Hände wieder an meiner Taille, sie glätten hinab und spürten der Rundung meiner Hüften nach. Ich hatte einen einfachen Baumwollslip an, wenigstens war er sexy geschnitten. Und seine Fingerspitzen folgten seinen Rändern an meinen Schenkeln entlang. Dabei waren seine Berührungen zart und auch aufgeladen vor zitternder Energie. Ich glaube nicht, dass ich genauso zärtlich war. Ich hungerte danach, ihn zu berühren. Begierig danach, mit meinen Händen die Konturen seiner Brust und die senigen Muskeln seines Bauches zu ertasten. Ich wollte ihn küssen und schmecken und mich ganz in ihm verlieren. Ich begann in mein Schlafzimmer zurückzuweichen. Er folgte mir und zauderte kurz, als wir das Bett erreichten und uns setzten. Du kannst nicht, begann er. Ich kann mich hinlegen, sagte ich und tat genau das. Ich kann mich nur nicht hinwerfen oder ähnliches. Nachdem er mich einen Augenblick lang gemustert hatte, um herauszufinden, ob ich die Wahrheit sagte, zog er seine Jeans aus und legte sich neben mich. Ich rollte mich etwas auf die Seite und rückte mich wieder an ihn. Wir küssen uns wieder. Wir taten nichts weiter, schmiegten nur unsere beinahe nackten Körper aneinander. Die Art, wie sich unsere Haut berührte, war berauschend. Niemals, niemals hätte ich mir vorstellen können, dass es wirklich passieren könnte. Mit unseren Händen erkundeten wir einander, erspürten jede Kurve und Linie, die uns bisher immer verwehrt gewesen war. Jede Geste zwischen uns war herrlich. Jede Zärtlichkeit war wie ein Gebet. Wir betrachteten unsere Körper mit Erstaunen und Freude. Als ich meine Hände an dem Bund seiner Boxershorts gleiten ließ, bemerkte ich, wie seine bereits an meinem Hülschen zogen. Wir brauchten keine Worte. Und als wir völlig nackt waren, schlang ich meine Arme um ihn, zog ihn an mich heran und suchte die Erfüllung mit ihm, von der ich so lange geträumt hatte. Zu meiner Überraschung entzog er sich jedoch meinen Armen und rutschte zum Fußende des Bettes hinunter. Was tust du da? fragte ich. Das, sagte er. Er schob sanft meine Beine auseinander und ich fühlte, wie er die Innenseite meiner Schenkel mit leichten, zarten Küssen bedeckte. Sein warmer Mund wanderte weiter und weiter nach oben. Das Feuer, das diese zarten Berührungen mit der Zunge durch meinen Körper schickte, ließ mich aufstöhnen. Sie war so leicht und doch machtvoll. Ich war so trunken gewesen von der einfachen Tatsache, dass wir uns berühren konnten, dass ich nicht bemerkt hatte, wie erregt ich bereits war. Ich war feucht und voller Verlangen und unter seiner Berührung zerschmolz ich beinahe. Er hob dem Mund etwas an. Weißt du eigentlich, wie lange ich hiervon geträumt habe, dich zu berühren, dich schmecken zu können? Ich bekam keine Gelegenheit, seine rhetorische Frage zu erwägen, denn seine Lippen widmeten sich wieder ganz mir, saugten und leckten und irgendwie unendlich sanft und gleichzeitig brennend heiß. Ich schloss die Augen und verlor mich in dem Genuss, wie Seth mich dem Höhepunkt näher und näher brachte. Als sich meine Muskeln anspannten und meine Schreie häufiger wurden, verstärkte er seine Bewegung, seine Zunge tanzte und reizte mich noch nachdrücklicher und schneller. Ich wollte mich zurückhalten, es in die Länge ziehen, wie ich es mit seinen Büchern tat, aber ich konnte es nicht. Mein Höhepunkt traf mich heftig und schnell und als ich kam, stöhnte ich lang und tief. Und die ganze Zeit über behielt Seth seinen Mund dort, wo er war, und weigerte, sich loszulassen, während sich mein Körper durchbog und unter den Funken der Ekstase, die durch ihn flossen, erzitterte. Als ich mein Körper schließlich beruhigte, zog er sich wieder hoch, kehrte an meine Seite zurück und bedeckte meine Brust mit weiteren winzigen Küssen. Ich näherte mein Gesicht dem Seinen und tauschte die vielen kleinen Küsse gegen einen großen. Sein Mund schmeckte nach mir und ich öffnete meine Lippen weiter und weiter, während sich unsere Zungen gegenseitig streichelten. Ich war vielleicht schon gekommen, aber zwischen meinen Beinen brannte noch immer ein Feuer und ich brauchte ihn. Ich presste mich an ihn und schlang meine Beine um ihn, sodass zwischen unseren Hüften kaum noch Platz war. Georgina, sagte er im warnenden Ton. Dass ich begriff, dass er sich keine Gedanken machte, ob er um Erlaubnis für das, was als nächstes passieren würde, bitten sollte, war ein erneutes Zeichen dafür, wie gut wir uns kannten. Er machte sich wieder wegen meines Rückens Sorgen. Also ließ ich ihn los, rollte ihn auf seinen Rücken und setzte mich mit einem kleinen Lächeln auf ihn. Er antwortete ebenfalls mit einem Lächeln und amüsierte sich über meine praktische Lösung. Als wir uns in die Augen sahen, war ich wieder von den Emotionen dieser Erfahrung überwältigt, davon, wie unbeschreiblich es war, endlich jemanden, den ich liebte, berühren zu können. Ich hatte schreckliche Angst davor gehabt zu sterben, aber jetzt erkannte ich, dass ich mich nur davor gefürchtet hatte, sinnlos zu sterben. Für Seth, um ihn zu retten, hätte ich mit Freuden mein Leben gegeben. Er war der Richtige. Etwas, das größer als wir beide war, verbannt uns. Bestärkt durch diese Erkenntnis, ließ ich meine Hüften nach unten gleiten und verbannt uns endlich. Ich fühlte, wie er in mich hineinfuhr, wie er mich ausfüllte. Wir hielten beide inne, atem- und bewegungslos und erwarteten beinahe, dass etwas passieren oder dass es zu Ende war. Doch nichts geschah. Und nun zögerte ich nicht länger. Langsam bewegte ich meine Hüften auf und ab und kostete das Gefühl aus, wie er in mir und unter mir war und wie er in mich hinein und wieder aus mir herausglitt. Meine Hände lagen auf seiner Brust und seine auf meinen Hüften. Unsere Blicke ruhten ineinander, niemals wankend, niemals verloren wir den Augenkontakt. Wie soll ich Sex mit Seth beschreiben? Das ist schwer. Es war mit nichts vergleichbar, was mir während meiner Existenz als Sucrobus widerfahren war. Irgendwo in den Tiefen meines Gedächtnisses halten Erinnerung an meine Ehe nach, als ich und mein Ehemann noch glücklich miteinander gewesen waren. Allem anderen, das darauf gefolgt war, hatte etwas gefehlt, bis jetzt. Jede Bewegung und jede Berührung zwischen ihm und mir war ein Traum, ein Wunder. Die Intensität unserer Liebe nahm stetig zu, mein Verlangen nach ihm wurde stärker und stärker und ich ritt ihn wild und dennoch sanft und erfüllt von der Liebe, die zwischen uns brannte. Ich liebte es, wie er sich anfühlte. Ich liebte, wie ich ihn in mich hineinstoßen lassen konnte, hart und tief. Und doch, es ist nicht genug, murmelte ich. Wir sind uns noch immer nicht nah genug. Das war vielleicht ein dummer Gedanke, da wir uns doch gerade so nah waren, wie zwei Menschen es nur sein konnten. Doch er begriff. Ich weiß. Ich weiß, wir werden uns nie nah genug sein. Ich strahlte vor Verzückung und als er kam, krümmte sich sein Körper dem meinem entgegen. Ich beugte mich vor und verstärkte den Rhythmus und die Intensität. Ich wollte ihm unbedingt noch näher sein und so viel von ihm haben, wie ich konnte. Sein Mund öffnete sich zu einem kleinen Stöhnen, das meinem vorherigen glich. Er wollte instinktiv die Augen schließen, doch er öffnete sie sofort wieder und sah mir weiterhin direkt in die Augen. Wir sahen nicht fort voneinander, wichen dem, was wir fühlten, nicht aus. Während ich in seine Augen starrte und das Zittern seines Körpers abebte, schien eine Energie zwischen unseren Seelen zu knistern, die nichts mit den seelenraubenden Succubuskräften zu tun hatte. Vorsichtig ließ ich mich von ihm heruntergleiten und legte mich wieder auf die Seite, wobei ich seinen Körper mit meinem bedeckte. Ich ertrank in den Gefühlen und Emotionen. Georgina, raunte er und zog mich an sich. Du bist die Welt. Das hatte ich zuvor schon einmal gehört, doch ich war zu überwältigt, um mir Gedanken darüber zu machen. Ich war zu sehr in Seth versunken. Was ich stattdessen sagte, war zwar unoriginell, jedoch die absolute Wahrheit. Ich liebe dich. Als es vorüber war, blieb ich auf meiner Seite liegen und bettete meine Wange an seine Brust. Sein Herz schlug kräftig unter meinen Händen und der Duft seiner Haut und seines Schweißes überwältigten mich geradezu. Ich lag völlig still und wagte kaum zu atmen. Ich fürchtete, wenn ich mich zu sehr bewegte, würde ich die Magie dieses Augenblicks zerstören, diesen Traum, in dem ich irgendwie hineingestolpert war. Langsam und vorsichtig strich Seth mit seinen Fingern durch mein Haar und zwirbelte, müßig einzelne Strähnen zu kringeln. Dann ließ er die Hand sinken und veränderte etwas seine Position, um mir einen Kuss auf die Stirn zu geben. Ich atmete aus und kuschelte mich an ihn und mir wurde klar, dass ich tatsächlich aus diesem Traum nicht einfach aufwachen würde. Zumindest dachte ich das, bis plötzlich sein Handy klingelte. Der Klingelton war Where the Streets have no name for you two, eigentlich kein besonders hartes oder misstönendes Lied, doch ich zuckte davor zurück. Einen Augenblick hielten wir beide den Atem an und waren wie versteinert. Ich wollte, dass das Telefon von Erdboden verschluckt wurde, dass es auf die gleiche Art und Weise ausradiert wurde, wie ich befürchtete, einmal von einem Dämon ausradiert zu werden. Es musste verschwinden, denn wenn es weiter klingen würde, dann würde das bedeuten, dass nichts von dem hier Wirklichkeit war, dass wir der Realität ins Auge sehen mussten. Doch es war bereits zu spät, die Magie war verflogen, das Telefon war real. Du solltest rangehen, sagte ich. Er zögerte zwei Herzschläge lang, seufzte und flocht sich dann aus meiner Umarmung, wobei er immer noch auf meinem Rücken achtgab. Er setzte sich auf die Bettkante, griff nach unten und zog das Telefon aus seiner Jeans-Tasche. Ich wälzte mich zur Seite, stützte mich auf meinen Ellenbogen und bewunderte die Form seines Körpers, während dieses seltsame, bitter-süße Gefühl sich in meinem Herzen ausbreitete. Ich wusste, ohne zu wissen, woher das Medium rief. Hey, ja, ich wurde aufgehalten mit. Seth stockte und ich spürte, dass gleich etwas Weltbewegendes geschehen würde. Ich hatte eine Idee für ein neues Kapitel. Ich schloss die Augen. Seitdem ich Seth kannte, hatte ich noch nie gehört, dass er gerade herausgelogen hatte. Richtig. Ja, okay. Ähm, ich werde jetzt aufbrechen. Schaffe es wahrscheinlich so in 20 Minuten. Mhm. Soll ich dich abholen, oder? Okay. Dann treffen wir uns dort. Er unterbrach die Verbindung und blieb sitzen, wobei er mir weiterhin den Rücken zuwandte und umklammerte das Telefon. Er saß zwar aufrecht, doch er hatte die Ausstrahlung eines Gebeugten, den eine Niederlage gebrochen hatte. Du musst gehen, fragte ich. Er sah mich an und in seinem Blick zeichnete sich seine Qual ab. Chajina. Ich brachte ein schwaches Lächeln zustande. Ist schon okay. Ich habe mich nicht täuschen lassen. Ich bin mir über die Situation im Klaren. Ich weiß, aber ich will, dass du begreifst, dass das, dass das nicht, er musste den Satz nicht beenden. Etwas, das ich an Seth immer besonders geliebt hatte, war seine offene und ehrliche Art. Gelegentlich hatte er es geschafft, seine Gefühle vor mir zu verbergen, doch meistens hatten sie sich deutlich auf seinem Gesicht abgezeichnet, wie auch dieses Mal. Mit einem einzigen Blick sah ich in sein Herz, sah, dass er nicht mit mir Sex gehabt hatte, weil ich leicht zu haben oder gerade verfügbar gewesen wäre. Er hatte es wegen seiner Gefühle für mich getan, weil er mich liebte, weil er mich immer noch liebte. Und dadurch wurde alles noch schlimmer. Ich weiß, sagte ich sanft. Nachdem er mich noch einmal auf die Stirn geküsst hatte, zog er seine Kleider an. Ich beobachte hungrig jede Bewegung, unsicher, ob ich jemals wieder etwas Vergleichbares sehen würde. Als er angezogen und bereit zum Aufbruch war, setzte er sich neben mich aufs Bett und spielte wieder mit meinen Haaren. Wieder flossen diese goldbraunen Augen über vor Emotionen. Er war überwältigt und verwirrt. Mir ging es genauso, aber ihm zuliebe versuchte ich stark und ihm gegenüber deutlich zu sein. Es ist okay, sagte ich. Es war wunderbar, fantastisch. Aber ich weiß, dass wir nicht und dass wir nie wieder so viel zu deutlich. Genau, stimmt er zu. Es war nur dieses eine Mal und es war perfekt. Nur dieses eine Mal, wiederholte er. Ich konnte aus dem Klang seiner Stimme nichts heraushören, aber etwas sagte mir, dass er damit nicht glücklich war. Ich war es genauso wenig. Doch mal ehrlich. Was konnten wir schon tun? Wir hatten uns der Leidenschaft hingegeben und jetzt musste er zurück zu seiner Freundin. Ende der Geschichte. Er zog meinen Kopf zurück und unsere Lippen trafen sich zu einem weichen, warmen Kuss. Er war nur kurz, einige Augenblicke, doch ich fühlte dieselbe Verbindung, die bis in unsere Seelen reichte, die ich auch empfunden hatte, als wir miteinander geschlafen hatten. Er erhob sich und betrachtete mich einen Moment länger, so als würde er mich vielleicht nie wiedersehen. Es kam mir etwas seltsam vor, so nackt vor ihm zu liegen, aber sein Gesichtsausdruck verriet mir, dass er mich für wunderschön hielt. Danach war er fort und ich blieb im Bett liegen, von meinen eigenen Gefühlen berauscht. Aubrey kam zu mir und rollte sich neben meinem Bein zusammen. War das genauso, wie es eigentlich sein sollte, Aubrey? Ich war unschlüssig. Mit Sicherheit war der Sex mit Seth genauso, wie ich es mir immer vorgestellt hatte. Aber jetzt, im Nachhinein, fehlte etwas. Nichts an dieser Situation war normal. Ich konnte sie mit keinem bisherigen Erlebnis vergleichen. Nachdem ich beinahe eine halbe Stunde ins Nichts gestarrt hatte und so keine Erkenntnis gekommen war, stand ich schließlich auf. Mir schwirrte der Kopf von dem, was geschehen war, und mein Körper brannte von dem, was Seth und ich getan hatten. Gewöhnlich duschte ich nach dem Sex gern, heute jedoch nicht. Ich roch Seth an mir, seinen Schweiß und sogar eine zarte Spur von seinem Leder- und Apfelrasierwasser, das man manchmal benutzte. Ich konnte es noch nicht ertragen, ihn von mir abzuwaschen. Darum zog ich den alten Baumwollbademantel wieder an. Er sah zwar schmuddelig aus, doch sein Stoff war weich an meiner verletzten Haut. Als ich gerade im Begriff war, das Zimmer zu verlassen, bemerkte ich das Foto des Medaillons auf dem Boden. Ich hob es in der Absicht auf, es auf meinen Nachttisch zu legen. Er starrte jedoch. Etwas war darauf geschrieben worden. In schöner Handschrift war mit einem schwarzen Marker geschrieben worden, Rauchquarz deutet auf die Erde oder die Einheit mit der Erde hin. Die Symbole auf dem Medaillon waren eingekreist worden und eine Linie führte von jedem Kreis zu einer kurzen Notiz. Dieses bedeutet Affinität zu Wasser, ein harmonischer, vermengender Zustand. Dieses ist dem des Wassers ähnlich, außer, dass es sich auf die Erde bezieht. Dieses ist ein maskierendes Symbol, das das Objekt, das es beschützt, abschirmt und das Siegel verstärkt. Dieses ist seltsam. Es bedeutet leere oder weiße, vielleicht weißen Sand oder Steine. Dieses ist das Symbol für Tränen. Kombiniert man es mit dem Zeichen für Wasser, deutet es wahrscheinlich auf Salzwasser hin. Ich las die Notizen noch drei weitere Male durch. Wo waren sie hergekommen? Wann war das passiert? Ich verfolgte meine eigenen Schritte zurück und versuchte zu ergründen, was ich nicht mitbekommen hatte. Als ich es Dante gezeigt hatte, war noch keine Schrift darauf gewesen. Der wahrscheinlichste Zeitpunkt, der in Frage kam, war der, als ich unterwegs war, um etwas zu essen zu besorgen. Theoretisch hätte auch jemand in meine Wohnung einbrechen und es tun können, während ich mit Kater am Wohnzimmer gesessen hatte. Aber sich an einem Engel vorbeizuschleichen schien mir doch eher unwahrscheinlich. War es möglich, dass Kater mir vielleicht doch geholfen hatte? Er sagte immer wieder, dass er es nicht konnte. Er hatte sogar rundweg geleugnet, an meinen diversen Rettungen beteiligt gewesen zu sein. Aber das Timing in diesem Fall war schon ein sehr großer Zufall. Ich starrte weiterhin auf die Symbole, auf die Notizen und auf die Abbildung des Siegels. Wer das geschrieben hatte, war momentan nicht wichtig. Wenn die Anmerkungen korrekt waren, dann musste ich sie benutzen, um Jerome zu finden. Kater hatte gesagt, dass das Siegel zwei Zwecken diente. Einer war, dem Gefäß Kraft zu geben. Der andere war, als eine Art Schloss zu dienen, mit dem man das Gefäß aufschließen konnte, um Jerome zu befreien. Die Bruchstücke des Siegels an sich waren bei dem Dämon und dem Beschwörer. Doch die Symbole sollten einen Hinweis auf das Versteck des Gefäßes geben. Wahrscheinlich waren diese Symbole dazu benutzt worden, um Jerome zu verstecken, indem sie dem Gefäß eine Art Energie verliehen, die mit dem Ort des Versteckes in Verbindung standen und halfen, Jeromes Gegenwart zu unterdrücken und zu verbergen. Eine Affinität zur Erde ebenso wie Zeichen für Wasser und Salzwasser im Besonderen. Viele Orte, die von Energie durchdrungen waren, neigten dazu, wild und naturbelassen zu sein, wenn auch einige von ihnen zu Zentren der Zivilisation und des Lebens geworden waren. Pike Place Market in der Innenstadt von Seattle war zum Beispiel ein solcher uralter Kraftort, der von Menschen komplett zugebaut worden war. Aber diese Symbole, worauf deuteten sie hin? Offensichtlich auf einen Ort in der Nähe von Salzwasser. Das Gefäß war sehr wahrscheinlich nah genug am Wasser, damit die Symbole im Einklang damit schwangen und seine Lage tarnten. Und der Platz an der Erde? War es vielleicht im Boden vergraben? Lag Jerome an irgendeinem Strand in der Nähe des Ozeans begraben? Sicher wollten Jeromes Kidnapper ihn in ihrer Nähe wissen, aber nichtsdestotrotz zog sich der Pazifik an der ganzen westlichen Hälfte von Washington entlang. Das war einiges an Strand und ich wusste, dass es dort mehrere Kraftplätze gab. Und ich kannte keine Strände mit weißem Sand in dieser Gegend, aber sicher sein konnte ich mir erst nach weiteren Nachforschungen. Ächzend legte ich mich wieder auf mein Bett und hielt das Bild in den Händen. Die Notizen hatten zwar das Versteck etwas eingegrenzt, aber damit wurde noch immer ein ziemlich großes Gebiet abgedeckt. Aber was konnte ich tun? Ich musste das Gefäß finden, lieber früher als später, oder Seattle würde einen neuen Erzdämonen bekommen. Ich begutachtete weiterhin das Foto und versuchte, ihm weitere Informationen abzutrotzen. Nichts. Nur das Medaillon, die mysteriösen Randnotizen und Marys Katalogisierungsbemerkung, die mir wenig sagten. Ich zog die Stirn in Falten und las noch einmal die Überschrift. Sie war kurz, enthielt lediglich die Materialien, den Namen und das Datum, an dem das Medaillon angefertigt und abgeholt worden war. Aber das Datum, zu dem es fertiggestellt worden war, das Datum ging mir im Kopf herum. Weshalb? Es lag eine Woche zurück. Etwas an diesem Datum war wichtig, aber ich kam nicht darauf, was. Es fühlte sich an, als hätte in diese letzte Woche Jahre gedauert, aber ich zählte dennoch zurück und überdachte noch einmal meine jüngsten Aktivitäten. Da war es. Das Siegel war an dem Tag gemacht worden, nachdem ich zum ersten Mal nach Vancouver gefahren war. Der Tag, an dem der Vampirkampf stattgefunden hatte. Wäre die Erschaffung des Siegels auf dem Radar irgendeines Unsterblichen aufgetaucht? Ich war mir nicht sicher, aber wenn ja, dann wären Jerome, Grace und May damit beschäftigt gewesen, den darauffolgenden Vampirschlamassel zu bereinigen. Ablenkungsmanöver. Von dort aus begannen noch weitere Dinge in meinem Kopf sich zu formeln. Ich dachte an die Armee der Finsternis zurück und fragte mich, welche Geschehnisse ihren Aktionen gegenüberstanden. Das Event im Queen Elizabeth Park passte zu dem Datum, an dem das Siegel abgeholt worden war. Und der Überraschungsbesuch der Armee in Seattle. Er war Jeromes Beschwörung vorausgegangen, aber niemand hätte die Aufmerksamkeit darauf lenken wollen, oder? Die Antwort war da. Ich konnte die Puzzleteile nur noch nicht richtig zusammensetzen. Die Armee hatte ihre Show veranstaltet. Jerome, Grace und May hatten ihr ihre volle Aufmerksamkeit gewidmet. Jerome wurde verbannt. Wo waren die anderen Spieler in diesem Spiel gewesen? Ich verließ das Bett und die schmerzhaften, verführerischen Erinnerungen. Ich fand mein Handy und wählte Christens Nummer. Hi Georgina, sagte sie höflich und geschäftigt wie immer. Hey, sagte ich, wie läuft's? Verrückt. Ich konnte mir vorstellen, wie sie ihr Gesicht verzog. Cedric ist höllisch gestresst. Kleines Wortspiel, wegen all der Dämonen in der Gegend. Wenigstens lenkt ihn dieser, dieser Sukobus ab. Tony? Wie auch immer sie heißt. Tatsächlich ist Cedric gerade eben mit ihr unterwegs. In Christens Stimme lag Bitterkeit und ein zarter Hauch Eifersucht. Ich erinnerte mich an ihre treue Hingabe an ihn und an den Ausdruck in ihrem Gesicht, als Cedric Torni um ein Date gebeten hatte. Zwar fühlte ich mit ihr, doch hatte ich genug Probleme mit meinem eigenen Liebesleben, mit dem ich fertig werden musste. Hm, ich wusste nicht, was ich sonst sagen sollte. Du, ich habe da eine Frage an dich. Weißt du, ob Cedric sich an dem Tag mit Jerome treffen wollte, an dem die Armee hier unten war? Ja, Cedric ist runtergefahren, nachdem du die Nachricht hinterlassen hast. Ich dachte, das wüsstest du. Nein, ich habe erst im Nachhinein davon erfahren und dann wurde die ganze Beschwörungssache wichtiger. Weshalb fühlst du das wissen? Ich zauderte. Ich mochte Kristen, aber ihre Loyalität gehörte eindeutig Cedric. Da kam mir der Gedanke, dass ich mich vielleicht bei Jo dafür entschuldigen musste, dass ich so felsenfest Cedrics Verwicklung zurückgewiesen hatte. Und noch ein anderer Gedanke kam mir in den Sinn. Ach, das ist eine lange Geschichte, sagte ich hastig. Weißt du, ob er viel mit Nanette zusammen war? Warum? Ihr Ton wurde jetzt misstrauisch. Ihr gefiel nicht, dass ich sie über ihren Boss ausfragte. Naja, gestern habe ich ihm berichtet, dass ich glaube, dass Nanette etwas mit Jeromes Verschwinden zu tun haben könnte. Er glaubte es nicht, aber er hat es ihr gesagt und sie wurde so richtig stinkig. Sie, sagen wir mal so, sie wurde rabiat und ich habe jetzt Narben, die das beweisen. Meine unsterblichen Freunde hatten angemerkt, dass Nanettes Angriff sie schuldig erscheinen ließ. Wenn Cedric sie genug aufgestachelt und sie zornig gemacht hatte, dann hätte sie das der Wohlwut entbrannt zu mir bringen können und damit wäre wieder die Aufmerksamkeit von Cedric abgelenkt gewesen. Ach, scheiße. Ich wollte nicht noch einen verdächtigen. Ich wollte nicht, dass es Cedric war. Nanette hatte sich bisher immer als bequeme Lösung angeboten. Kristen schwieg einige Sekunden. Das wusste ich nicht, sagte sie leise. Bist du in Ordnung? Ja, ziemlich. May hat das Schlimmste geheilt, aber ich bin immer noch etwas angeschlagen. Ich kann mir nicht vorstellen, Cedric hätte ihr das niemals gesagt, wenn er geahnt hätte, dass sowas passieren würde. Er mag dich. Er würde das nicht stillschweigend in Kauf nehmen. Das kann er nicht gewusst haben. Es tut mir leid. Sie war aufrichtig zerknirscht und der Gedanke, dass ihr Chef, wenn er auch ein Dämon und ein Diener des Bösen war, in etwas verwickelt war, das so schrecklich sich entwickelt hatte, tat ihr weh. Ist schon in Ordnung, sagte ich. Ich muss jetzt Schluss machen, aber danke für die Informationen. Hier geht es, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, auch etwas verrückt zu. Wir verabschiedeten uns und unterbrachen die Verbindung. Ich drehte das Telefon in meine Hand und fühlte mich überwältigt. Nanette war noch nicht vom Tisch, aber Cedric stand als Angeklagter gleich neben ihr, wenn er nicht sogar in der Reihe der Verdächtigen vor ihr kam. Wenn ich genug Beweise gehabt hätte, dann hätte ich möglicherweise Grace und May informieren können, aber so weit war ich noch nicht. Außerdem löste mein Wissen darüber, wer der Schuldige war, noch nicht mein unmittelbares Problem, Jerome zu finden. Ich sah wieder zu dem Foto herüber, das auf meinem Nachttisch lag. Es sah ganz danach aus, als müsste ich mich selbst auf die Suche nach Strandgut machen, auch wenn mir der Rücken weh tat. Als Dante an diesem Abend zurückkam, rannte ich ihn beinahe um. Succubus, sagte er und ließ mich meine Arme um ihn legen. Er achtete darauf, dass er seine Hände lediglich auf meinen Hüften ruhen ließ. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Mein Eifer hatte zweierlei Gründe. Ich war aufgeregt, ihn zu sehen, weil ich ihn über das Medaillon und die Kraftplätze ausquetschen wollte. Aber außerdem, nun ja, während des heutigen Tages hatte ich eine Menge Zeit gehabt, um über Seth und das, was zwischen uns passiert war, nachzudenken. Die Erinnerung an seinen Körper setzte meine noch immer in Flammen und mir verschlug es den Atem, wenn ich an diese fantastische Verbindung und das Gefühl von Richtigkeit zwischen uns zurückdachte. Und doch, was immer an Richtigkeit zwischen uns gewesen war, was wir getan hatten, war auch falsch gewesen. Er war mit Maddie zusammen, meiner Freundin. Als Seth und sie zum ersten Mal miteinander geschlafen hatten, war ich außer mir gewesen. Ich war kein bisschen anders. Tatsächlich hatte ich es auch noch vorsätzlich getan, was es noch schlimmer machte. Und ich musste Dante berücksichtigen. Dante, der mich trotz seiner dunklen, missmutigen Natur liebte und der nicht nur jemand sein wollte, mit dem ich Sex hatte, sondern der meine Achtung erringen wollte. Hier lag meine Zukunft, nicht bei Seth. Ich küßte Dante auf die Lippen und verweilte so einige Sekunden. Hey, ich hab dich vermisst. Sein Lächeln wurde ironisch. Sieh mich nicht so an, oder es dürfte mir schwerfallen, mich daran zu erinnern, dass du verletzt bist und ich lieber meine Hände von dir lassen sollte. Diese Worte lösten massive Schuldgefühle aus. Meine Verletzungen waren nicht so schlimm gewesen, dass sich Seth von mir ferngehalten hätten. Ich hätte Dante sagen können, dass es mir besser ging und dass es egal war. Doch aus irgendeinem Grund tat ich es nicht. Wir trennten uns und ich holte ihm das Bild mit dem Medaillon. Während ich ihm die gespenstischen Notizen zeigte und ihm eine Geschichte erzählte, starrte er es ungläubig an. Wie? Und du hast keine Ahnung, wie sie dort hingekommen sind oder wer es gewesen sein könnte? Nein, und momentan werde ich es auch nicht weiter hinterfragen. Er schüttelte den Kopf und sah noch immer schockiert aus. Also, ich wünschte, ich hätte das gewusst, bevor ich losgegangen bin. Es wäre deutlich einfacher gewesen, einfach auf unsichtbare Helfer zu warten, die ihre Hinweise hinterlassen. Ich erinnerte mich, dass er losgezogen war, um zu sehen, was er über das Medaillon herausfinden konnte. Was hast du erreicht? Er deutete auf das Bild. Das Gleiche. Ich legte meine Hand auf seine. Hey, tut mir leid, ich weiß deine Hilfe wirklich zu schätzen. Und wenn deine Nachforschungen dasselbe ergeben haben, dann bedeutet das wahrscheinlich, dass ich dem ihr trauen kann. Wie leicht, sagte er, und klang wegen der verschwendeten Zeit noch immer unglücklich. Und was wirst du jetzt tun? Etwas Verrücktes? Ich denke, ich werde nach Salzwasser und Stränden suchen. Dante stieß einen leisen Pfiff aus. Davon gibt es ja eine Menge, und abgesehen davon kannst du das Gefäß sowieso nicht identifizieren. Ich weiß, aber irgendwo muss ich doch anfangen. Kannst du mir helfen, eine Liste zu erstellen? Wir holten einen Atlas des nordwestlichen Pazifik-Gebiets aus meinem Auto und legten ihn auf den Küchentisch. Wir studierten jedes Detail, und jeder von uns markierte so viele Orte, wie er kannte. Dante kannte einige mehr als ich, was mich nicht sonderlich überraschte. Ich hatte einmal Eric Lancaster gegenüber erwähnt, dass die Menschen, die Religion studierten, mehr über sie wussten als die, die sie praktizierten. So verhierte es sich scheinbar auch mit den Angelegenheiten der Unsterblichen. Wir fanden zwölf Orte, die bequem im Rahmen eines Tagesausflugs erreichbar waren, und viele mehr, die weiter weglagen. Sieht so aus, als wäre dein Arbeitsplan fertig, sinnierte Dante. Wann wirst du mit der Suche beginnen? Inzwischen ist es zu dunkel. Ich starte betroffen auf die Karte. Morgen, denke ich. Kannst du mit mir kommen? Wie Kater schon erwähnt hatte, war ein Medium wie er, vielleicht in der Lage, etwas zu erspüren. Er zog ein langes Gesicht. Morgen nicht, ich habe tatsächlich einige Termine vereinbart. Verrückt, was? Ich kann übermorgen oder den Tag darauf mitkommen, wenn du noch warten kannst. Ich würde mich wohler fühlen, wenn du nicht allein gehen würdest. Es freute mich, dass sein Geschäft gut lief, doch die Verzögerung machte mich unglücklich. Ich glaube nicht, dass ich warten kann, aber mach dir keine Sorgen, ich werde jemanden finden. Das Gute daran ist, sagte er, um mich aufzuhaltern, dass ich morgen Geld haben werde. Wir können also schick ausgehen. Ich schaffte ein Lächeln. Oh ja, das wäre... Oh scheiße, ich kann nicht. Was ist denn? Mist, ich habe den Leuten im Laden versprochen, dass ich ihnen nach der Arbeitszeitserunterricht gebe. Sag es ab, sagte er geringschätzig. Soweit es ihnen anging, waren meine Tanzstunden nicht besonders wichtig. Sag ihnen, du wärst krank. Und das wäre keine wirkliche Lüge, aber ich hasste es, mein Wort zu brechen. Zudem konnte ich immer noch Maddys strahlendes Gesicht sehen und wie aufgeregt und glücklich sie gewesen war, als ich zugestimmt hatte, zu unterrichten. Wie konnte ich ihr das, nach all dem, was ich heute getan hatte, versagen? Nein, ich muss es machen. Lass uns jetzt essen gehen. Ich zahle. Er fuhr uns nach Beltaun und wir aßen die besten Meeresfrüchte, die es in Seattle gab. Wir lappten uns am Wein und an unserer Unterhaltung und ich bemerkte, dass meine Heilung sprunghaft voranschritt. Als wir wieder in meiner Wohnung waren und zu Bett gingen, kuschelte sich Dante an mich und küßte meine Nacken. Sieht so aus, als wärst du auf dem Weg der Besserung, bemerkte er und legte seine Lippen an mein Ohr. Wir könnten es tun. Ich könnte ganz vorsichtig sein. Überall um uns herum waren die Laken und Decken, in denen Seth und ich uns vorhin geliebt hatten. Der Gedanke daran drohte mich zu ersticken. Oh Gott, ich hätte die Bettwäsche wirklich waschen sollen. Ich schluckte und veränderte meine Lage, sodass ich Dante nicht in die Augen sehen musste. Vielleicht, aber ich würde lieber warten, damit wir nicht mehr vorsichtig sein müssen. Ich hoffte, dass ich genügend verführerisches Gurren in meine Stimme gelegt hatte, um glaubwürdig zu erscheinen. Dante seufzte und wollte mich glücklicherweise nicht bedrängen. Na gut. Er rollte sich herum und ließ mich schlafen, aber der Schlaf ließ noch eine ganze Weile auf sich warten. Am nächsten Morgen ging Dante zur Arbeit und ich rief gleich nach dem Frühstück Cody an. Hey, sagte ich, seid ihr immer noch Strandhasen? Darauf kannst du Gift nehmen, sagte er fröhlich. Einer unserer Nachbarn hat ein Segelboot und hat angeboten, uns mitzunehmen und so hatte ich mir das eigentlich nicht vorgestellt, unterbrach ich ihn. Anderthalb Stunden später wiederholte Peter meine Gedanken. So hatte ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Ich hatte sie dazu überredet, mich auf meiner Strandtour zu begleiten. Dummerweise war der Tag kalt und es sah nach Regen aus. Als wir in Dashpoint am Wasser entlang gingen, peitschte ein eisiger Wind die Wellen und blies uns schneidend ins Gesicht. Ich kuschelte mich in meine Jacke und musste an die vielen Male denken, als ich mir wie selbstverständlich einen dickeren Mantel herbeigezaubert hatte. Ich weiß, dass ihr glaubt, wir sind in den großen Ferien. Aber irgendwann werden wir wieder einen Erzdämon haben und mir wäre es lieber, wenn es Jerome wäre. Schon. Aber das hier ist nicht unbedingt ein wasserdichter Plan, argumentierte Peter. Eigentlich ist es doch so, dass wir nach dem Zufallprinzip Strände aufsuchen, in der Hoffnung, dort auf weißen Sand zu stoßen. Sieh dir das Zeug an. Es ist beige. Ist das nah genug an weiß für dich? Ich warf ihn einen Seitenblick zu. Du hast dich mit Kater über Denon Days Blau und Sommer Kobold gestritten. Sag du es mir. Gibt es einen Unterschied zwischen weiß und beige? Peter trat mit seinem Stiefel in den Sand. Das war Winter Kobold und Kater hatte Unrecht. Zwischen den beiden gibt es sehr wohl einen Unterschied. Cody und ich unterdrückten ein Grinsen und setzten unsere Wanderung fort. Der Dashpoint State Park liegt in der Nähe des Federal Way auf der Südseite des Pudget Sounds. Es erschien sinnvoll, unsere Suche hier zu beginnen und uns dann, der Küste entlang, wieder nach Seattle hochzuarbeiten. Das war schon der zweite Park an diesem Tag und bisher hatten wir noch nichts entdeckt, was zu den rätselhaften Hinweisen auf die Medaillon passte. Auf der Fahrt zum dritten Ort war Peter immer noch pessimistisch. Weißt du, die ganze Sache wäre viel einfacher, wenn wir deinen nichtsnutzigen Freund dabei hätten. Wir können momentan nur sichtbaren Hinweisen nachgeben. Wir brauchen jemanden, der tatsächlich die unsichtbare Macht erspüren kann, die das Gefäß umgibt. Dante hat bei der Arbeit viel zu tun, erklärte ich. Huch, sagte Coby grüblerisch. Ich hätte nie damit gerechnet, die Worte Arbeit und viel zu tun in Verbindung mit Dante zu hören. Sei ruhig, sagte ich. Überlass Hugh und Peter die Gehässigkeiten. Was ist mit Eric, fragte Peter. Er ist ein Medium. Ja, daran habe ich auch schon gedacht, aber er wird langsam alt und sein Rücken macht ihm Probleme. Ich möchte ihn nicht darum bitten, mit mir die Gegend abzulaufen, aber ich habe diese Möglichkeit noch nicht ganz ausgeschlossen. Und, sonst kennst du keine Medien? Nee, zumindest keine vertrauenswürdigen. Ich auch nicht, bekannte Peter, aber ich wette, dass Hugh jemanden kennt. Ja, da hast du wahrscheinlich... Ich schwieg mitten im Satz. Vielleicht kenne ich doch jemanden. Das war eine verrückte Idee und ich war mir auch noch gar nicht sicher, ob ich sie wirklich ernsthaft verfolgen sollte. Wen? fragte Cody. Ich schüttelte den Kopf und fuhr durch das Tor unseres nächsten State Parks. Das ist eine lange Geschichte. Da muss ich erst einmal dran arbeiten. Auch unser dritter Stopp erbrachte nichts, außer, dass Peter es nicht schaffte, den Sand aus seinen Stiefeln zu bekommen. Und zu diesem Zeitpunkt hatte es angefangen zu regnen und sogar meine Stimmung war auf dem Tiefpunkt. Die Sonne würde zwar erst in ein paar Stunden untergehen, doch der bedeckte Himmel verschluckte bereits ihr Licht. Ich blickte auf die Uhr und sah, dass die Tanzstunde bereits in bedrohliche Nähe gerückt war. Also fuhren wir in Richtung Norden und zurück nach Seattle. Ich setzte die Vampire bei ihrem Apartment ab und fuhr dann nach Hause, um mich fertig zu machen. Die Auswahl, die mir mein Kleiderschrank bot, schien mir alt und ausgelaugt, aber leider konnte ich mir keine aktuellen Modetrends herbeizaubern. Also wählte ich ein ärmelloses Minikleid mit einem hellen Muster aus orangefarbenen, grünen und schwarzen Blumen, die ineinander verliefen wie bei einem Aquarell. Es war etwas kürzer als für einen Tanz, bei dem man sich so viel bewegter angebracht war, aber die Farben erschienen mir für einen Tag wie diesen passend und aufmunternd. Gegen die Kälte wählte ich impulsiv schenkelange schwarze Strümpfe, um meine Beine zu wärmen. Mit ihnen, den schwarzen High Heels und den roten Lippenstift, betonte ich eher mein Sukobus-Ich als mein gesittetes Buchladen-Ich. Natürlich, wenn man es mit dem nötigen Outfit verglich, mit dem ich dort vor etwa einer Woche aufgetaucht war, dann war dieses hier erbrav. Doug zog mich natürlich noch damit auf, aber tief in meinem Inneren wusste ich, dass er dachte, dass ich heiß aussah. Es gab mir eine gewisse selbstgefällige Zufriedenheit, dass ich das ohne meine Gestaltwandlerfähigkeiten geschafft hatte. Zudem hatte ich heute Abend beinahe mein Haar abgefackelt, als ich versucht hatte, es mit einem Glätteisen zu plätten. Es sollte sich bloß jemand wagen, mich struppelig zu nennen. Maddy war entzückt und ihre Begeisterung sprang auf die anderen Angestellten über, die beschlossen hatten, für die Tanzstunde nach Ladenschluss zu bleiben. Einige von ihren Freunden waren ebenfalls aufgetaucht und so waren wir etwa ein Dutzend. Die Anzahl war gut und handhabbar. Wir schafften im ersten Stock Platz und stellten meinen tragbaren CD-Player auf. Cody hatte mir einmal zuvor geholfen, Zwing zu unterrichten, doch dieses Mal hatte ich nicht daran gedacht, seine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Stattdessen benutzte ich Duck als Anschauungsobjekt. Vielleicht lag es daran, dass er Musiker war. Jedenfalls hatte er ein gutes Rhythmusgefühl und erlernte die Bewegungen wirklich schnell. Eine halbe Stunde später traute ich ihm zu, dass er anderen helfen könnte und wir trennten uns, um mit unseren Schülern zu arbeiten. Trotz meines anfänglichen Zögerns, mich auf die Tanzstunde einzulassen, hatte ich Spaß und die meisten waren so nervös, weil sie ihren Chef anfassen mussten, dass ich mir keine Sorgen wegen meines Rückens machen musste. Maddy hatte trotz ihrer Begeisterung einige Probleme und beschwerte sich lauthals, als ihr Bruder zu ihr ging, um ihr zu helfen. Er zog sie mit sich und überließ mich ihrem bisherigen Tanzpartner, Seth. Ich wusste, dass er hier war, selbstverständlich, aber ich hatte versucht, seinen Blick auszuweichen. Jetzt ließ es sich nicht mehr vermeiden und wir standen linkisch voreinander, starrten uns an und keiner wusste, was er als nächstes tun sollte. Dann schaltete sich der Autopilot ein und ich hielt ihm meine Hände hin. Schließlich war ich die Lehrerin hier und da er einer der schlechtesten Tänzer auf der Tanzfläche war, war es ja nur natürlich, dass er meine Hilfe dringender als die anderen brauchte. Seth erhob ebenfalls seine Hände und als ich einen Schritt nach vorn machte, verfing sich mein Absatz im Teppich. Ich kniete mich hin, um ihn zu überprüfen und dachte mir dabei, dass es ziemlich peinlich wäre, wenn ich stolpern und hinfallen würde. Schließlich sollte ich ja das Vorbild an Grazie und Gleichgewichtsgefühl darstellen. Als ich aufsah, trafen sich Seth um einen Blick. Er sah auf mich herab und seine Miene war nicht länger schüchtern und verwehrt. Sein Ausdruck war abwägend und, naja, begehrlich. Als ich an mir herabblickte, bemerkte ich plötzlich, welchen Ausblick ich ihm bot. Er konnte mir tief ins Dekolleté spähen, das sowieso schon durch den tiefen Ausschnitt meines Kleides betont wurde. Durch das Hinknien war zusätzlich mein Rock hochgerutscht und erblößte die schwarzen, spitzenbesetzten Abschlüsse meiner Strümpfe. Ich weiß nicht, was er davon verführerischer fand, jedenfalls wanderte sein Blick über meinen ganzen Körper und überall, wo er mich damit berührte, wurde mir heiß. Ich erhob mich und nun fühlte ich mich verschüchtert und unsicher. Die Begierde stand ihm auf die Stirn geschrieben und es granzte an ein Wunder, das nicht alle im Raum es bemerkten. Er hielt wieder seine Hände vor sich und als wir uns berührten, schoss ein elektrischer Strom durch meinen Körper. Ich kam in den Rhythmus und führte ihn. Er war genauso schlecht, wie ich es in Erinnerung hatte, doch während ich ihn dazu anleitete, die richtigen Schritte zu machen, rieben sich notwendigerweise unsere Körper aneinander und ich musste daran denken, dass zwar beim Tanzen sein Rhythmusgefühl mangelhaft war, im Bett allerdings nichts von dieser Unkoordiniertheit zu spüren war. Für eine Minute sprach keiner von uns und ich war mir sicher, dass er derselben körperlichen Anziehung erlegen war wie ich und wahrscheinlich durchlebte er unsere gestrige Begegnung ebenfalls noch einmal. Meine Erregung wuchs und auch wenn ich wusste, dass es falsch war, so sorgte ich doch dafür, dass wir uns immer und immer wieder berührten, während ich seinen Körper lenkte. Trotz der sexuellen Spannung zwischen uns musste ich irgendwann doch lachen. Ich denke, so schlecht habe ich dich noch nie zuvor tanzen sehen, sagte ich zu ihm und ich glaube, das will schon was heißen. Er lächelte reumütig, doch ich nahm an, dass Tanzen das Letzte war, was ihm gerade durch den Kopf ging. Nun, ich bin etwas aus der Übung. Also, ich bin wirklich froh, dass du dieses Mal wirklich dabei bist und nicht nur am Rand sitzt. Die Dinge ändern sich vermutlich. Ich hielt seinen Blick einige Augenblicke stand. Ja, ja, das tun sie. Einige Momente schwiegen wir, bevor er fragte, wie läuft es mit deiner unsterblichen Situation? Seine Hand war bei unserer Drehung nur um Millimeter an meiner Brust vorbeigestreift. Ich erwarte mich streng zu vergessen, wie sich sein Körper gestern angefühlt hatte und ausgesehen hatte und geduftet hatte und geschmeckt hatte und mich stattdessen an meine anderen Probleme zu erinnern. Oh, naja, also eigentlich nicht so gut. Ich habe weitere Informationen bekommen, aber es ist schwierig. Als ich schwieg, sah mich Seth verwundert an. Was? Ich hatte meine Idee, die ich den Vampiren gegenüber angedeutet hatte, ganz vergessen. Seth, ich muss dir eine seltsame Frage stellen und du kannst problemlos Nein sagen. Der Blick in seinen Augen sagte immer noch, dass er mir die Kleider vom Leib reißen wollte, aber da war noch etwas anderes. Eine Ernsthaftigkeit und Besorgnis, die dazu führten, dass sich süße, sentimentale Gefühle mit meiner Lust vermischten. Wenn es irgendwas gibt, womit ich helfen kann, dann werde ich es tun. Und das weiß ich, sagte ich. Aber es geht eigentlich nicht um deine Hilfe, sondern um Kaylas. Wäre Seth ein einigermaßen begabter Tänzer gewesen, so wäre er jetzt sicher gestolpert und aus dem Takt gekommen. Man bemerkte jedoch kaum einen Unterschied. Kayla? Er hatte eindeutig nicht damit gerechnet, den Namen seiner vierjährigen Nichte zu hören. Erinnerst du dich noch daran, dass ich einmal erwähnt habe, dass sie medial begabt ist? Schon, aber ich habe in mir nichts dabei gedacht. Also ich habe dir von der Logistik einer Beschwörung erzählt, oder? Ich habe jetzt einen Anhaltspunkt, wo Jerome versteckt sein könnte, aber ich weiß nicht, wie ich ihn finden soll, wenn wir am richtigen Ort sind. Ich könnte es schaffen, wenn ich wieder normal wäre, oder ein Medium könnte es. Und glücklicherweise sind meine üblichen gerade schwer erreichbar. Seine Begierde wurde jetzt rasch von Beunruhigung verdrängt. Es machte mich traurig, wie seine Erregung verschwand, aber hier ging es um eine ernste Angelegenheit. Ich bin mir nicht sicher, ob es mir gefällt, dass Kayla in diese ganze Sache hineingezogen wird. Eigentlich bin ich mir sogar sicher, dass mir das nicht passt. Ich nickte. Ich weiß, ich habe mir gedacht, dass du so darüber denken würdest. Glaub mir, mir gefällt es auch nicht. Ich liebte Seth nicht, aber Kayla lag mir ganz besonders am Herzen. Es ist mir nur vorhin in den Sinn gekommen. Also ich... Ein anderes Tanzpaar krachte in meinen Rücken und schubste mich in seine Arme. Ich hob meine Hände, um mich abzufangen, doch unsere Körper wurden dennoch aneinandergepresst. Jede Faser in meinem Leib prickelte unter der Berührung. Und wenn ich mir noch irgendwelche Illusionen gemacht hatte, dass ich einfach vergessen konnte, was wir gestern getan hatten, so lösten sich diese spätestens jetzt an Wohlgefallen auf. Oh, sorry, sagte Andy. Er tanzte mit Casey und war, genau wie sie, ein langjähriger Angestellter des Buchladens. Casey stöhnte. Georgina, bitte übernimm ihn. Nicht einmal Seth kann ein so mieser Tänzer sein. Darüber lässt sich streiten, murmelte ich. Ich wollte mich nicht bewegen, wollte ihn nicht loslassen. Ich wollte hierbleiben und ihn weiterhin berühren und just wegen dieses Impulses machte ich einen Schritt rückwärts. Ich schnaufte schwer und brauchte einen Moment, um mich zu sammeln. Ich atmete noch einmal tief durch und grinste dann Andy an. Okay, dann wollen wir mal sehen, was wir bei dir ausrichten können. Casey führte Seth davon und ich schaffte es, ihm für den Rest der Tanzstunde aus dem Weg zu gehen. Als ich die Stunde schließlich beendete, spendeten mir alle Beifall und verlangten, dass ich bald noch eine weitere Stunde geben sollte. Ich versicherte ihnen, dass ich das gern tun würde, aber ich war an dem Moment zu aufgekratzt und mit den Gedanken ganz woanders, weshalb ich noch keinen neuen Termin festsetzte. Einige von ihnen machten sich sofort daran, den Raum wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen. Also sah ich keinen Grund, noch länger zu bleiben und alte stattdessen in meinem Büro. Ich hatte vor, einige Papiere durchzusehen und mich so lange zu verstecken, bis alle gegangen waren, damit ich Seth nicht noch einmal sehen musste. Ich hatte schon den halben Korridor hinter mich gebracht, als ich hörte, wie jemand meinen Namen rief. Georgina? Ich hielt an. Es war Maddy. Ich drehte mich zu ihr um und hoffte, dass das Lächeln auf meinem Gesicht weder aufgesetzt noch panisch wirkte. Scheiße. Sie war gekommen, um mich dafür fertig zu machen, dass ich mich auf der Tanzfläche an ihren Freund herangeschmissen hatte. Wenn ich ehrlich war, dann verdiente ich es auch. Aber sie lächelte strahlend und freudig und überreichte mir einen Stapel Papiere. Ich habe jetzt vielleicht etwas übertrieben, sagte sie etwas verlegen, aber ich habe dir ein paar Listen mit Eigentumswohnungen ausgedruckt. Ich habe in den letzten Tagen ein wenig online gesucht und mir so ziemlich alles angesehen, da du dir ja noch nicht so hundertprozentig sicher warst, was du eigentlich möchtest. Ich habe einige gute Treffer wegen Häusern am Strand gelandet. Ich nahm mir den Stapel ab und war perplex. Das hätte ich als allerletztes erwartet. Also, das ist jetzt wahrscheinlich der Overkill, aber jetzt hast du erst mal einiges, was du dir ansehen kannst. Und wenn dir etwas davon gefällt, dann können wir immer noch weitersehen. Ich spähte auf das obere Blatt, auf dem eine Drei-Zimmer-Wohnung in Elki zu sehen war. Ich, wow, vielen Dank, Maddy, das wäre doch wirklich nicht nötig gewesen. Als ich ihr dankte, strahlte sie vor Freude. Gern geschehen. Lass mich wissen, was du darüber denkst. Und nochmal vielen Dank für die Tanzstunde. Es hat so viel Spaß gemacht. Hoffentlich bin ich beim nächsten Mal nicht mehr ganz so fürchterlich schlecht. Und vielleicht kann ich ja mit Cess etwas zu Hause üben. Sie umarmte mich schnell und eilte dann davon, um mit Cess nach Hause zu fahren. Ich schleppte mich und meine Papiere in der Hand in mein Büro und legte sie auf meinen Schreibtisch. Dann fiel ich in meinem Stuhl zusammen und fühlte mich schrecklich. Während ich böse, versaute Dinge mit ihrem Freund gemacht hatte, hatte sie emsig daran gearbeitet, ein neues Zuhause für mich zu finden. Danach bemühte ich mich, einige Kalkulationen durchzusehen. Aber ich war nicht bei der Sache. Die meiste Zeit starrte ich die Zahlen an, ohne sie wirklich wahrzunehmen. Und als es an meine Tür klopfte, freute ich mich über die Ablenkung. Ich sprang von meinem Stuhl hoch. Herein? Ich fragte mich, ob Maddie vergessen hatte, mir noch einen Stapel Papiere zu geben. Aber sie war es nicht. Seth stand im Türrahmen. Ich glotzte ihn an und hoffte, dass mir nicht der Mund offen stand oder etwas vergleichbar Peinliches. Seth, was tust du denn hier? Ich dachte, du bist gegangen. Er sah so aus, als wollte er gern eintreten, wagte es aber nicht. Nun, Doug hat Maddie mit nach Hause genommen und ich bin zurückgekommen, um, er schwieg und schüttelte den Kopf unfähig, seine Lüge fortzusetzen. Ich bin zurückgekommen, um dich zu sehen. Ich erinnerte mich daran, wie seine Augen meinen Körper betrachtet hatten, die Glut in ihnen, als mein Rock an meinem Bein hochgerutscht war. Dieselbe Glut lag jetzt auch in ihnen und ich spürte, wie als Antwort darauf die Begierde in meinem Körper entflammt wurde. Eigentlich war das Begehren nie verschwunden gewesen, nachdem wir uns beim Tanzen berührt haben. Trotzdem versuchte ich, vernünftig zu sein. Seth, das können wir nicht. Nicht noch einmal. Es ist... Ich weiß, sagte er. Schließlich trat er über die Türschwelle. Und ich habe mir gesagt, ich habe mir gesagt, dass ich es auf sich beruhen lasse, aber seit gestern habe ich nicht aufgehört, an dich zu denken und nach heute Abend, zögerlich, als hätte er Angst, dass ihn jemand beobachten könnte, schloss er die Tür hinter sich. wie du vorhin ausgesehen hast. Es war atemberaubend. Glaube mir, ich habe die Tanzschritte nicht versaut, weil ich ein so schlechter Tänzer bin. Naja, eigentlich bin ich das ja schon. Sondern, weil ich mit den Gedanken ganz woanders war. Ich habe an dich gedacht. Mein Gott, ich konnte nicht damit aufhören. Und das kam nicht nur davon, dass du heute Abend so sexy aussiehst. Da war mehr, wie du den Raum erleuchtet hast. Die Art, wie du ihn bezauberst und fröhlich gemacht hast. Um das zu tun, brauchst du keine besonderen Kräfte, Georgina. Du trägst es in dir. Es ist Teil deiner Persönlichkeit. Du bist witzig und klug. Und deswegen habe ich mich damals in dich verliebt. Und deswegen, er sprach nicht zu Ende und ich war froh darüber. Wenn er gesagt hätte, liebe ich dich auch jetzt, hätte ich es nicht aushalten können. Mir wurde bewusst, dass er mir inzwischen sehr viel näher gekommen war. Ich holte tief Luft. Es wäre einfacher für mich, wenn du nur gedacht hättest, dass ich sexy bin. Mit Oberflächlichkeiten kam ich zurecht, aber nicht mit diesen tiefen Gefühlen. Er lächelte reuevoll und trat noch näher zu mir hin. Zwischen uns blieben nur noch wenige Zentimeter. Oh, glaube mir, das habe ich auch. Und für mich wäre es viel einfacher, wenn du nicht so sexy wärst. Ich konnte kaum atmen. Wir waren uns jetzt so nah und jedes Atom im Zimmer schien vor Spannung zu knistern. Ich war von Statik aufgeladen. Sein Gesichtsausdruck ließ sich nicht missdeuten. Er wollte mich auch. Sehr sogar. Er strahlte Lust und Begierde aus und ich wusste, dass mein Gesicht diese Gefühle widerspiegelte. Allerdings war er vorsichtig. Er war so nah an mich herangetreten, wie er es wagte und wartete auf mein Signal. Er war so angespannt, dass er stehen hat, als bräuchte es nur ein winziges Zeichen vor mir, um ihn zur Explosion zu bringen. Verzweifelt versuchte ich, mich an alles Vernünftige zu klammern, was mir einfiel. Ich dachte daran, wie fürchterlich ich mich gefühlt hatte, als er gestern wieder zu Maddie gegangen war. Himmel, ich versuchte, an Maddie selbst zu denken, an ihr fröhliches, argloses Gesicht und daran, wie sehr sie mir vertraute. Ich versuchte, an Dante zu denken. Doch nichts davon funktionierte, denn in meinem Kopf gab es nur Seth, wie perfekt er sich angefühlt hatte, wie perfekt es sich angefühlt hatte, mit ihm zusammen zu sein, wie perfekt es sich sogar jetzt anfühlte, mit ihm zusammen zu sein. Ich ergriff seine Hand und führte sie zu meinem Schlüsselbein. Mehr brauchte er nicht. Er trat näher und streichelte die Silhouette meines Halses. Dann wanderte er weiter zu meiner Schulter. Er ließ den Träger meines Kleides vor meiner Schulter und meinen Arm gleiten. Seine Finger folgten ihm und zogen ihm weiter herunter, so dass das Oberteil meines Kleides herunterrutschte und meine Brust größtenteils entblößte. Meine Brustwarze war bereits hart und bereit für ihn, als er mit seiner Hand den übrigen Teil des Kleides auf dieser Seite hinunterzog und meine Brust völlig bloßlegte. Er nahm sie in die Hand und befühlte ihre Fülle und folgte mit seinen Fingern ihren Umriss. Mein Körper presste sich näher an seinen und unsere Münder trafen hitzig und intensiv aufeinander. Gestern war es süß und gefühlvoll gewesen. Heute waren auch Gefühle involviert. Doch gesellte sich nun raue Leidenschaft hinzu, ein wilder, tierischer Instinkt, der mich wünschen ließ, dass er hier und jetzt meinen Körper verwüstete. Und das war auch gar nicht so weit weg von dem, was passierte. Ich stolperte vom Druck unserer Körper und wurde sanft mit dem Rücken gegen die Wand gedrückt, während er weiterhin meine Brüste liebkoste. Ich legte meine Hände in seinen Nacken, griff in seinen Haar, halb zog ich daran. Er ließ schließlich meine Brust los und glitt mit seinen Händen an meinen Körper herab, hinab zu meinen Hüften und meinen Schenkeln, über den dünnen, seidigen Stoff, der meine Beine bedeckte. Dann rutschten seine Hände wieder nach oben. Er schob meinen Rock hoch, legte mein Bein um seine Hüfte, sodass mein Rock oben blieb. Seine andere Hand schlüpfte in meinen schwarzen Tanga, um zu erforschen, ob ich bereit war. Ich stöhnte auf und bog mich ihm entgegen, während seine Finger sich hinein und hinaus bewegten und sein Mund harte, lustvoll schmerzende Küsse auf meinem Hals verteilte. Ich tastete mit meinen Händen nach unten und versuchte, seine Hose zu öffnen. Als ich sie mit seiner Boxershorts nach unten gezogen hatte, ergriff er meine Hüfte und drehte mich gegen die Wand. Er schob meinen Rock wieder hoch und zog mein Höschen bis zu meinen Knien herunter. Ich beugte mich vor und stützte mich mit ausgestreckten Armen an der Wand ab. Ohne Umschweife oder weitere Zärtlichkeiten drang er in mich ein, kraftvoll und tief. Er war so hart und lang, wie ich es in Erinnerung hatte und genauso wundervoll. Er stützte sich mit seinen Händen auf meinen Hüften und stieß grob in mich, versessen darauf, das Verlangen zu stillen, das ich in seinem Gesicht gelesen hatte, ein Verlangen, das ich mit ihm teilte. Zwar wusste ich, dass es möglich war, dass noch jemand in den Laden zurückgekommen war und dass ich deshalb lieber leise sein sollte, doch ich konnte es nicht. Ich schrie jedes Mal auf, wenn er in mich fuhr. Ich war zu sehr in der unkontrollierten Leidenschaft dieses Augenblicks gefangen, in der wogenden, urtümlichen Lust, die uns beide übermannte. Und angefacht wurde, das alles von der Gewissheit, dass es mit Seth passierte, den ich mehr als jeden anderen liebte. Du bist die Welt. Er nahm seine Hände von meinen Hüften und umfasste meine Brüste, was mich dazu zwang, meine eigene Haltung seiner anzupassen. Und nie unterbrach er den eigenen Rhythmus, der schnell und drängend blieb. Seine Finger kniffen feste meine Brustwarzen, worauf ich noch lauter schrie. Ich denke, das demolierte ihn noch mehr und spornte ihn an, mich noch härter zu stoßen. Ich ließ mich vollständig gehen, schrie ungezügelt und hoffte, seine Erregung so noch weiter zu steigern. Als die Hitze zwischen meinen Beinen unerträgliche Intensität erreichte und ich endlich kam, war es sein Name, den ich rief. Mit meinem Orgasmus kam eine weitere Wogefeuchtigkeit und dann hörte ich ihn ächzen und er stieß mich so fest, dass ich gegen die Wand gedrückt wurde. Seine Hände umklammerten noch meine Brüste, seine Fingernägel gruben sich in mein weiches Fleisch. Dann erschauderte er und erreichte den Höhepunkt. Er kam lange, während sein leiser Aufschrei langsam verebte. Als er sich zurückzog, fühlte ich mich dadurch, dass er nicht mehr mit meinem Körper verbunden war, plötzlich unvollständig. Nichtsdestotrotz richtete ich mich auf, lehnte mich gegen die Wand und versuchte keuchend wieder zu Atem zu kommen. Meine Stimme klang heiser. Oh Gott, das war schlecht. Seth sah erschreckt aus und dann verletzt. Schlecht? Nein, nicht du warst schlecht. Ich meine, es war schmutzig und sündig und schlecht, eindeutig nicht jugendfrei. Was? Dürfen wir das denn nicht? Er trat zu mir, schlang seine Arme um meine Taille und knabberte an meinem Hals. Naja, also, nein, wir sollten das nicht tun, ganz und gar nicht. Es ist nur letztes Mal, da war es, keine Ahnung, Liebe machen. Dieses Mal war es Ficken, bot er an. Oh mein Gott, ächzte ich. Seth Mortensen hat gerade laut Ficken gesagt, die Apokalypse naht. Er lachte und bedeckte meine Wange mit kleinen Küsschen. Ich bin kein Unschuldslamm, das solltest du aus meinen Büchern eigentlich wissen. Schon, aber trotzdem, du bist nicht O'Neill, außer du bist öfter mal in Schlägereien verwickelt, von denen ich nichts weiß. Hm, nicht in letzter Zeit. Wir umarmten uns stehend und wärmten uns am Nachglühen dessen, was wir getan hatten. Doch dann entstand wie beim letzten Mal ein seltsames Unbehagen zwischen uns. Dieses Mal brauchten wir nicht einmal einen Anruf von Maddy. Vorsichtig zog ich mich zurück. Du solltest lieber gehen, was? Ich sprach es zwar nicht aus, aber ich war mir sicher, dass er sich später noch mit ihr treffen würde. Schon, aber er seufzte und rieb sich die Stirn, das hier ist schwerer, als ich dachte. Was? Eine verbotene, billige Affäre zu haben? Sein Gesicht verzehrte sich? Nein. Was ich damit sagen will, ist, dass ich mir ewig vorgestellt habe, wie es wäre, mit dir zusammen zu sein und mir gewünscht habe, wäre, du wärst kein Sokobus. Ich war immer auf mich selbst gestellt und es kam mir so oberflächlich vor, dass ich derart von Sex vereinnahmt war und jetzt ist es endlich passiert. Jetzt, wo du kein Sokobus mehr bist und es ist überhaupt nicht oberflächlich oder banal. Es ist so, ich weiß nicht genau, es ist kraftvoll. Ich wünschte, es wäre eine verbotene, billige Affäre. Ich wünschte, ich würde keine derartiven Gefühle haben, denn sonst wäre es gestern, wie wir gesagt haben, zu Ende gewesen. Da wünschte ich mir mehr als alles andere, dass er sagen würde, dass er Maddy verlassen würde und wir wieder zusammen sein könnten. Doch er tat es nicht und ich würde es bestimmt nicht ansprechen. Und außerdem, wozu sollte das schon gut sein? In einigen Tagen würde ich wieder normal sein und unsere Beziehung wäre genauso gestört wie vorher. Mein Wunsch war sinnlos. Kann ich? Er atmete tief ein. Kann ich dich wiedersehen? Ich weiß, wir haben gesagt, dass wir nicht mehr... Ich wusste, dass er mit Wiedersehen wieder mit dir schlafen meinte. Mir wurde klar, dass wir gerade auf einer Schwelle standen. Das erste Mal war, naja, nicht versehentlich passiert, aber mit Sicherheit unerwartet. Dieses Mal war es animalische Lust gewesen, die außer Kontrolle geraten war und jetzt die offizielle Verkündung unserer Affäre von vorsätzlich geplanten Sex hob alles auf eine neue Stufe. Von dort gab es kein Zurück mehr. Ich erforschte diese Augen, die ich so sehr liebte, diese warmen und sanften Lippen. Ich heuchte meinen Körper hinein, wie er schmerzte und dennoch vor Genuss loderte. Dann blickte ich hinüber zu Maddies akribisch recherchiertem Immobilienpaket. Es hätte als Stimmungskiller, als Warnung für mich ausreichen sollen. Er stellte eine Mahnung für uns dar, wen wir hier betrogen. Seth war eingeknickt. Doch obwohl ich kurz davor war, könnte ich einen Rückzieher machen und es uns ersparen. Ich hatte die Macht, Nein zu sagen. Ja, sagte ich schließlich, du kannst mich wiedersehen. Als ich nach Hause kam, wartete Dante auf mich. Normalerweise hatte ich gern Gesellschaft, doch nachdem ich mit Seth zusammen gewesen war, fühlte ich mich nun durch seine Gegenwart unwohl und verwehrt. Doch er schien es nicht zu bemerken und stürzte sich sofort auf Maddies Wohnungsinformationen. Was ist das denn? fragte er und blätterte einige Seiten durch. Maddie hat für mich Maklerin gespielt. Wow, ich wusste gar nicht, dass es dir so ernst damit ist. Ich lehnte mich auf der Couch zurück, erschöpft vom Tanzen, vom Sex und dem emotionalen Sumpf, durch den ich mich derzeit quälte. Über Maddie zu sprechen, tat mir nicht besonders gut. Das wusste ich auch nicht, ich habe es beiläufig erwähnt und sie hat es völlig übertrieben. Elky Beach, was? Einige hiervon sind recht schön, erhielt einen Ausdruck hoch. Brandneue Eigentumswohnung noch im Bau, du kannst die Farbgestaltung und die Ausstattung mitbestimmen. Ich zuckte mit den Schultern. Ich weiß nicht, ich habe gerade gar keine Zeit einkaufen zu gehen. Einer der Kraftplätze auf deiner Liste ist in der Nähe vom Eikki. Du könntest einen kleinen Abstecher machen. Ich sah ihn verdattert an. Seit wann hast du denn Interesse daran, dass ich umziehe? Er setzte sich mir gegenüber und sah weiterhin die Listen durch. Naja, wenn du etwas in der Nähe kaufst, dann kann nicht beruhigt sein, dass du hier bleibst. Außerdem, wenn du dir etwas Größeres zulegen würdest, dann könnten wir es einmal mit zusammenziehen versuchen. Damit erwischte er mich eiskalt. Was? Du hast mir einen Schlüssel gegeben, dann könnte ich auch genauso gut hier wohnen. Du brauchst also mehr Platz und ich soll dich aushalten, ärgerte ich ihn. Er seufzte und blickte gequält. Mann, du gehst immer wirklich vom Schlimmsten aus. Ich würde natürlich Miete zahlen. Wovon? fragte ich skeptisch. Die Geschäfte laufen gut. Ich glaube, es geht aufwärts. Ich will dich ja nicht beleidigen, Schatz, aber ich glaube, das ist bei deiner Art von Geschäften nicht so. Ich glaube, du hattest einfach nur Glück. Damit war ich zu vorschnell gewesen und es tat mir leid, als ich bemerkte, dass ich ihn mit meinen Worten verletzt hatte. Aber wenn du einziehen möchtest, können wir es ja einfach ausprobieren. Vielleicht spricht sich dein Ruf herum und das Geschäft boomt weiterhin. Das besänftigte ihn etwas, doch noch während ich die Worte aussprach, bemerkte ich, dass ich nicht besonders begeistert von der Aussicht war, dass wir beide zusammen leben würden. Seth spuckte immer noch in meinem Gehirn herum. Mich auf ihn zu versteifen war dumm, das wusste ich. Unser Abenteuer konnte nur noch ein paar Tage dauern, wenn überhaupt. Ich sollte ihm nicht nachtrauern, denn bald würde es sowieso nur noch Dante geben. Dante erkundigte sich, wie meine Strandnachforschungen verlaufen waren und ich begrüßte den Themenwechsel. Ich fasste für ihn kurz meine Erfolglosigkeit zusammen. Möchtest du, dass ich mit dir suche? fragte er. Morgen habe ich endlich etwas Zeit. Ich zögerte. In Wahrheit hatte Seth kurz bevor wir uns voneinander verabschiedet hatten, zugesagt, mit mir zu suchen und Kayla mitzubringen. Im Nachglühen unserer Leidenschaft hatte er sich überreden lassen. Trotzdem hatte es lang gedauert ihn davon zu überzeugen dass ihr nichts geschehen würde und ich hoffte inständig dass ich damit richtig lag. Ich habe schon ein paar Leute dazugeholt sagte ich wir sollten das hinbekommen. Ich befürchtete dass er mich weiter ausfragen würde insbesondere darüber habe ich ein Medium gefunden hätte das mit mir kommen würde. Genediger Weise ließ er es auf sich beruhen. Ich glaube in Wirklichkeit wollte er keine Strände mit mir abklappern und war ganz dankbar dafür dass es ihm erspart blieb. Später als wir zu Bett gingen gab es für mich keine Möglichkeit mehr seine beharrlichen Avancen abzuweisen nicht ohne sein Misstrauen zu erregen. Meine Heilung war gut vorangeschritten und mein Rücken taugte nicht mehr als Entschuldigung dennoch etwas nagte an mir. Dante war der Erste gewesen der Witze darüber immer nicht ob es möglich war und selbst wenn was bedeutete es schon wenn ich in ein paar Tagen wieder unsterblich war ich hatte keine Ahnung ob und wie es funktionieren könnte jedenfalls hatten Seth und ich nicht verhütet plötzlich wurde mir klar dass falls es irgendeine Möglichkeit gab dass ich schwanger werden könnte falls Nix Vision wirklich wahr werden würde dass ich auf keinen Fall einen Vaterschaftsstreit und schenkte ihm wieder einen Blowjob er schien keine Einwände dagegen zu haben als Gegenleistung versuchte er als mir zu besorgen aber er hatte keinen Erfolg nach Seth hatte ich absolut keinen Verlangen und konnte nicht kommen also spielte ich es Dante zum ersten Mal vor ich machte es ziemlich gut er wäre nie dahinter gekommen er schlief am nächsten morgen aus also schlich ich mich ohne ihn zu wecken in aller früh davon Seth und ich wollten uns in einem Restaurant drüben in Bellevue treffen das hoffentlich weit genug entfernt lag damit niemand uns sehen konnte der uns kannte auf dem Weg zu meinem Auto bemerkte ich plötzlich wie jemand in meinen Schritt mit einfiel so mir ist zu ohren gekommen dass du Geschichten über mich erzählst und sagte Cedric liebenswürdig verdattert sah ich ihn an und mir wurde unwohl Cedric war mein aktueller Hauptverdächtiger und ich hatte schon einmal die Reaktion eines Dämons auf meine Theorien miterlebt im Augenblick sah er selbstverständlich nicht besonders zerstörerisch aus und außerdem war es Tatsache dass ich noch niemanden von meiner neuesten Theorie darüber wie er Nanette beeinflusst hatte berichtet hatte was meinst du damit fragte ich Kristen sagte du hättest gesagt dass ich Nanette erzählt hätte dass du denkst dass sie Jerome beschworen haben könnte er machte eine pause und schien zu versuchen den sinn seines satzes nachzuvollziehen für das protokoll das habe ich nicht ich blieb fast stehen wer war es dann zur hölle woher soll ich das wissen ich dachte mir nur du solltest wissen dass ich nicht für das verantwortlich bin was dir widerfahren ist mehr gab es von seiner seite nicht keine mitleidsbekundung oder erkundigung nach meiner gesundheit wenn ich ehrlich war konnte ich das von einem dämon auch nicht erwarten die tatsache dass er sich die mühe gemacht hatte mit mir zu kommen und mit mir zu reden war schon außergewöhnlich genug und natürlich konnte er auch lügen also ich wüsste nicht wer es ihr sonst erzählt haben könnte ich habe es nur eine hand vor leuten erzählt je länger ich darüber nachdachte desto sicherer war ich mir dass er lügen musste ich hatte es nur meinen freunden erzählt er behielt seinen völlig gleichgültigen gesichtsausdruck bei wie ich bereits gesagt habe ich war es nicht ich erreichte mein auto stoppte und lehnte mich dagegen du hast einen weiten weg auf dich genommen um für ihn gewesen wäre fühl dich nicht zu sehr geschmeichelt sagte er mit einem lächeln ich bin hier weil ich ein schwätzchen mit deinen dämoninnen halten möchte die hölle hat es inzwischen ziemlich ausgeschlossen dass Jerome wieder zurückkommt innerhalb weniger tage wird ein offizieller herkommen um die Sache zu klären ich versuchte den schauer zu ignorieren der mir dabei den rücken herunterlief und analysierte Grace und May einzuschleimen keine große Überraschung wer immer herkommen würde um einen neuen erzdämon zu ernennen würde diese beiden besonders intensiv befragen also vielen dank sagte ich ich wusste nicht recht was ich zu dieser Angelegenheit sonst noch sagen sollte also wechselte ich zu einer anderen Sache die mir durch den Kopf gegangen war hey ich habe in letzter Zeit überhaupt nichts mehr von deiner Sekte gehört ja sie waren ziemlich ruhig vielleicht hast du doch helfen können naja ich glaube nicht dass ich viel ausgerichtet habe außerdem begann ich zu vermuten dass es für den Kult nichts mehr zu tun gab jetzt nachdem ihr Engel sie als nützliches Ablenkungsmanöver während Jeromes Beschwörung benutzt hatte würden sie nicht mehr gebraucht werden ich ließ meine Tür aufschnappen und dabei kam mir ein anderer kurioser Gedanke wie läuft es denn mit Tawny Cedric schnitt eine Grimasse also wir sind einige Male ausgegangen und mein Privatleben geht dich nichts an in Ordnung ich war im Begriff einzusteigen aber wenn du es unbedingt wissen willst ich hielt inne und hob eine Augenbraue ja den Unterhaltungen mit ihr fehlt etwas gestand er ich konnte nicht anders ich musste lachen und das überrascht dich wirklich schönheit ist nur oberflächlich ich weiß ich vermute ich hatte dennoch auf ein bisschen mehr tief gang gehofft ich entschied seine Vorstellung von Schönheit nicht zu kommentieren verstehe mich nicht falsch aber ich dachte du wolltest eigentlich nicht mehr als schnellen Sex er warf mir einen Blick zu weil ich ein Dämon bin sieh mich nicht so an Romantik gehört nicht zu deinem Persönlichkeits Profil ja richtig richtig aber zumindest möchte ich zu meinem schnellen Sex ein klein wenig Verständnis jemanden der zumindest eine vage Ahnung davon hat was ich jeden Tag durch mache er benahm sich noch immer raubeinig und dämonisch aber darunter schien etwas überraschend menschliches hindurch ich begann ihm zu erklären dass sich das für nicht sehr wahrscheinlich hielt dann musste ich an Kristen denken Kristen die ihn mit Reäuglein ansah und sich ständig um sein Wohlergehen sorgte also der seine Absurdität erkennt jemand der dir helfen möchte wenn du gestresst bist der sich auf dich einlässt und der dich derart gut verstehen möchte dass ihr euch sogar ohne Worte verständigen könnt suchst du danach er schnaubte ja genau als ob es so etwas gäbe ich weiß nicht vielleicht gibt es dort draußen jemanden der so ist ja genau du bist vielleicht lange kein Mensch mehr aber Märchen so etwas gibt es nicht für mich gibt es so etwas nicht man sieht sich er verschwand und scherte sich dabei nicht darum ob ihn eventuell sterbliche dabei beobachteten ich starrte perplex auf die Stelle wo er gerade noch gestanden hatte und fragte mich ob seine Worte wahr gewesen waren sah er den perfekten Partner direkt vor seiner Nase einfach nicht oder machte sich Kristen mit ihrer Verliebtheit für ihn etwas vor und machte ich mir mit meinen Gefühlen mit Seth etwas vor fühlte ich mich wirklich verbunden oder ging es nur um Lust es war sinnlos mir jetzt darüber Gedanken zu machen Cedric schien mich momentan nicht umbringen zu wollen und das war das Beste was mir passieren konnte ich fuhr nach Bellevue und kam genau in den morgendlichen Berufsverkehr der sich aus der Stadt quälte das Restaurant das wir uns ausgesucht hatten lag im ehemaligen Stadtkern vom Bellevue der inzwischen von einer Mall verdrängt worden war die trendigen Stadtgebiete lagen inzwischen woanders es handelte sich um ein ruhiges kleines Bistro das zwischen einem Juwelierladen und einer Bäckerei versteckt lag Seth und Kayla waren schon dort sie saß neben ihnen in einem Kinderstuhl und schwielte mit einem Kuschel Einhorn während er die Karte durchblätterte als ich die beiden sah schossen Wellen der Wärme und der Freude durch mich hindurch hey ihr zwei sagte ich und setzte mich ihnen gegenüber Kayla schenkte mir ein scheues lächeln und Seth strahlte sein Haar war struppelig wie immer und sein T-Shirt war heute für Tricks Frühstücksflocken von denen ich schon völlig vergessen hatte dass es sie jemals gegeben hatte danke dass du das tust sagte ich ich weiß das wirklich zu schätzen sein grinsen wurde breiter obwohl auch ein wenig anspannung in seinen augen lag nun solange du dir sicher bist dass du weißt schon er sah hinüber zu Kayla die nach ihrem glas krabschte Seth beeilte sich ihr dabei zu helfen bevor sie es umkippen konnte es wird ganz einfach sagte ich vielleicht sogar langweilig wir werden nur herumlaufen und nach etwas suchen das weiß im stein oder fels ähnlich ist und Kayla kann dabei helfen ich wandte mich dem kleinen mädchen zu sie sah mit geweiteten unheimlich wissenden augen zwischen uns beiden hin und her ich glaube schon nochmals im Moment spürt sie nur Dinge ohne wirklich zu verstehen weshalb wenn wir Jerome nahe kommen vermute ich dass sie irgendeine Art von Reaktion zeigen wird auch wenn sie nicht weiß worum es geht das hoffte ich zumindest danach erwähnten wir unsere Mission für den Rest der Mahlzeit nicht mehr wir machten Smalltalk und verhätschelten Kayla doch es war fast so als würden wir es automatisch tun ohne überhaupt darüber nachzudenken in Wirklichkeit waren Seth und ich völlig voneinander eingenommen dabei ging es um mehr als um bloße Begierde wenn ich auch hoffte dass er das tief ausgeschnittene Oberteil bemerkte das ich heute trug ich war erleuchtet von seiner Gegenwart ich liebte es ihm nah zu sein und ich fühlte die Freude darüber in mir wachsen es war als hätte ich mich neu verliebt es war genau die Nähe und das gegenseitige Verständnis das Cedric als Märchen abgetan hatte als wir aufgegessen hatten und loszogen um den ersten Strand zu untersuchen floss diese Spannung und Wärme weiterhin Kayla ging eine Weile zwischen uns und hielt uns beide dabei an den Händen sie hatte ein wenig mit dem Sand zu kämpfen jedoch schien sie von den Wellen den Möwen und den anderen Kindern der Regen hatte sich heute verzogen und der Sonnenschein weckte in uns die Hoffnung dass der Frühling nun wirklich gekommen war wir fanden jedoch keinen weißen Felsen und Kayla hat auch keine derart ungewöhnlichen Reaktionen wie sie sie in der Vergangenheit schon gegenüber mir oder Dante gezeigt hatte als wir an unserem zweiten Strand ankamen wurde sie langsamer und mir wurde klar dass ich meine Jagd nicht so forsch fortsetzen konnte wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte nach einer Weile hob Seth sie hoch und trug sie und sie schaffte es wach zu bleiben bis wir unsere Suche beendet hatten doch danach schlief sie sofort im Auto ein ich wusste dass wir es für heute gut sein lassen mussten doch wir hielten auf dem Nachhauseweg noch an einem kleinen Café an das tolle Desserts anbot wir machten es uns in einer Ecke bequem Seth und ich saßen nebeneinander während ich Kayla auf meinem Schoß hielt wir beschlossen uns einfach ein Stück Käsekuchen zu teilen und selbstverständlich brauchte ich einen Kaffee Kayla lehnte sich zunächst noch benommen an mich doch dann hielt sie sich wacker wach so als hätte sie gespürt dass ich etwas Süßes nährte ich striche das Haar aus dem Gesicht hey sagte ich sanft hast du heute irgendwas verzaubertes gesehen so hatte sie es in der Vergangenheit mir gegenüber ausgedrückt was fragte ich warum siehst du mich so an einfach deinetwegen sagte er wie du mit ihr umgehst das ist bemerkenswert weil ich sie zum reden bringe er schüttelte den Kopf nein es geht um viel mehr ich habe es auch bei den anderen Mädchen gesehen du kannst einfach gut mit Kindern du wärst sicher eine tolle Mutter Maddie hatte genau dieselbe beiläufige Bemerkung gemacht ich glaube nicht dass Seth jemals begriffen hatte wie sehr ich mich nach Kindern sehnte und seine Worte erfüllten mich mit Freude und Kummer einen Augenblick erwog ich ihm von Nyx Traum und meiner Schwangerschaftstheorie zu erzählen doch diese Dinge waren zu zerbrechlich zu kostbar für mich und die glückliche Ankunft unseres Käsekuchens zur rechten Zeit bewahrte mich vor weiteren Krübeleien es es war es war Zitronen Himbeer Käsekuchen eigentlich etwas zu abenteuerlich für Kayla doch sie aß es ohne zu zögern Seth hörte vor uns auf zu essen und wir beide aßen alles bis zum letzten Krümel auf perfekt sinnerte er genau dann wenn ich sie Andrea und Terry zurückbringen werde wird ihr zuckerrausch losgehen sie werden sie nie wieder vor die tür lassen er runzelte die stirn wirst du sie noch einmal brauchen ich glaube morgen hat sie eine verabredung zum spielen ich seufzte und die realität verdunkelte meinen goldenen moment keine ahnung mir gehen die orte in der näheren umgebung aus die beschwörer wollen ihn wahrscheinlich in ihrer die küste wirst du nicht im rahmen eines bequemen tagesausflugs erreichen können stellte setz fest er legte unter dem tisch mitfühlend seine hand auf meine es tut mir leid ich drückte als erwiderung seine hand es ist wie es ist denke ich ich will immer noch helfen wenn ich kann ich schenke ihm ein klägliches lächeln du willst mir dabei helfen wieder ein Sokobus zu werden das lächeln das er mir zurück gab war genauso bittersüß es ist unmöglich dass es gut endet georgina manchmal müssen wir uns für das geringere übel entscheiden und die schönen Momente genießen solange wir können solche Momente wie diesen und durch einen gemeinsamen Instinkt verfehlen wir beide in schweigen um dieses ganze in der mezzo voll auszukosten diesen Traum in dem wir gemeinsam verwoben waren schon bald verwandelte sich diese liebe warmherzigkeit in etwas das mehr mit begehren zu tun hatte ich sah ihm in die Augen und entdeckte zwar nicht mehr denselben animalischen Instinkt aus dem heraus sich gestern gegen eine Wand gestoßen worden war doch lag ein Sehnen in seinem Blick das mir verriet wie sehr er mich wollte wie sehr er mir näher sein wollte mein Körper reagierte wir begriffen die Absurdität unserer momentanen Situation und lachten ich sollte sie zurückbringen sagte Seth ja sagte ich der Gedanke an unseren Abschied stimmte mich traurig aber ich war ganz sicher nicht so scharf auf ihn dass ich es mit ihm treiben wollte während seine Nichte bei uns war er fuhr mich zurück nach Bellevue zu meinem Auto unser Abschiedskuss war leicht und zart fast zurückhaltend er war beinahe nicht mehr real und konnte jeden Augenblick fortgeweht werden was immer du begehrst Thetis hauchte er mein Ohr ich werde alles tun was du willst das weißt du eine Blüte aus Qual und Euphorie öffnete sich in meiner Brust er hatte mich Thetis genannt das war sein Kosenam für mich aus der Zeit bevor wir uns getrennt hatten ich weiß es raunte ich nach Queen Anne zurück wo ich einen guten Parkplatz direkt vor meinem Mietshaus fand in meinem Kopf wirbelten Gedanken um Seth und Kayla und Jerome und hundert andere Dinge ich war so geistesabwesend dass ich als ich meine Wohnung betrat beinahe schnurstracks an Grace vorbeigerauscht wäre die auf meiner Couch saß wenn man bedachte dass sie der erste Dämon in dieser Woche war der nicht sofort auf mich losgegangen war als ich durch die Tür kam wurde meine Überraschung über ihre Zurückhaltung verständlich Grace fragte ich seltsamerweise so als bestände die Möglichkeit dass sie es gar nicht war sie blätterte in einer Ausgabe der Seattle Metropolitan Magazines in der Nummer mit den besten Brunch Adressen als sie zu mir aufsah lag eine Müdigkeit in ihrem Blick die sich sogar mit dämonischer Perfektion nicht verschleiern ließ es war schon seltsam dass sie überhaupt hier war doch sie allein anzutreffen war noch einmal genauso merkwürdig ich hatte mich so daran gewöhnt sie und May als Einheit zu betrachten dass mir ihre neuerliche zwangsweise Trennung mindestens genauso tragisch erschien wie Cheromes Beschwörung da bist du ja sagte sie ich war schon im Begriff wieder zu gehen es tut mir leid sagte ich und ich meinte es auch so derzeit war unser Verhältnis gut und das wollte ich auch nicht ändern dämonen schätzten es nicht wenn man sie warten ließ und ohne die Verbindung zu einem Erzdämon konnte sie mich nicht so einfach durch Raum und Zeit hindurch lokalisieren Grace hob halbherzig die Schultern macht mir nichts aus es ist recht angenehm eine Atempause von all der Politik und den Streitereien zu haben das kann ich mir vorstellen ich blickte nachdenklich nein halt ich glaube nicht dass ich das kann ich hätte schwören können dass sie im Begriff war loszulachen doch sie behielt den versteinerten Gesichtsausdruck bei den sie für sich perfektioniert hatte May und ich haben heute mit allen geringeren und sterblichen gesprochen übermorgen wird ein firmeninterner Dämon namens Ephraim endgültig entscheiden wer Jerome ersetzen wird mein Magen krampfte sich zusammen so bald die Hölle verschwendet nicht gern Zeit und Ressourcen scheinbar nicht Ephraim ist bereits in der Gegend er versucht die Situation hier zu bewerten und es könnte sein dass er zu dir kommt um mit dir zu sprechen er wird etwas über deinen Job erfahren wollen wie die Dinge unter Jerome gehandhabt wurden und so weiter mit jedem ihrer Worte schwand meine Zuversicht mehr und mehr das Zeitfenster das mir zur Verfügung stand um Jerome zu finden schrumpfte in sich Angst davor die Wahrheit zu sagen riet sie mir ich weiß dass ihr geringeren und sterblichen euch häufig deswegen gedanken macht weil ihr niemanden beleidigen wollt und so in etwa murmelte ich und musste an Annette denken natürlich solltest du Ephraim nicht vorsätzlich wütend machen er hat jedoch keine Verbindungen zu irgendjemandem der momentan in diesem Disput verwickelt ist er wird dich nicht dafür bestrafen dass du deine Meinung hören wird da war es ein klitzekleines zucken ihrer lippe das so schnell wieder verschwunden war dass ich schon gar nicht mehr wusste ob ich es wirklich gesehen hatte sie erhob sich vom sofa und zupfte gedanken verloren an ihrem blazer er war von einem tiefen rot und sie trug dazu schicke schwarze Hosen und Lederlack Püms Lack Leder Püms Scheiße unter dem Kragen ihres Mantels lugte dieselbe klovige Halskette hervor die sie schon beim Meeting getragen hatte ich erinnerte mich an Mays filigraneren Schmuck und konnte mich nicht zurückhalten das hört sich vielleicht seltsam an aber ich konnte nicht anders als zu bemerken dass May und du euch unterschiedlich anzieht nachdem ich es ausgesprochen hatte hoffte ich dass sie nicht wütend auf mich werden würde da ich in Zeiten wie diesen ist es weise sich von den anderen abzusetzen im Moment ist keiner unserer Jobs gesichert erst jetzt dämmerte es mir inmitten dieses Wahnsinns wäre ich niemals auf die Idee gekommen dass Grace und May etwas zu befürchten hatten aber natürlich hatten sie das wenn die Hölle umstrukturierte optimierte sie gern gleich alle Strukturen es war sehr gut möglich dass Grace und May versetzt wurden und hier ein ganz neues Team dämonischer Führungskräfte eingesetzt wurde diese Vorstellung gefiel mir genauso wenig wie der Gedanke Jerome zu verlieren ich wollte dass alles so blieb wie es war und nach der Müdigkeit in Grace Gesicht zu urteilen war ich nicht die einzige die sich viele Sorgen machte also wenn du mich fragst ich denke du machst einen guten Job du musst es so viel bereinigen und Schadensbegrenzung leisten und dann all diese Dämonen ich schüttelte den Kopf ich weiß nicht es wäre ganz schön blöde von ihnen wenn sie das nicht wert schätzen würden Grace Minenspiel wurde höchst seltsam man konnte es beinahe für Überraschung halten aber durch ihre zurückhaltende eisige Selbstbeherrschung ließ es sich nur schwer genau sagen ich danke dir Georgina es hörte sich steif an als fände sie es unangenehm ein Kompliment zu bekommen ich hoffe dass du Ibrahim deine Gefühle mitteilen wirst falls er mit dir sprechen sollte sicher sagte ich kein Problem nachdem sie einen schnellen Blick auf meine Küchen Ohr geworfen hatte drehte sie sich nach mir um und nickte mir elegant zu ich muss mich mit den anderen treffen wir sprechen uns bald wieder sie verschwand doch ich erwiderte ihr lieber wohl nicht ich hatte etwas gesehen etwas das alles veränderte ich stand da wie versteinert die ganze letzte Woche über hatte ich einen schwer greifbaren Gedanken in meinem Hinterkopf gehabt ich hatte Grace und Mace Hingabe an ihren Job bemerkt wie sie immer zur Stelle waren wenn Chaos ausbrach und Hilfe benötigt wurde es war mir ebenfalls aufgefallen dass sie neuerdings häufig gezwungen waren sich unter der neuen Arbeitsbelastung aufzuteilen und wie Grace schon erwähnt hatte würden sie wahrscheinlich sehr wahrscheinlich nun getrennt bewertet werden und weshalb auch nicht wenn jemand nach einem neuen Dämon suchte der Seattle leiten sollte warum sollte er dann nicht einen Blick auf die werfen die Seattle bereits leiteten oh mein Gott fesperte ich aber da war noch viel mehr Grace und May hatten nicht nur das perfekte Motiv um Jerome band zu lassen ich hatte mehr als das Motiv vor mir ich hatte einen Beweis ich spurtete in mein Schlafzimmer und suchte wie eine Besessene nach dem Foto von Mary's Medaillon fast war ich sicher dass es verschwunden war nein es war noch da es war von meinem Nachttisch herunter zu Boden gefallen ich hob es auf oh mein Gott da war ist als Grace ihren Kopf gedreht hatte hatte ich einen besseren Blick auf ihre klotzige Halskette und ihr Geflecht aus braunen und schwarzen Steinen erhascht die Lösung war die ganze Zeit direkt vor meiner Nase gewesen beim Meeting im Seller war mir an der Kette ein bearbeiteter Edelstein aufgefallen der wie eine Mondsichel geformt war ich hatte es lediglich für ein schmückendes Ornament gehalten doch jetzt wo ich das Foto mit dem verglich was ich an Grace entdeckt hatte war die Wahrheit offensichtlich Grace hatte einen Teil des Siegels es handelte sich um die linke Hälfte des Medaillons es war auf eine ungewöhnliche Art geteilt worden um ihm eine aparte Sichelform zu verleihen doch als sie ihren Kopf gedreht hatte hatte ich die feinen Ritzungen der Symbole gesehen es waren dieselben es war das Siegel mir fiel das Bild aus der Hand ich rannte zurück ins Wohnzimmer und packte mein Handy meine Hände zitterten ich konnte kaum wählen für eine Sekunde konnte ich anderen Freundinnen erzählen das lass es fallen eine kräftige Hand umfasste meinen Mund und riss mich zurück ich stieß mit den Rücken gegen jemanden einen Mann mit einer steinharten Brust mit der anderen Hand ergriff er mein Handgelenk die Glieder meiner Uhr drückten sich schmerzvoll in meine Haut lass es fallen sagte er ich weiß was du gesehen hast ich habe es auch gesehen aber du kannst es niemandem sagen noch nicht durch das Rauschen des Blutes in meinen Ohren konnte ich kaum hören aber es war auch nicht wichtig ich erkannte diese Stimme erkannte sie sofort sie hatte mich in den letzten sechs Monaten bis in meine Träume verfolgt oder eher bis in meine Albträume dass ich sie an jenem Tag nicht wieder erkannt hatte war ein deutliches Zeichen dafür wie daneben ich gewesen war nachdem Nanette mich angegriffen hatte ich ließ das Telefon fallen er lockerte den Griff um mein Handgelenk und einen Augenblick später wich auch die Hand vor meinem Mund wundersamer Weise begann ich nicht sofort zu schreien langsam ganz langsam drehte ich mich um und wusste ganz genau was ich sehen würde blau grüne Augen genauso gefärbt wie das Meer an dem ich aufgewachsen war Roman es gab eigentlich nur eines zu sagen du bist hier um mich zu töten das wäre ein tolles Stichwort für ihn gewesen um zu erwidern nein natürlich nicht oder wie kommst du denn darauf jede dieser Antworten oder eine Variation derselben wäre immens beruhigend gewesen doch stattdessen sagte er noch nicht scheiße ich wusste zwar dass es nichts bringen würde trat aber trotzdem einige Schritte zurück auch wenn ich meine vollen Sukkubus Kräfte gehabt hätte hätte ich es auf gar keinen Fall mit ihm aufnehmen können Roman war ein Nephilim und Jeromes halbmenschlicher illegitimer Sohn Nephilim waren eine seltsame Mischung aus geringeren und höheren Unsterblichen Nephilim gab es zwar noch nicht seit am Beginn des Universums doch sie wurden als Unsterbliche geboren und konnten möglicherweise dieselbe Größenordnung von Kräften besitzen wie ein höherer Unsterblicher Roman Roman war in jeder Hinsicht genauso stark wie Jerome doch im Gegensatz zu meinem Boss und dem ihn gleichgestellten war Roman keiner übergeordneten Macht unterstellt er war ein Gauner und wenn er sauer war wurde er gefährlich und er hatte allen Grund sauer auf mich zu sein aus Wut darüber wie der Himmel und die Hölle seiner Rasse nachstellten hatten er und seine Schwester Helena zu Jagdzug gegangen um es den anderen unsterblichen heimzuzahlen ich war damals mit ihm ausgegangen und hatte davon gewusst am Ende wurde ich dazu benutzt die beiden zu stoppen wobei seine Schwester getötet wurde was willst du dann hier fragte ich endlich Romans Körperhaltung war lässig er hatte die Arme gekreuzt und sich an die Wand gelehnt er sah genauso aus wie ich es in Erinnerung Augen du klingst enttäuscht sagt er willst du denn dass ich dich umbringe nein natürlich nicht aber mir fällt wirklich kein anderer Grund ein aus dem du hier sein könntest und irgendwie bezweifle ich dass es sich hier um einen reinen Höflichkeitsbesuch handelt mein Sarkasmus funktionierte trotz meiner großen Angst Carter hatte zu mir gesagt dass es unwahrscheinlich wäre dass Roman jemals nach Seattle zurückkehren würde wo er doch wusste dass Jerome und er hier wache hielten nur und diese erkenntnis machte mir magenschmerzen dass Jerome jetzt nicht hier war um aufzupassen ich bin hier um auf der suche nach meinem hochwohlgeborenen Erzeuger zu helfen sein ton war so füsant und ich war mir sicher dass es ihm die bisschen spaß machte meine Reaktion zu beobachten ich hoffte dass sie für ihn zufriedenstellend ausfiel jedenfalls klappte mir der Mund fast bis zum Fußboden auf so ein schwachsinn und weshalb glaubst du mir nicht weil du überhaupt keinen nachvollziehbaren grund dazu hast meine angst wurde durch skepsis verdrängt du hast Jerome ja das stimmt dann hör auf mit mir zu spielen du bist nicht hier um zu helfen nein und weshalb habe ich dir dann mit den Anmerkungen zu dem Siegel geholfen du hast nicht für einen Augenblick erstarrte ich oh Himmel du warst das tatsächlich sagte Roman liebenswürdig in Anbetracht dessen was ich alles für dich getan habe solltest du viel netter zu mir sein ach ja ich erinnere mich nicht daran dass du deine Zeit damit verschwendest hättest ziellos an irgendwelchen Stränden herum zu wandern nein ich war viel zu sehr damit beschäftigt Herde in die Luft zu jagen und leidende Fräuleins zu Bett zu bringen ich sank auf meinen Stuhl und schloss die Augen Kater war es wirklich nicht der Engel hatte die Wahrheit über seine Nicht-Einmischung gesagt ich öffnete meine Augen wieder und du hast mir auch die Streichhölzer gegeben das ist genau die Scheiße die zu dir passt er tat beleidigt das war ziemlich nett von mir wenn man bedenkt dass du ausgesehen hast als wärest du kurz davor einen Anfall von Erzugserscheinung zu bekommen das ergibt keinen Sinn du kannst nicht hier sein um bei der Suche nach Jerome zu helfen was ist wirklich los ist es um ihn Dampost wenden zu vernichten ach komm du könntest den dämonischen horden dort draußen verraten dass ein Nephilim in der Stadt ist Roman lachte oh das würde ihm gefallen nicht wahr wenn einer von ihnen einen Nephilim erlegen könnte würde das die Situation für ihn ziemlich verbessern ach ja als ob ich die Gelegenheit dazu bekommen würde es jemandem zu sagen seufzte ich Roman wenn du mich schon nicht platt machen willst was genau hast du dann mit mir vor warum hast du mich bei diesen vielen Gelegenheiten gerettet weil du die einzige in dieser gottverdammten Stadt bist die überhaupt eine Chance hat Jerome zu finden und du kannst dich um einiges freier bewegen als ich wenn du beim herunschnüffeln erwischt wirst dann geben sie dich nicht sofort zum abschuss frei abgesehen von diesem Miststück von einer Dämonin meine ich bei der Erinnerung daran verzog ich das Gesicht und Roman drängte weiter sie mein Georgina wir können hier rumsitzen und darüber diskutieren ob ich dich töten werde oder nicht oder wir können versuchen der Sache auf den Grund zu gehen und deinen Boss zurück zu gewinnen dann können wir uns noch mal darin vertiefen dass ich dich umbringe ich ächzte und stand auf ich brauchte meine Zigaretten Roman beobachtete mich wie ich eine davon anzündete du hast dir seitdem ich dich das letzte mal gesehen habe eine neue Marotte zugelegt ist eigentlich eine alte und für Belehrung bin ich jetzt nicht in Stimmung ich setzte mich wieder und war durch mein Nikotin schon etwas ruhiger kurz darauf kam Aubrey vorbeigewandert und hatte offensichtlich überhaupt keine Angst weil ein soziopathischer und auf gruselige Weise gut aussehender und sterblicher bei uns herum hing was gibt es denn da noch dem wir auf den Grund gehen müssten Grace hat es getan du hast gesagt du hast das Siegel an ihrem Hals gesehen Roman machte es sich auf einem meiner Küchenstühle bequem und rutschte heran das habe ich allerdings es ist logisch dass sie es so nah wie möglich bei sich trägt wenn schon wirklich mum dazu nötig ist es so öffentlich zur schau zu tragen warum erlaubst du dann nicht dass ich es jemandem erzähle er schnalzte mit der Zunge denk nach Georgina wem willst du es denn sagen welchen Dämon kannst du deiner keiner von ihnen will ihn zurück ich hätte es Hugh erzählt du kannst es niemandem erzählen als Cedric vorhin auftauchte bin ich direkt neben dir gegangen das war durchaus möglich es war schwer zu sagen wie lange Roman mir schon unsichtbar gefolgt war wenn Cedric die Wahrheit darüber gesagt hat dass er Nanette deine Theorie nicht verraten hat dann bedeutet das dass einer deiner Freunde ihr Tipp gegeben hat nein sagte ich stur es ist wahrscheinlicher dass Cedric gelogen hat keiner von ihnen würde mich verraten da sprang Aubrey zu meiner absoluten und totalen Verblüffung auf Romans Schoß er kraulte ihr gedanken verloren den Kopf also glaub doch von mir aus was du willst aber ich denke dass es momentan am sichersten ist niemanden ein zu weihen außer mich natürlich stimmt den besprechen lass uns für den Augenblick rekapitulieren was wir wissen mir gefiel die art wie wir leichtfertig über mein baldiges dahinscheiden sprachen wirklich nicht und ebenso wenig gefiel es mir dass ich immer noch nicht wusste weshalb er gekommen war allerdings half es meine Gedanken auf Jerome zu konzentrieren und das war gut endlich jemanden zu haben mit dem ich diese ganze Angelegenheit durchsprechen konnte geholfen hat sagte ich weißt du es konnten mehrere gewesen sein schon aber es gibt nur eine position als erz dämon zu besetzen stimmt schließ nur nicht vorschnell andere möglichkeiten aus und sie klebt ziemlich mit dieser anderen dämonen zusammen ich dachte an May und daran dass sie genauso und schau war wie Grace ja auch wenn es so aussieht als ob sie momentan eher unabhängig voneinander handeln aber bleiben wir meinetwegen erst einmal bei Grace also wir wissen dass sie Teil der Beschwörungszeremonie war und dass sie die eine Hälfte des Siegels hat was wir nicht wissen wo ist die andere Hälfte des Siegels wer hat ihr geholfen und wo ist Jerome irgendwie entmutigend sagte er nachdenklich plötzlich kam mir ein Gedanke warte mal durch dich könnte es einfacher werden ein höherer und sterblicher kann Jeromes Gefängnis aufbrechen dank dir brauchen wir eigentlich nicht das ganze Siegel zu finden um ihn zu befreien und wir brauchen auch die Hälfte nicht die Grace hat Roman wurde kleinlaut also ich bin mir nicht sicher dass ich das schaffe warum nicht du hast die gleichen Kräfte wie Jerome wenn es ums kämpfen geht oder der gleichen dann bin ich genauso stark wie er aber ich habe nicht exakt die gleichen Kräfte ich bin kein wirklich höherer und sterblicher ich weiß nicht ob ich ihn ohne das Siegel herausholen könnte toll damit sind wir wieder genau da wo wir angefangen haben ich weiß nicht wir sollten einfach einen Schritt nach dem anderen machen lass uns weiterhin versuchen ihn zu finden und zu ergründen wo die andere Hälfte des Siegels ist uns rennt die Zeit davon murmelte ich und drückte meine Zigarette aus also warum rauchst du wieder das ist jetzt wirklich unerheblich plaff dich zurück also ich weiß ja nicht wenn ich einen sterblichen körper hätte dann würde ich mir schon deshalb gedanken machen ich bin nicht sterblich und spätestens in ein paar tagen bin ich wieder mein altes unsterbliches selbst wahrscheinlich eher früher ist es wegen Mord Sinn darüber reden wir jetzt nicht ich hätte nie gedacht dass ausgerechnet dich eine Trennung so hart treffen würde wo du doch immer so großzügig herzen brichst sag mal hat eigentlich schon jemals zuvor jemand mit dir Schluss gemacht ich starrte ihn böse an und war so sauer auf ihn dass es mir schon fast egal war ob er versuchen würde mich zu killen darüber reden wir jetzt nicht ok fein welche anderen Informationen haben wir denn sonst noch ich zermaterte mir das Hirn die Sekte die Armee der Finsternis ich glaube es gibt einen Zusammenhang zwischen Jeromes Beschwörungen und ihren Aktivitäten wer immer sie kontrolliert naja womöglich Grace plant ihre Aktionen um damit von den anderen Dingen abzulenken ich erläuterte für ihn kurz was ich über ihre Unternehmungen wusste und womit sie sich überschnitten hatten allerdings hängt nicht jede ihrer Aktionen mit einem Teil der Beschwörung zusammen zumindest soweit ich weiß Roman war nachdenklich naja es ist möglich dass manche Aktionen mit nichts weiter zusammenhängen einige könnten Ablenkungsmanöver gewesen sein einfach um ihnen eine Daseinsberechtigung zu geben ich bin dir nicht immer nach Kanada gefolgt also weiß ich auch nicht genau wie sie so drauf sind wow deine Stalkerei hat also ihre Grenzen ja es war ziemlich nervig sagt er außer vielleicht zu Tim Hortons zu gehen Nephilim konnten sich nicht wie andere höhere und sterbliche teleportieren also musste er sich während er mich verfolgte auf normale Transportmittel beschränken ich bekam ein ungutes Gefühl als gegangen war es wäre nicht das erste mal gewesen dass er bei einer meiner intimen Begegnungen in der ersten Reihe Platz genommen hätte wenn er es nicht ansprach dann würde ich es auch nicht tun seit dem Tag der Beschwörung an dem sie hier unten waren haben sie sich still verhalten ich vermute grace hat nichts mehr für sie zu tun sagte ich höchst wahrscheinlich seine Gedanken kreisten scheinbar immer noch um mögliche Verdachtsmomente aber wenn ich du wäre würde ich mich noch einmal mit ihnen unterhalten ich zuckte zusammen nein mit denen möchte ich nichts mehr zu tun haben du kennst sie nicht so wie ich sie kenne es ist lächerlich ich weiß nur dass du jeden Stein umdrehen musst den du finden kannst kleines Wortspiel wenn du Jerome retten willst oh dann muss ich wohl was fragte ich ich mochte die Überheblichkeit in seiner Stimme nicht ich dachte du würdest auch dabei mithelfen ihn zu finden das werde ich auch morgen wann wirst du dich wieder auf die Suche machen ich dachte darüber nach am mittag nach der Arbeit es klopfte an der Tür und ich spähte durch den Spion es ist Dante raunte ich dass er gewöhnlich zuerst anklopfte bevor er seinen Schlüssel benutzte war eine gute Angewohnheit von ihm ich werde dich morgen mittag aufsuchen sagte er jetzt halte die Tür noch einige Sekunden lang offen nachdem er hindurch gegangen ist Roman wurde unsichtbar und ich zog die Tür auf Dante kam herein und ich blieb noch einen Augenblick stehen bis ich den Luftzug von jemandem spürte der an mir vorbeiging heute war alles so schnell passiert dass ich kaum Zeit hatte zu begreifen dass ich nicht nur gerade mit dem Typen in Kontakt getreten war der mich umbringen wollte sondern auch noch verabredet hatte mehr Zeit mit ihm zu verbringen man das wird mich noch wach halten wenn ich später versuchen würde zu schlafen ich schloss die Tür und küsste Dante flüchtig auf die Wange er trug eine Tüte die ich mir zweimal ansehen musste hast du etwa bei Macy's eingekauft rief ich ich hatte irgendwie gedacht dass ein Kaufhaus für dich ungefähr die gleiche Wirkung hätte wie Sonnenlicht auf Vampire von der momentanen Situation einmal abgesehen Dante verdrehte die Augen und stellte die Tüte ab er lehnte sich an die Wand und verschränkte seine Arme naja vielleicht bin ich ja auch in einer Stasis aber stattdessen ob du es heute geschafft hast dich auf die Abschussliste irgendeines Dämons zu bringen da war sie wieder die süße Besorgnis die er trotz bester Absichten nicht verhehlen konnte nicht dass ich wüsste aber hey der Tag ist ja noch nicht vorüber ich ließ die Details darüber mit wem ich mich auf die Suche gemacht hatte unter den Tisch fallen und betonte stattdessen hauptsächlich dass meine Zeit am Strand verschwendet gewesen war außerdem erwähnte ich Cedrics Besuch und dass er beteuert hatte Nanette nichts über meinen Verdacht erzählt zu haben Dante schien dem gegenüber skeptisch zu sein am Ende erzählte ich ihm von Grace Erscheinen und dann zögerte ich ich wollte Dante von meiner aufsehen erregenden Entdeckung erzählen davon dass Grace das Siegel hatte doch Roman hatte mich bedrängt alles für mich zu behalten warum er misstraute er wirklich jedem hatte er seine eigenen Hintergedanken wieder besseren Wissens biss ich mir auf die Zunge und sagte Dante nichts über meine Entdeckung es machte mich verrückt es ihm nicht verraten zu können besonders da ich das Gefühl hatte dass sich durch Dante neue Erkenntnisse ergeben könnten doch Romans Warnung war zu eindringlich gewesen und zudem hatte ich Angst dass er noch irgendwo unsichtbar in unserer Nähe war und natürlich konnte ich Dante schwerlich von Roman erzählen zum Glück fiel Dante nicht auf dass ich einige Informationen ausgelassen hatte du hattest aber einen ereignisreichen Tag Sokobus war der firmen interne Dämon schon bei dir um mit ihr zu sprechen noch nicht ich hatte noch keine Gelegenheit mit der Gang zu sprechen um zu erfahren ob er schon die runde gemacht hat ich lukte zu Macy's Tüte hinüber und brannte darauf zu erfahren was darin war Dante trat sie mit dem Fuß hinter sich was wirst du ihm sagen ich zuckte mit den Schultern keine Ahnung ich ich konnte Grace nicht länger vertrauen und Mays Rolle war auch immer noch mysteriös Dante realisierte meinen Gesinnungswandel jedoch nicht die Gründe dafür aus deinen früheren Erzählungen hatte ich eigentlich geschlossen dass du ein Fan von Grace und dieser anderen Dämonen bist May ergänzte ich ich weiß nicht es ist alles so ermüdend ich wollte gerne das Thema wechseln und zeigte darum auf die Tüte wirst du mir verraten was da drin ist er lächelte sein spöttisches Lächeln warum glaubst du dass es etwas mit dir zu tun hat weil du niemals für dich selbst bei Grace einkaufen würdest du kleidest dich nur geringfügig besser als Kater Dante schüttelte den Kopf und setzte seine Leidensmine auf schön schön dann behalte ich es für mich er hob die Augenblick später und stellte ihn auf der Schwelle zu meinem Schlafzimmer komm schon gib auf ich schnappte mir die Tüte doch mein Sieg war nicht besonders glorreich denn er wehrte sich überhaupt nicht ich öffnete sie und der Inhalt ließ mich nach Atem ringen geschmeidiger purpurfarbener schimmernder Stoff Seide die die Farbe von Frühlings Krokussen hatte zögerlich nahm ich sie aus der Tüte und hielt ein knöchellanges Kleid in meiner Hand ich sah ihn entgeistert an was ist das du bist die jenige von uns beiden mit jahrelanger höherer Bildung bemerkte er und sah dabei extrem selbstzufrieden aus sag du es mir ich hob das Kleid hoch und begutachtete seine Länge es war nahezu perfekt es ist umwerfend was ist der Anlass dafür ich hatte genug von den Klagen über dein altes Kleid und von deinem alten Kleid hatte ich ehrlich gesagt auch genug er ignorierte meinen bösen Blick außerdem hast du in letzter Zeit naja du hast es nicht einfach sogar für deine Verhältnisse ich dachte an die anderen Dinge zurück die Blumen oder das Frühstück seine Versuche mich zum Essen einzuladen Dante er drückte einen Finger auf meine Lippen sei einen Moment ruhig ich bin nicht blind ich sehe wie sehr dich das alles fertig macht und verdammt wenn ich dieses Dreckstück von einer Dämonin in die Hände bekommen würde Wut glänzte in seinen Augen und er brauchte einen Moment um sie abzuschütteln jedenfalls kannst du weiterhin deine Witze machen und dich weiterhin verbissen anstreng herumzuschnüffeln und herumzufinden aber du richtest dich dabei selbst zugrunde du bist niedergeschlagen du bist geistes abwesend wenn wir uns unterhalten dann ist es so als wärst du mit deinen Gedanken ganz wo anders dasselbe gilt für unser Liebesleben ich öffnete meinen Mund um zu widersprechen doch ich wusste nicht was ich sagen sollte er hatte recht ich war abgelenkt gewesen aber zum Großteil besonders während unserer Intimitäten hatte das nichts mit Jerome zu tun ich hatte Seth im Kopf bevor ich ein Wort herausbringen konnte sprach Dante schon weiter siehst du jetzt willst du dich entschuldigen so bist du nun mal aber dafür gibt es keinen Grund Sokobus wenn jemand das recht dazu hat einmal egoistisch zu sein dann bist du es schon in einer Woche werden die Dinge wieder ihren normalen Gang gehen und dann bin ich halt wieder der selbstsüchtige mein Herz krampfte sich zusammen alle behaupteten er wäre bloßer Abschaum und jetzt stellte sich heraus dass ich diejenige von uns war der man nicht trauen konnte ich vermiete es ihm in die Augen zu sehen und wo kommt da das Kleid ins Spiel ich wollte dich aufheitern nachdem deine Garderobe momentan etwas begrenzt ist Dante du schenkst mir neuerdings so viel du brauchst für mich kein Geld aus dem Fenster zu schmeißen Geld dass du nicht hast um mich aufzumuntern wenn ich es nicht hätte dann würde ich es auch nicht hinauswerfen bemerkte er trocken und überhaupt ich bin nicht der Typ der ich habe es nicht so mit Kerzenlicht und Stränden im Mondlicht oder Gedichten ich machte eine Kramasse mir macht es gar nichts aus mich für eine Weile von jeglichen Stränden fernzuhalten aber fuhr er fort ich kenne dich gut genug um zu wissen dass dich Mockers und schöne Kleider zum Lächeln bringen und das ist zumindest etwas das ich kann mein Herz zog sich noch mehr zusammen und ich ergriff seine Hand ich begriff was er da sagte übermäßig romantische Gesten waren nicht sein Ding aber materielle Geschenke konnte er handhaben und sie waren die einzige Möglichkeit für ihn mir zu zeigen dass ich dass er knapp bei Kasse war was immer er auch behauptete und meine Handlungen und meine Fixierung auf Seth beunruhigten Dante genug um ihm das Gefühl zu geben dass er etwas unternehmen musste ich trieb ihn dazu du bist so süß sagte ich aber mach dir keine Sorgen es bleibt unser kleines Geheimnis er strich mit seinen Fingern durch mein Haar so süß bin ich auch wieder nicht sie in die tüte das tat ich unter dem kleid hatte ich eine flasche mit badezusatz übersehen ich hielt sie fragend hoch ich dachte wir könnten gemeinsam ein bad nehmen ich lachte das ist ja nahezu romantisch du bist vielleicht näher an mundbeschienenen stränden als du denkst allerdings ist meine badewanne ziemlich klein ich weiß sagte er und das meinte ich damit dass es nicht so besonders süß ist ich möchte hauptsächlich gern sehen in welche positionen wir uns nackt auf begrenzten raum bringen können na zum glück ändern sich manche menschen nie auch wenn die welt um sie herum total durchdreht das ganze endete als feuchtfröhliches durcheinander aber es machte mehr spaß als ich gedacht hatte egal was er behauptete die ganze aktion war beinahe romantisch unsere unterhaltung war angenehm und leicht und wir lachten viel und machten witze beinahe vergaß ich Seth beinahe doch als es etwas heißer und körperlicher zwischen uns wurde machte ich einen rückzieher egal wie sexy es war gemeinsam nass und nackt zu sein ohne Seth fühlte er sich nicht richtig an Dante fügte sich meiner Stimmung und deswegen fühlte ich mich noch mieser er nahm stand und so verließen wir die Wanne genauso unberührt wie wir auch in sie hineingestiegen waren wir ruppelten einander trocken kuschelten uns dann auf die couch und sahen fern während ich versuchte mich wegen des purpuroten kleides das mich einhüllte nicht schuldig zu fühlen am nächsten tag beschloss ich mich endlich wieder in den Arbeitsplan des Buchladens einzutragen ich hatte mich bis zum Ende der Dämonensache nur für Teilzeitschichten eingetragen aber inzwischen erschien es mir unwahrscheinlich dass ich noch einmal nach Kanada abberufen werden würde ich konnte diesen Spagat nicht ewig fortsetzen und ich wollte gerne meinen Job behalten Warrens Nachsichtigkeit war auch irgendwann einmal erschöpft Roman und ich hatten geplant am Mittag nach Edmonds zu fahren also arbeitete ich an meinem ersten offiziellen Tag nur eine Morgenschicht zu dieser Schicht gehörte auch dass ich vor Ladenöffnung anfing zu arbeiten und ich freute mich darauf allein zu sein der Laden hatte schon immer eine beruhigende Wirkung auf mich und wenn ich jemals Beruhigung nötig gehabt hatte dann jetzt sie war allerdings nur von kurzer Dauer denn meine Mitarbeiter trudelten kurz nach meiner Ankunft einer nach dem anderen ein Maddie war unter ihnen hey sagte sie fröhlich als sie in meinem Büro vorbeischaute ist das wieder eine Stipfvisite oder bist du endgültig zurück ich denke endgültig nicht dass das wichtig wäre es sieht so aus als hätte auch ohne mich alles bestens geklappt sie grinste und schloss die Tür hinter sich oh glaube mir wir haben dich vermisst es gab niemanden der den Schiedsrichter bei meinen Auseinandersetzungen Mittag spielen konnte ich lachte und beobachtete wie sie sich setzte na dann bin ich wohl genau zum richtigen Zeitpunkt zurück gekommen schöne Schuhe Maddie streckte ihre Beine aus und bewunderte ihre liebes apfel roten Pimms danke bei Nordstroms ist gerade Schlussverkauf meine braunen High Heels von Mia die ich heute trug gehörten zu meinen Lieblings Schuhen aber nach einer Woche ohne meine Gestaltwandler fähigkeiten machte mich meine Kaderobe langsam verrückt es war in etwa so wie mit meinem Haar stellte ich fest mir war nie klar gewesen wie abhängig ich mich vom Gestaltwandeln gemacht hatte um ein äußeres ansprechender zu machen ich hatte mich immer selbst dafür gelobt dass ich wie ein Mensch lebte doch stattdessen hatte ich die ganze Zeit gemogelt als Maddie meine sehnsüchtigen Glicke bemerkte fragte sie möchtest du mit mir zum Mittagessen in die Stadt gehen und dich bei Nordstrom umsehen ich schüttelte bedauernd den Kopf Schuhe anzusehen klang um einiges besser als Felsen anzusehen ich kann nicht ich treffe mich mit jemanden na dann lass mich wissen wenn du ein bisschen Zeit hast ich bin allzeit bereit wie du weißt wir verfielen in Schweigen und Maddy rutschte unbehaglich auf ihrem Stuhl herum sie biss sich auf die Lippen und wollte etwas sagen ich wollte sie ansprechen doch sie redete zuerst also was hältst du von den Listen mit den Eigentumswohnungen oh sie waren scheiße ich hatte sie nicht einmal durchgelesen Roman und Dante hatten mehr Zeit damit zugebracht sie durchzusehen als ich es getan hatte welche davon hatte Dante doch gleich wieder erwähnt sie waren toll mir gefiel diese Neubauwohnung recht gut die wo man noch mitbestimmen kann und so ihre Augen strahlten oh ja die fand ich auch super tatsächlich habe ich mir noch einmal die Homepage des Bauherrn angesehen es sieht nicht so aus als wären noch viele davon übrig aber es muss zumindest noch eine geben sonst wären sie nicht mehr aufgelistet wir sollten hinfahren und persönlich vorsprechen ich lächelte und fühlte mich ein bisschen dauern bis ich Zeit dafür habe wir müssen es gleichzeitig mit unserem Schuh trip machen Maddie nickte ihr Gesichtsausdruck war liebenswürdig und mitfühlend kein Problem ich verstehe schon wieder schwiegen wir und ich begriff dass sie eigentlich nicht über die Wohnungen sprechen wollte das war nur ein Ablenkungsmanöver gewesen damit sie derweil ihren Mut zusammennehmen konnte Maddie was ist los ihr vergnügter Ausdruck löste sich auf und wurde zur verdrießlichkeit es war alarmierend ich war so daran gewöhnt dass sie immer guter dinge war dass der bloße gedanke dass sie etwas aus der fassung bringen konnte dem totalen zusammenbruch aller physikalischen gesetze gleich kam unsere blicke trafen sich doch sie sah schnell weg oh Gott ich kann es nicht glauben dass ich dabei bin das anzusprechen jetzt mache ich mir wirklich Sorgen du kannst es mir sagen es ist sie seufzte es ist Seth oh verdammt was ist denn mit Seth fragte ich steif dann wartete ich auf die schreie auf die anschuldigungen sie wären völlig verständlich gewesen allerdings hatte ich nicht damit gerechnet dass ihr die tränen in die augen traten ich glaube ich glaube dass etwas nicht stimmt ich glaube er versucht mich schonend abzuservieren oder sowas in der art wie kommst du darauf ich dachte an grace und may und ließ mein gesicht so ruhig und ausdruckslos werden wie ihre gesichter meistens waren er ist einfach ich weiß nicht er ist neuerdings so abwesend Seth ist doch immer abwesend du weißt doch wie das mit ihm und seinen das schon und manchmal treibt es mich in den wahnsinn ich erinnerte mich an ihre enttäuschung bei caseys party aber da ist noch etwas anderes das spüre ich nur weiß ich nicht was es ist ich sehe ihn nicht so häufig und wenn wir uns treffen dann ist es so als wäre er bei mir aber gleichzeitig nicht bei mir er sagt ständig dass alles in Ordnung ist aber es fühlt sich nicht richtig an und wir haben ihr habt was eine pinkfarbene röte erblüte auf ihren wangen wir haben schon seit länger keinen sex mehr jedes mal wenn ich es nur andeute dann ist einfach nicht naja es scheint sich nicht dafür zu begeistern das liebesleben der beiden war eines der schmerzlichsten themen das ich mir für eine unterhaltung vorstellen konnte kurz gefolgt davon dass sie für ihre probleme verantwortlich war also behielt ich mein poker face bei und spielte weiterhin den therapeuten wie lang geht das denn schon so seit ungefähr einer woche jawohl das ergab sinn etwa zu diesem zeitpunkt hat auch meine stasis begonnen ich erwartete dass Maddie spätestens jetzt wegen der verstohlenen blicke zwischen Seth und mir auf mich losgehen würde doch sie tat es nicht es war ihr nie eines doppelten spiels zu verdächtigen vielmehr war sie zu mir gekommen um mich um Rat zu bitten da ich eine der wenigen war der sie sowas anvertrauen konnte dadurch wurde es noch schlimmer dass ich sie belügen musste normalerweise hätte ich einer freundin in einer vergleichbaren situation geraten die kontrolle über ihre beziehung in die hand zu nehmen ihren mann zur rede zu stellen und sich nicht ausnutzen zu lassen und vielleicht vielleicht hätte ich das auch jetzt tun sollen wenn ich ihr geraten hätte sich von Seth zu trennen hätte das den weg für uns frei gemacht wollte ich ihn zurück ich wusste es nicht ich dachte immer noch nicht weiter als bis zu dem Tag an dem ich wieder ein Sukobus werden würde momentan lebte ich pflichtvergessen im hier und jetzt und das behielt ich auch in bezug auf meddy bei die folgenden worte sprach ich so einnehmend so überzeugend aus dass sie nie im leben etwas anderes von mir angenommen hätte als dass ich nur ihr bestes wollte wenn es um meine frisur ging hatte ich vielleicht die ganze zeit blind auf meine Sukobus kräfte gebaut doch Menschen zu verzaubern und von etwas überzeugen zu wollen war ein zentraler part meiner eigenen persönlichkeit dagegen hatte meddy keine chance eine woche ich lächelte sie sanftmütig an das ist doch noch nicht lange davon kannst du nicht gleich auf eine ernsthafte krise schließen insbesondere wenn du dir überlegst mit wem du es zu tun hast wie du schon gesagt hast du hast schon miterlebt wie er so von seiner arbeit angenommen ist dass er manches absagt oder ganz vergisst oder schon sagte sie schniefend während sie weiterhin versuchte ihre tränen zurück zu halten es war einfach bisher noch nie so keine ahnung ich hatte noch nie zuvor eine ernsthafte beziehung ich weiß nicht wie es eigentlich sein sollte ihr beide seid doch erst wie lange seit vier Monaten zusammen es braucht länger als das um die verhaltensmuster des anderen richtig kennen zu lernen mir wurde mit einem schlag klar dass sie und Seth länger zusammen waren als ich und er gewesen waren vielleicht ist es ein Teil seiner Persönlichkeit an den du dich erst gewöhnen musst wahrscheinlich steht er unter Stress und Sex ist da das letzte wonach ihm der Sinn steht auch wenn es schwer zu glauben ist gib ihm etwas Zeit wenn es so weiter geht dann kannst du dir immer noch Sorgen machen aber jetzt ist es eindeutig noch zu früh ich konnte ihr ansehen dass meine Worte Hoffnung in ihr geweckt hatten ja wahrscheinlich hast du recht aber denkst du ich mache etwas falsch sollte ich etwas verändern mich anders verhalten mich aufreizen der kleiden oh mein Gott ich hatte sowas von keine Lust Maddie Ratschläge zu erteilen wie sie Seth verführen konnte also über sowas würde ich mir jetzt noch gar keine Gedanken machen diese grübelei stresst sich nur noch mehr warte einfach ein wenig wenn ihm gerade etwas beschäftigt dann braucht er vielleicht noch eine Weile bis er es verarbeitet hat jetzt hatte sie ihre Tränen erfolgreich niedergekämpft stattdessen erschien ein resoluter Ausdruck auf ihrem Gesicht manchmal weiß ich einfach nicht ob ich mir selbst etwas vormache wenn ich denke dass ich mitten in meiner ersten großen Romance stecke ernsthaft an manchen Tagen habe ich das Gefühl als hätte ich den richtigen gefunden dann denke ich mir wenn er jetzt zu mir sagen würde dass er mit mir durchbrennen will dann würde ich es tun die Liebe die dabei aus ihrem Gesicht sprach traf mich wie eine Kugel ins Herz wenn etwas nicht in Ordnung ist dann will ich ihm helfen es zu überwinden ich weiß ich weiß aber du weißt auch noch gar nicht worum es sich handelt wenn es etwas mit seiner Schriftstelle reizutun hat dann muss er erst selbst damit fertig werden und falls es etwas anderes ist naja ich bin mir sicher dass er sich dir anvertrauen wird sobald er dazu bereit ist ihre dunklen Augen blickten nachdenklich während sie unser Gespräch überdachte sie sah mich an ohne mich wahrzunehmen höchst wahrscheinlich hast du recht sagte sie schließlich sie schenkte mir ein kleines reumütiges lächeln und schüttelte ihren Kopf himmel ich komme mir dumm vor sieh mich an eine tolle vorkämpferin für starke Frauen bin nicht was ist mein make-up verschmiert und oh Gott habe ich das gerade wirklich gefragt nein es ist alles in Ordnung und du bist nicht dumm deine Gefühle sind ganz normal ich stand auf und musste dringend hier raus ich bekam beklemmungen in diesem Raum ich musste weg von ihr weg von ihrem blinden vertrauen ich werde jetzt mal eine runde drehen wir werden gleich öffnen sie erhob sich ebenfalls und rieb ein letztes mal mit ihrer hand über ihre augen ja ich habe auch noch einiges zu tun danke dass du mir zugehört hast bevor ich die tür öffnen konnte umarmte sie mich kurz und heftig ich bin froh dass du meine Freundin bist damit ließ sie mich stehen und wandte sich ihrer arbeit zu der weil wünschte ich mir dass sich ein loch im boden auftat in dem ich versinken konnte fast wünschte ich mir eine nette herbei die mich von meinem leid erlösen würde zum glück waren es nur noch zwei stunden bis ich mich mit roman treffen würde dann war ich endlich befreit von dem elend und dem selbst hast den meddy ohne ihr wissen in mir auffühlte doch wenn ich mich der hoffnung hingegeben hatte dass mich die arbeit im laden von all dem ablenken würde so stellte sich das als irrtum heraus als ich eine halbe stunde später etwas im café zu erledigen hatte stand ich plötzlich vor Seth er saß mit seinem laptop an einem tisch und sah bei meinem eintreffen auf fast so als er meine Anwesenheit spüren könnte er lächelte und mein Herz begann zu rasen bevor ich mich zurückhalten konnte hatte ich auch schon zurückgelächelt er sah mich auffordernd an so als wollte er dass ich mich zu ihm setze doch ich war besorgt dass wir die Aufmerksamkeit der anderen erregen und uns verraten könnten dann wurde mir klar dass es sicher noch verdächtiger aussehen würde wenn ich überhaupt nicht mit ihm sprach vor langer zeit war es einmal völlig normal gewesen dass ich bei ihm vorbeiging und mit ihm ein schwätzchen hielt niemand hat es jemals als mehr aufgefasst als ein geplänkel unter freunden also schlenderte ich nachdem ich meinen stapel bücher abgestellt hatte zu ihm hinüber und setzte mich ihm gegenüber hey sagte ich und mir wurde unter seinen blicken ganz warm hey erwiderte er du siehst heute wunderschön aus ich sah an mir hinab und musste lachen ich hatte festgestellt dass die wäsche nicht zu waschen meine sowieso schon begrenzte Garderobe noch mehr dezimierte heute trug ich jeans und ein einfaches schwarzes t-shirt und meine haare hatte ich lediglich kurz gebürstet von styling konnte keine rede sein ich hatte verschlafen und beschlossen dass ich mich für meinen späteren strand spaziergang sowieso nicht aufhübschen musste du lügner sagte ich ich bin praktisch so aus dem bett gefallen du vergisst dass ich dich schon so ziemlich in jedem vorstellbaren zustand gesehen habe du musst nicht bis ins kleinste detail perfekt gestylt sein du bist sogar wunderschön wenn du total durch den wind bist manchmal macht dich das sogar noch schöner hey willst du mir damit sagen dass ich gerade unordentlich aussehe nein du liegst irgendwo in der mitte zwischen gestylt und unordentlich und du siehst immer noch bildschön aus ich bekam ständig komplimente doch wenn sie von ihm kamen dann waren sie wie pures gold und einfach wundervoll sogar die aller kleinsten und du sagte ich scheint sich zu bemühen ebenfalls ungepflegt auszusehen er fuhr sich mit einer Hand durch sein etwas zerzaustes Haar ich vermute dass er es mit dieser Geste eigentlich etwas bändigen wollte doch zerbüllte er es damit nur noch mehr weißt du eigentlich dass die Menschen ein Vermögen für Haargel ausgeben um diesen Look hinzubekommen für solche T-Shirts geben sie bestimmt genauso viel aus sagte ich und deutete auf sein Ovomaltine T-Shirt im Secondhand Look es gibt ich lachte weißt du in Vancouver wartet ein unermesslicher Schatz an T-Shirts auf dich ich habe sie überall entdeckt und an dich denken müssen mit jedem Augenblick der Verstrich versank ich tiefer und tiefer in dieser spannungsgeladenen alles verzehrenden Verbindung zwischen uns meine Liebe für ihn erfüllte mich und ich fühlte mich vollkommen ihn jetzt zu verlassen wäre zu qualvoll gewesen und auf seinem Gesicht erkannte ich dass er diese Empfindungen mit mir teilte als ich mich gesetzt hatte hatte ich mich wegen Maddy schuldig und zerrissen gefühlt doch als ich erst einmal bei ihm saß ja es war selbstsüchtig und fürchterlich von mir doch ich konnte einfach nicht anders als bei ihm zu bleiben und wenn ich ehrlich war dann fiel es mir schwer wegen ihrer Gefühle ein schlechtes Gewissen zu haben denn ich war viel zu sehr von dem eingenommen was ich für Seth empfand ich wollte ihn ich wollte ihn für mich ich wollte dass er mich liebte und gleichzeitig wusste ich dass ich mich sofort wieder wegen Maddy schlecht fühlen würde wenn ich den Tisch verließ diese Sache konnte einfach nicht gut enden hast du denn noch weitere Ausflüge dorthin geplant er senkte die stimme er flirtete er flirtete jetzt nicht mehr sondern sah beunruhigt aus nein ich denke ich bin durch mit meinen internationalen reisen jetzt muss ich noch hier einiges in Ordnung bringen naja oder es wird in kürze für mich alles in Ordnung gebracht bald wird wieder alles in den normalen Gang gehen ob mit oder ohne Jerome sein Hausdruck wurde sorgenvoll er sah fort vor mir und starrte aus dem Fenster wir hatten beide von Anfang an gewusst dass das unvermeidliche kommen würde doch war bisher keiner von uns in der Lage gewesen darüber zu sprechen es sah so aus als könnten wir auch jetzt noch nicht darüber reden es gab eine Million Dinge die wir diskutieren sollten doch wir konnten nur aneinander denken wir wollten nur einander wir hatten eine so lange Zeit mit unüberwindlichen Grenzen zwischen uns verbracht dass wir jetzt wo sie verschwunden waren uns einfach wie Kinder in unseren Sehnsüchten verlieren wollten ohne über die Konsequenzen nachzudenken auch wenn uns die Konsequenzen inzwischen jeden Tag einholen konnten also sagte Seth schließlich ich hoffe nur dass du auf dich aufpasst bist du denn schon näher dran ihn zu finden ich zögerte Roman hat er mir befohlen niemanden zu vertrauen ich war damit ziemlich sicher dass Seth nicht sofort zum nächstbesten Dämon in der Gegend laufen würde um ihn zu verraten was ich ihm erzählt hatte ich vermutete aber auch dass Seth nicht besonders erfreut sein würde wenn er erfuhr dass Roman wieder mein Leben getreten war egal wie sehr Roman seine uneigennützigen Motive betonte Seth würde ihm nie vertrauen zur Hölle ich vertraute ihm ja selbst auch nicht ich habe einige vielversprechende Hinweise sagte ich schließlich ich musste an Grace denken einige sind besonders aussichtsreich ich bin mir nur noch nicht ganz sicher was ich mit ihnen anfangen kann latscht du immer noch Strände ab brauchst du Kayla und mich noch einmal ich dachte sie hätte etwas vor seine Miene sagte dass er für mich alles tun würde schon aber wenn du sie wirklich brauchst dann könnte ich meine Beziehungen spielen lassen wenn du willst oh ja das tat ich ein angenehmes schmerzliches sehnen ist er sich in meiner Brust ein es gab nichts was ich lieber wollte als wieder einen Nachmittag mit den beiden zu verbringen auch wenn wir nur nach Felsen suchen würden es würde mir die Möglichkeit geben mich der Illusion hinzugeben dass wir eine Familie wären nein ich komme zurecht widerstrebend ließ ich den Gedanken los so gern ich auch mit ihnen zusammen gewesen wäre jetzt war Roman der bessere Partner für meine Jagd lieber würde ich ihm einem Risiko aussetzen als Kayla und wenn wir wirklich finden sollten wonach besuchten dann war es wahrscheinlicher dass er wissen würde was zu tun war ich sah auf die Uhr ich sollte jetzt meine Arbeit hier fertig machen meine schicht ist fast zu ende und ich darf nicht zu spät kommen seth gesicht war eine mischung aus unruhe und enttäuschung dann kein mittag essen oder ich konnte mir da zwar nicht sicher sein aber ich hatte den verdacht dass ein mittag essen mit ihm essen und sex an einem heimlichen ort beinhaltete mist ich wollte beides ich schüttelte traurig den kopf ich wünschte ich könnte aber das hier hat vorrang tut mir leid für den Bruchteil einer traurig und mit gebrochenem herzen in meinem büro gestanden hatte ich dachte sogar an dante und seine zwanghafte geldverschwendung wenn da nur noch ein funken anstand in meiner verdammten seele übrig geblieben war da musste ich setz hier und jetzt sagen dass es zu ende war aber genau wie jedes mal als ich mir das gesagt hatte hörte ich nicht zu aber vielleicht vielleicht heute abend dann wären roman und ich mit unserer suche fertig dante könnte vielleicht auftauchen aber damit würde ich mich später auseinandersetzen ich war zuversichtlich dass ich mich herausfinden könnte falls er pläne für uns hatte das war nur eine nebensächlichkeit nur mit setz wieder allein sein zu können zählte wie war es nur möglich dass seine nähe auf mich eine derartige wirkung hatte er nickte und war genauso erpicht darauf wie ich und ruf mich an wenn du frei bist ich wollte einen scherz darüber machen dass ich nie frei sein würde aber ich wusste dass er es nicht so gemeint hatte als ich aufstand hoffte ich dass es so in meinen augen eine million dinge süße und unanständige dinge als ich von ihm fort ging war ich mir sicher dass jeder der uns sah sofort begriff was vor sich ging doch niemand schien uns zu beachten meine schicht verging danach wie im fluge und als ich danach nach hause ging hörte ich neben mir unsichtbare schritte ich weiß dass du da bist bis bette ich wollte nicht dass mich jemand für verrückt hielt es freut mich dass deine voyeuristischen neigung noch die gleichen sind heute hatte ich mein auto hinter einem appartement haus geparkt und als ich um die ecke ging und einen wenig frequentierten block erreichte materialisierte sich rome neben mir er sah atemberaubend aus selbst zufrieden und gefährlich wie immer ich hoffe es war unterhaltsam für dich mir zu folgen ich zog meine schlüssel hervor aus deinem leben sollte man eine reality serie machen sagt er es ist wirklich gut und weißt du was ich bin scheinbar ziemlich labil für einen ehemaligen meuchelmörder aber meine güte du schaffst sogar mich zu schockieren ach sei ruhig zickte ich zurück ich schloss das auto auf und glitt auf dem fahrersitz deine bissigen kommentare kannst du dir sparen das ist kein kommentar ich habe nur laut gedacht das hat nichts mit dir zu tun und es ist auch nicht nötig dass du darauf etwas erwiderst das ist es also oder fragte ich und fuhr aus der parklücke deshalb willst du mich nicht töten du willst mich einfach nur auf alle ewigkeit quälen endloses leiden stimmt's er grinste und seine perfekten weißen zähne leuchteten in seinem gebräunten gesicht das weckte erinnerungen in mir daran wie attraktiv ich es einst gefunden hatte doch jetzt blockierten meine angst und mein unwohlsein jegliche begierden und so kann man es auch sehen und überhaupt tu nicht so als ob es da nicht einen kleinen teil in dir gebe der es nicht insgeheim genießt die rolle der ewiglich leidenden und gepeiligten seele zu spielen wenn du glücklich wärst dann wüsstest du doch gar nicht was du mit dir anfangen solltest das ist doch überhaupt nicht wahr zu meiner eigenen überraschung wurde ich rot hör auf damit mich zu verarschen nun ich finde dich nur faszinierend äußerlich trägst du die maske der moralischen überlegenheit ebenso wie dieser mordhinsinn und da seid ihr nun und schleicht umeinander herum und das verstehst du nicht wir lieben uns der ironische blick den mir roman zuwarf ließ mich meine worte sofort bereuen oh ich verstehe schon glaub mir das tue ich wenn ihr euch so sehr liebt warum habt ihr denn überhaupt schluss gemacht als ich euch das letzte mal gesehen habe seid ihr die ganze zeit umeinander herumschlawenzelt wir hatten einige gründe sagte ich grüblerisch es ist kompliziert das ist es doch immer ich seufzte Edmunds war noch etwa 25 minuten entfernt es würde eine lange fahrt werden also nicht dass dich das irgendetwas angehen würde aber ich meinte damit dass damals viel passiert ist zum beispiel hatten wir verständigungsprobleme wie fürchterlich profan und ich war dabei völlig auszurasten du weißt schon weil ich angst hatte er könnte sterben ich dachte dass ich das nicht ertragen könnte ich erwartete romans abfällige erwiderung aber es kam keine und natürlich war da noch die sache mit dem sex ich habe mich geweigert das zu tun ich konnte die vorstellung nicht ertragen ihm einen teil seines lebens zu stehlen unsere liebe war auf sex nicht angewiesen aber naja trotzdem brachte es einiges durcheinander und jetzt hast du kein problem mehr mit sex weil ich ihm jetzt nicht schaden kann sie mal am zeitpunkt kann man nichts ändern oder daran dass wir immer noch gefühle verändern da haben oder daran dass ihr beide mit jemandem zusammen seid jetzt schwieg ich roman legte nachdenklich seinen kopf an die rücken lena nach meinen beobachtungen die ich in dieser woche gemacht habe muss ich zugeben dass ich mehr die mag ich mag sie auch sagte ich leise aber dieser typ mit dem du dich triffst ich denke da könntest du etwas besseres haben jetzt wünschte ich mir fast dass du mich umbringen würdest oh das habe ich auch schon noch vor sagte er zu meiner bestürzung war der witzelnde ton aus seiner stimme verschwunden wieder weigerte ich mich ihn anzusehen es tut mir leid wegen helena ich wollte nie dass sowas geschieht romans lachen hörte sich an als würde ich ihn gerade wirken oh was hast du denn gedacht was passieren würde dass wir mit einem blauen auge davon kommen würden ich habe es überlebt und das nur mit knapper not du hast gesagt dass du kater töten würdest und ich wusste nicht hinter wem du sonst noch her sein würdest sagte ich ruhig ich wusste mir nicht anders zu helfen ich hatte keine andere wahl wenn du mich wirklich so geliebt hättest wie du es gesagt hast hättest du eine wahl gehabt erwiderte er verbittert und ich habe dir versichert dass ich die anderen in frieden lassen würde als du mir das gesagt hast war es bereits zu spät zu diesem zeitpunkt hatte ich schon um hilfe gerufen ich sagte nichts dazu dass ich ihn wirklich geliebt hatte auf eine andere weise als ich setz liebte aber trotzdem war es liebe gewesen was auch immer ist jetzt irrelevant die hauptsache ist jetzt dass wir jerome finden im augenwinkel sah ich wie er mein profil studierte allerdings bin ich schon etwas überrascht dass du dich darin so eifrig zeigt schließlich wird es ein ende für deine kleine affäre bedeuten sie wird sowieso enden ich möchte danach lieber mit jerome als mit irgendeinem anderen dämon weiterleben in meinen gedanken sah ich setz gütige augen und sein liebevolles lächeln ich konnte beinahe fühlen wie seine hände meinen körper berührten zumindest habe ich meine erinnerung sie werden mir bleiben erinnerung roman schüttelte den kopf wie zur hölle kann jemand der sein leben damit verbringt völlig beliebig männer zu vögeln so ein romantischer idiot sein darauf antwortete ich nicht und während der übrigen fahrt fand nur wenig konversation zwischen uns statt unser ziel in edmunds war ein weiterer nationalpark ich dachte bei mir dass es schon komisch war dass solche magischen plätze immer wieder von den menschen eingezäunt und besonders geschützt wurden ich fragte mich ob sie ihre kräfte unbewusst spürten ich hatte ein wenig über diesen park und seine bedeutung für die lokalen amerikanischen ureinwohner gelesen das hörte sich wirklich vielversprechend an es gab einen kleinen strand der vom waldigen gebiet mit vielem picknicktischen umgeben war dieser ort ist nicht besonders stark sagte roman als wir aus dem auto ausgestiegen waren es gibt etwas magie in der erde jedoch nicht besonders viel ich kann mir nicht vorstellen dass sie jerome hier verstecken würden sie würden sicher etwas stärkeres suchen um ihn zu verbergen ich ließ es nicht zu dass mich das entmutigte wir müssen uns umsehen wir können uns noch nicht sicher sein der park war nicht sehr groß ich nahm an dass wir mehr zeit für die rückfahrt brauchen würden als dafür ihn zu durchkämmen wir gerade den parkplatz verließen klingelte mein handy ich erkannte die nummer nicht geh schon mal ohne mich weiter sagte ich zu roman als ich das gespräch annahm erkannte ich auch die stimme am anderen ende nicht sprich dort leta auch bekannt als georgina kinkett ich verzog mein gesicht nur hohe angestellte der hölle nannten mich bei meinem eigentlichen namen hier spricht ebrahim ich bin für innere angelegenheiten zuständig der dämon sprach abgehackt und gehetzt und vermittelte den eindruck als hätte ich ihn angerufen und bei etwas unterbrochen es amüsierte mich dass er mich angerufen hatte anstatt persönlich mit mir zu sprechen so war es vermutlich effizienter ich setzte mich an einen der picknick tische was kann ich für dich tun bestimmt nichts da bin ich mir sicher doch ich wurde angewiesen alle geringeren und sterblichen in diesem bereich über die jerome situation zu befragen ich konnte die anführungszeichen in seiner stimme hören zuerst möchte ich wissen wo du dich zum zeitpunkt aufgehalten hast als jerome verschwand ich war auf dem weg nach kanada jerome hatte mich an cedric verliehen um ihm zu helfen eine kurze pause entstand nach meinen aufzeichnungen war cedric in seattle als jerome verschwand also als ich losgefahren bin war cedric noch trüben ja aber als die armee der finsternis ihre aktion auf dem space needle veranstaltete habe ich cedric angerufen weil ich mir dachte dass ihn das interessieren könnte ich habe bisher geglaubt dass er zu diesem zeitpunkt erst nach seattle gekommen ist hast du gesagt armee der finsternis ja das ist eine sekte aus vancouver die ziemlich peinliche sachen gemacht hat ach das sind die mit den sprühdosen genau ich habe cedric in dieser angelegenheit geholfen und als er erfahren hat dass sie in seattle waren ist er vermutlich sofort hergekommen um mit jerome darüber zu sprechen und ein wenig schadensbegrenzung zu betreiben damit jerome nicht auf die idee käme dass cedric die armee geschickt haben könnte deine informationen sind nicht korrekt cedric hat sich nie mit jerome getroffen was stirnrunzelnd erinnerte ich mich an mein gespräch mit kristen ich hatte nachgefragt ob cedric jerome aufgesucht hatte um mit ihm zu sprechen und während sie bestätigt hatte dass er in seattle gewesen war so hatte sie nicht erwähnt dass sie auch miteinander geredet hatten als cedric ankam wurde jerome bereits vermisst er und may haben versucht ihn zu finden doch als die geringeren und sterblichen die anzeichen einer dämonenbeschwörung zeigten wussten wir was geschehen war ibrahim sprach nach wie vor forscht er war eindeutig nicht daran interessiert tatsachen mit mir zu diskutieren die ihm bereits bekannt waren ich war hier nah an etwas dran so nah war jerome gebannt worden bevor cedric hier angekommen war das würde ihn als beschwörer ausschließen allerdings wenn ibrahim diese informationen von cedric selbst erhalten hatte dann konnte es sich natürlich auch um eine lüge handeln vielleicht versuchte man cedric etwas anzuhängen vielleicht war er just in dem augenblick hier gewesen als jerome beschworen wurde und dass er may erwähnt hatte konnte bedeuten dass sie wahrscheinlich seine geschichte bestätigen würde und was bedeutete das nun genau steckte sie in dieser sache auch mit drin ich wusste bereits dass grace beteiligt war es war gut möglich dass may und cedric mit ihr zusammenarbeiteten doch das würde bedeuten dass es jetzt schon drei dämonen in dieser verschwörung gab doch in seattle war nur ein preis zu vergeben und ich konnte nicht nachvollziehen wie sie alle davon profitieren sollten eine größere gruppe dämonen dazu zu bringen sich zu organisieren war schon schwierig aber sie dazu zu bringen wenn nicht alle davon einen vorteil hatten das war schier unmöglich ibrahim war bestrebt darauf weiter zu machen er stellte mir einige weitere fragen über jeromes verschwinden und wollte ein wenig über meinen alltag wissen er fragte mich nie zu meiner meinung darüber wer jerome ersetzen sollte oder zu meiner meinung über andere dämonen das war allerdings auch keine besondere überraschung wie ich es bereits mit meinen freunden gemutmaßt hatte würden unsere eingaben sehr wahrscheinlich keine große rolle spielen ich legte auf und machte mich auf die suche nach roman ich erwartete dass er praktisch mit der suche fertig war doch stattdessen entdeckte ich ihn dabei wie er auf einer lichtung bei den bäumen mit einigen kindern ball spielte sie waren noch ziemlich klein und das spiel war nicht besonders aufregend eigentlich standen sie nur alle im kreis und warfen sich gegenseitig den ball zu roman warf dabei vorsichtig und zielte bedächtig um es den kindern einfacher zu machen ich stand am rand und beobachtete sie verblüfft es schien ihm ziemlichen spaß zu machen einen soziopathischen halbengel bastard mit kleinen kindern spielen zu sehen war schon ziemlich kurios roman bemerkte dass ich ihn beobachtete und warf einem kleinen mädchen den ball zu dann verließ er sehr zum unmut der zurückgelassenen kindern den kreis und ging auf mich zu sie fliegt ihn an noch zu bleiben doch er winkte nur ab und sagte ihnen dass er nun aufbrechen müsste vielleicht können wir später nochmal kommen sagte er heiter ich kann mich nicht entscheiden ob ich das jetzt niedlich oder gruselig finde sagte ich zu ihm vielleicht ein wenig von beidem wie so gruselig ich töte nur unsterbliche wesen keine kinder die tatsache dass du das gerade mit völlig unbewegten gesicht zu mir gesagt hast ist schon beweis genug ich deutete um mich herum hast du das hier alles schon überprüft nö ich wollte dir den spaß nicht verderben wer war denn am telefon wir gingen am strand entlang und ich fasste zusammen was mir ibrahim berichtet hatte ich hätte ihm beinahe verraten was ich über grace weiß gestand ich ihm gut dass du das nicht getan hast sagte roman wir brauchen noch weitere informationen wir haben nicht mehr viel zeit mutter ich wir können nicht mehr viel herausfinden und da ist noch irgendwas irgendwas seltsames das den tag betrifft als jerome beschworen wurde ich kann einfach nicht ich hielt inne und starrte den strand entlang roman sieh mal er folgte meinem blick dort in der nähe des abfalleimers war ein kleiner abschnitt wo kleine rohe gesteinsbrocken im sand lagen grau und weiß ich rannte den strand entlang und ignorierte dass sich dabei meine schuhe mit sand füllten heilige scheiße nach all den ergebnislosen suchaktionen nachdem ich mich auf all die halbgaren unklaren hinweise verlassen hatte hatten wir tatsächlich etwas gefunden wir hatten jerome gefunden und das keinen augenblick zu früh einige verdatterte kinder starrten mich an doch ich ignorierte sie kniete mich bei den steinen hin und begann sie zur seite zu schieben und grub mich dann durch den sand es da fiel mir auf dass ich einen sparten oder etwas vergleichbares hätte mitbringen sollen einige augenblicke später kam roman dazu und stand über mir was machst du denn da fragte ich nachdrücklich jetzt hilf mir schon hier ist er nicht georgina er muss hier sein wir sind in der nähe von salzwasser hier ist sand hier sind weiße steine das passt alles zu der tarnung des siegels er muss hier irgendwo vergraben sein ich kann nichts spüren hier ist er nicht die steine rissen mir beim graben die hände auf und ich fühlte wie tränen in meinen augen brannte bis zu diesem moment war mir nicht klar gewesen welche fürchterliche und wahrhaftige angst ich davor hatte dass jerome nicht mehr zurückkehrte meine zeit als sukobus war immer von großen umbrüchen geprägt gewesen mir gefiel das ruhige plätzchen das ich mir hier in seattle geschaffen hatte ich wollte nicht dass ich alles veränderte ich konnte nicht zulassen dass es sich veränderte nicht nach all dem was ich in der letzten zeit durchgemacht hatte aber der ganze sinn des siegels und seiner magie besteht auch darin jeromes gefängnis zu verbergen selbstverständlich würdest du es nicht spüren das siegel verbirgt es vor allem die nicht aktiv danach suchen ich tue aber gerade das und ich sage dir er ist nicht hier vielleicht liegt es ja daran dass du einfach nicht stark genug bist mit einem seufzen kniete sich jerome hinter mich georgina hör auf verdammt nochmal er muss hier sein roman griff um mich herum und hielt meine arme fest ich wehrte mich doch er war zu kräftig georgina es ist genug jerome ist nicht hier das einzige ungewöhnliche an diesem ort ist der geruch aus dem mülleimer es tut mir leid ich kämpfte noch ein wenig gegen ihn an doch dann gab ich auf da er sich augenscheinlich sicher war dass ich mich nicht mehr widersetzen würde ließ er mich los ich wandte mich um und sah ihn an dabei versuchte ich meine tränen herunter zu schlucken es war unsere letzte chance sagte ich matt wir haben keine zeit mehr roman musterte mich mit seinen mehrgrünen augen ich sah weder wut noch gefahr in seinem gesicht nur mitgefühl es tut mir leid und du kannst dir gar nicht sicher sein dass es schon zu spät ist ibrahim wird seine beurteilung jeden moment abschließen und wo sollen wir als nächstes hingehen auf die olympic halbinseln ob es gerade wohl kraftplätze abzuklappern war in ordnung als sie noch in unserer nähe lagen alle anderen liegen zu weit entfernt wenn wir uns da von dem falschen aussuchen dann war es das game over und wir haben für nichts anderes mehr zeit es tut mir leid wiederholte er ich konnte es ihm ansehen dass es die wahrheit war ich will ihn doch genauso gern finden wie du ich starrte auf das blaugraue wasser das sich hinter ihm erstreckte auf die kreisenden möben warum warum willst du jemanden finden der versucht hat dich zu töten roman lächelte warum klammerst du dich an eine romantische idealvorstellung wenn alles andere in deinem leben dir ziemlich deutlich gezeigt hat dass sie unerreichbar ist er hatte es wohl nur rhetorisch gemeint und war jetzt überrascht als ich mich vom anblick des wassers losriss und mich zu ihm drehte und antwortete wegen eines traums er zog die augenbrauen hoch welcher traum ich holte tief luft und die bilder blitzen in meinem kopf auf einfach so und genauso lebendig und real wie beim ersten mal vor einer weile war nix hier er erstrak was die mutter der zeit und des chaos ja es ist eine lange geschichte was ist nur los mit dieser stadt keine ahnung jedenfalls war sie hinter meiner energie her und sie lenkte mich damit ab dass sie mir diese träume schickte roman sie waren so real das kannst du dir nicht vorstellen meine stimme klang schwach als ich sprach ich stand in einer küche und machte den abwasch und irgendwo lief sweet home alabama im nachbarzimmer saß dieses kleine mädchen auf einer deckte sie hatte sich weh getan und ich bin zu ihr gegangen um sie zu trösten sie war vielleicht zwei oder drei jahre alt und sie gehörte mir meine tochter nicht die von jemand anderem nicht adoptiert mein fleisch und blut aubrey war auch da und diese schildi und eine was eine schildi eine schildpat katze ich wartete einen moment aber ich sah keine erkenntnis in seinem gesicht wie eine kaliko katze nur ohne weiß in ihrem fell nur braune und orangene flecken wie kannst du jahrtausende alt sein und das nicht wissen weil ich keine katzenzeitschriften abonniert habe und ich kann es wirklich nicht fassen dass du dich an dinge wie katzenrassen und hintergrundmusik erinnerst es war so real sagte ich leise realer als mein eigentliches leben ich kann mich an alles erinnern falls ihm ein spöttischer kommentar auf der zunge gelegen hatte so verkniff er ihn sich und wurde wieder ernst entschuldige dass ich dich unterbrochen habe also was ist dann passiert mit dir und dem mädchen oder deiner katzenpension wir waren einfach alle zusammen warm und glücklich dann fuhr ein auto vor und ich trug das mädchen hinaus um nachzusehen ein mann stieg aus und er war der eine mein geliebter mein ehemann ihr vater derjenige um den sich mein ganzes leben drehte wer war er fragte er gespannt ich schüttelte den kopf ich weiß es nicht ich konnte sein gesicht nicht sehen es war dunkel und schneide ich weiß nur dass ich ihn geliebt habe und dass er und das mädchen mein leben vollkommen machten roman antwortete nicht sofort sondern ließ meine worte auf sich wirken aber es war ein traum ich weiß nicht nichts kann einem die zukunft zeigen das hat sie schon bei anderen getan sie behauptet dass sie mir meine gezeigt hat aber das ist unmöglich das kann nicht sein und doch und doch hoffst du insgeheim darauf dass es wahr sein könnte ja und als diese sache mit meiner stasis passierte da dachte ich vielleicht wieder vollendete roman meinen satz vielleicht könnte es wahr sein schließlich konntest du seth berühren vielleicht könntest du also auch ein kind bekommen er hatte meine geheimste hoffnung erraten ich weiß nicht immer noch nicht vielleicht kann ich schwanger werden ich meine mein körper ist ja schon irgendwie menschlich oder ja aber nicht menschlich genug ich kenne nicht jedes detail der dämonischen hierarchie und wie sie ihre kräfte verteilen aber ich weiß dass du keine kinder bekommen kannst auch wenn du menschlich scheinst bist du noch immer unsterblich und das tut mir leid aber du gehörst immer noch der hölle ich hielt seinen blick einen augenblick lang stand und sah dann zu boden naja das sollte mich eigentlich nicht überraschen oder es gibt sowieso keinen grund für mich nichts zu trauen nicht nach dem was sie getan hat das war es also keine kinder wieder war mir ein teil des traumes genommen worden alles was mir blieb war ein gesichtsloser mann von dem ich wollte dass es seth war und selbst das erschien mir jetzt unwahrscheinlich roman zog mich hoch komm jetzt lass uns zurückgehen bevor es anfängt zu regnen wir kaufen uns ein Eis vielleicht munter das dich ein bisschen auf ich bin mir nicht sicher ob ein Eis meine verzweiflung über meine vergeblichen Hoffnungen und Träume oder eine drohende dämonische Machtübernahme wettmachen kann wahrscheinlich nicht aber es hilft zumindest dabei als ich nach hause kam war Dante nicht da und ich erreichte ihn auch telefonisch nicht das befreite mich von jeglichen schuldgefühlen wegen meiner verabredung mit seth und was bedeutete dass dem jetzt nur noch der anklagende blick im weg stand den mir roman zuwarf als wir uns trennten ich hatte keine ahnung wie er wohl seinen abend verbringen würde und wollte es ehrlich gesagt auch gar nicht wissen das problem das seth und ich bei unseren verabredungen hatten war dass wir die innenstadt ziemlich meiden mussten wir hatten zwar auch in den vorstadtbezirken bekannte doch die wahrscheinlichkeit dort jemanden von ihnen zu treffen war viel geringer das regnerische wetter mit dem roman und ich am nachmittag noch zu kämpfen war inzwischen vorbeigezogen und plötzlich hatte sich mildes wetter eingestellt das es sogar beinahe ermöglichte ohne jacke aus dem haus zu gehen hätte ich meinen aberglauben nicht schon vor langer zeit aufgegeben so hätte ich den unerwarteten wetterumschwung als einen göttlichen segen empfunden zu meiner überraschung sagte seth dass er gerne in die innenstadt gehen wollte und er war auch recht zuversichtlich dass uns dort niemand entdecken würde er fuhr mit mir nach belltown und parkte dort vor einem der vielen hochhäuser mit mietwohnungen von denen dort scheinbar jeden tag neue aus dem boden sprossen ein mysteriöser schlüssel verschaffte ihm zugang und der aufzug brachte uns bis nach ganz oben zum höchsten stockwerk was ist das denn fragte ich als wir eine großzügig geschnittene penthouse suite betraten das brachte mich zum nachdenken ob ich meine wunschvorstellung von meiner eigentumswohnung nicht noch einmal überdenken sollte ich seien verdettert an die gehörte nicht etwa dir oder dass seth eine geheime ferienwohnung hatte war kein ding der unmöglichkeit sie gehört einem bekannten der gerade nicht in der stadt ist er hat mir noch einen gefallen geschuldet und du hast freunde die ich nicht kenne er warf mir einen blick zu und ließ es gut sein außerdem war die wohnung so schön dass ich genug zerstreuung fand das ganze appartement war in marine und grautönen gehalten und die möbel waren vornehm und teuer besonders gefiel mir dass die wände mit reproduktionen von prä-raphaelitischen kunstwerten dekoriert waren heutzutage lag er abstrakte kunst im trend und es war schön einmal etwas anderes zu sehen warte erstmal ab bis zu den rest gesehen hast sagte seth und winkte mich auf den balkon hinaus oder zumindest war balkon das einzige annähernd passende wort das mir einfiel er war ungefähr halb so groß wie meine ganze wohnung und nach westen ausgerichtet wodurch man einen wunderbaren ausblick auf einen teil der stadt mit ihren glitzernden lichtern sowie über den gesamten patsche sound hatte ich blickte staunend hinaus und beobachtete wie eine fähre über die dunkle wasserfläche glitt wow das fasst erst ziemlich gut zusammen wir standen einige momente dort und seth legte einen arm um mich so weit oben hatte sich die für die jahreszeit untypische wärme in er dazu passende windböen und kälte gewandelt ich zitterte und seth wickelte mich in eine decke die sorgsam zusammengefaltet auf einem schmiedeeisernen stuhl gelegen hatte setz dich sagt er ich komme gleich mit dem abendessen wieder ich musste über seine galanterie grinsen und setzte mich an einen schnörkligen glastisch auf dem einige kerzen leuchteten während ich auf seth wartete kamen allerlei seltsame gefühle in mir hoch mir wurde bewusst dass es vorbei war ich wusste nicht woher doch mir war plötzlich klar dass das was wir in den letzten tagen gehabt hatten jetzt zu ende ging vielleicht würde etwas neues seine stelle einnehmen vielleicht würde auch nie wieder etwas zwischen uns sein ungeachtet dessen schloss ich diesen augenblick tief in meinem herzen ein niemals wieder würde es so sein zum abendessen gab es eine auswahl von verschiedenen französischen olivpasteten und brot sowie zu meiner erschütterung eine flasche wein ist das ganze ding für mich fragte ich erschütterte den kopf ich trinke auch ein glas was zuerst starbucks und jetzt das ich schielt auf das etikett um nachzuprüfen ob es nicht etwa so ein seltsamer alkoholfreier wein war nein das ist ein besonderer anlass sagte er lächelnd und ich wusste dass eine selben stimmung war wie ich dass er wusste dass heute etwas endete und außerdem wie heißt es so schön in einem meiner liebsten persischen verse natürlich dieses super romantische date hast du einem gedicht nach empfunden ich sah ihm an dass er in der stimmung für eine rezitation war er ausweiter sich bevor er sprach mit einem leib brot unter den ästen hier einer flasche wein einem buch voller verse und dir neben mir singend in der wildnis und die wildnis ist nun paradiesisch mir ich schnalzte mit der zunge also du hast brot wein und mich aber keinen ast und kaum wildnis das ist der großstadt dschungel behauptete er und auch kein buch voll der verse fuhr ich fort obwohl ich bin mit all fools night fertig setz wurde augenblicklich ernst und das weißt du doch es war wunderschön nein das weiß ich nicht ich kann es nie einschätzen die worte brechen aus mir heraus aber schlussendlich erhob die schultern man weiß nie wie sie aufgenommen werden was die menschen denken werden das überrascht mich irgendwie jedes mal wieder was hat das zitat am anfang zu bedeuten der kate bush song text darüber einen pakt mit gott einzugehen du solltest dir die konversation dieses songs vom placebo anhören er wird dich umhauen setz sah mich vielsagend an du denkst da steckt eine verborgene bedeutung dahinter es gibt immer eine verborgene bedeutung du hast es hineingeschrieben nachdem du mich kennengelernt hast oder ja ich meine es gibt offenkundig auch einen bezug zum buch zu o'neils enthüllung am ende aber ich vermute dass es auch mit uns zusammenhängt und sein blick verlor sich in dem panorama das sich um uns herum ausbreitete ich weiß nicht wir müssen mit so vielen schwierigkeiten klarkommen wir versuchen es ja immer noch zu bewältigen und was können wir schon ausrichten nichts naja außer wir machen es so wie man es bei euch handhabt und gehen einen pakt mit dem teufel ein aber weshalb warum können wir nicht stattdessen mit gott paktieren das machen die menschen doch ständig lieber gott wenn du das für mich tust dann verspreche ich ein guter mensch zu sein solche dinge schon aber ich wüsste nicht dass man dabei verträge abschließen könnte wie bei euch es gibt keine bescheinigung dafür dass es auch funktioniert wenn mich nicht alles täuschte lag ein anflug von bitterkeit in seiner stimme wie kann es sein dass wir nur dadurch dass wir schlechte dinge tun das bekommen was wir wollen warum können wir es nicht erreichen wenn wir gute menschen sind wenn ich kater das nächste mal treffe werde ich ihn fragen sagte ich trocken aber ich habe das untrügliche gefühl dass er mir antworten wird dass das gute schon belohnung an sich ist inzwischen hatten wir die olivenpaste schon ziemlich dezimiert den wein hatten wir allerdings kaum angerührt entgegen seiner anfänglichen behauptungen war ich mir nicht sicher ob es überhaupt an seinem glas genippt hatte er drehte sich wieder zu mir um du und ich sind gerade keine besonders guten menschen oder fragte er das war gelinde gesagt eine untertreibung du und ich wir sind die opfer von unglücklichen timing ich schwieg kurz und von vielen anderen unglücklichen umständen es wäre um einiges einfacher gewesen wenn diese stasis sache passiert wären als wir noch zusammen waren oder wenn wir es gerade erst miteinander aufgegeben hätten nein sagte ich auf keinen fall mir ist es egal dass das hier alles ein riesen durcheinander ist es war es wert dass ich dir nicht doch noch am ende geschadet habe du hast ihm körperliche schmerzen erspart höhnte eine gemeine kleine stimme in meinem kopf aber was ist mit meddy schmerzen sind nicht nur rein körperlich ganz besonders du solltest das wissen was ist mit den seelen qualien die du ihr zugefügt hast ich ignorierte die stimme das ist mir egal sagte setz ich hätte es getan ich hätte meine seele für dich verkauft du und ich ich habe dir schon gesagt es gibt etwas das uns immer verbinden wird auch wenn wir nicht zusammen sind ich stand vor meinem stuhl auf setzte mich auf seinen schoß und legte meine arme um ihn dabei fragte ich mich wie es nur möglich war dass mein herz gleichzeitig vor glück überfloss und in tausend stücke zersprang ich legte meinen kopf an seine schulter ich liebe dich sagte ich leise und ich vergebe dir es lag etwas seltsames in diesen worten das mich erzittern ließ beinah so als hätte ich sie noch nie zuvor zu jemandem gesagt und ich verstehe jetzt warum du getan hast was du getan hast ich erläuterte das was nicht genauer das musste ich auch nicht selbst küsste meine wange hast du hast du manchmal das gefühl dass wir diesen moment wieder und wieder durchleben ich dachte an unsere kummervolle vergangenheit falls es so ist dann möchte ich mir darüber keine gedanken machen nicht jetzt ich dachte dass er noch etwas sagen mich vielleicht sogar korrigieren würde aber ich gab ihm keine chance dazu ich küsste ihn und wie jedes mal zuvor war es süß und kraftvoll und fühlte sich einfach so richtig an wie nichts anderes auf der welt wir umschlangen uns und trotz des kalten wetters zogen wir uns aus und liebten uns während der wind unser hart zerzauste und die sterne auf uns herab schienen und wie bei unserem letzten mal hatte ich das gefühl dass wir uns nicht nah genug waren auch wenn unsere körper sich vereinten und er sich in mir bewegte hatte ich immer das gefühl dass ich ihm niemals nah genug sein würde vielleicht war es diese magische verbindung von der er immer sprach oder vielleicht war es auch nur eine metapher für die bürde die wir zu tragen hatten hinterher saßen wir in decken gehüllt noch lange zusammen und sprachen nur wenig ich wollte die ganze nacht dort bleiben oder für immer das war die eine sache wert gewesen die wir während unserer ganzen affären nicht getan hatten nachdem wir miteinander geschlafen hatten hatten wir nie eine nacht zusammen verbracht immer hatten wir uns trennen müssen und zum rest unseres lebens zurückkehren müssen am ende setzte er mich bei meinem auto ab und wir küssen uns lange bevor ich mich von ihm losmachen konnte setz strich mit seiner hand über meine wange und mein haar und wollte mich nur widerstrebend gehen lassen ich teilte diese empfindung was wirst du jetzt unternehmen fragte er ich weiß es nicht vermutlich mache ich mich morgen ein letztes mal auf die suche wenn dafür überhaupt noch zeit genug bleibt eigentlich rechne ich jede minute damit dass über ihm einen nachfolger benennt selbst nickte und seine augen waren dunkel und nachdenklich also wenn du wieder gesellschaft brauchst ich lächelte und war mir nicht sicher ob das eine so gute idee war doch das wollte ich heute abend nicht mehr entscheiden ich wusste nicht genau ob ich wollte dass die episode auf dem balkon die letzten minuten waren die wir zusammen verbracht hatten oder ob ich mich noch an ein paar weitere kostbare sekunden klammern wollte selbst wenn wir sie am strand verbringen würden ich sage dir bescheid versprach ich ihm ich küsste ihn zum letzten mal und machte mich dann auf die suche nach meinem auto ich hatte gerade die türen aufgeschlossen als mich aus der dunkelheit eine stimme ansprach kannst du mich mitnehmen ich seufzte mir gefiel es wirklich nicht wie sich jeder neuerdings an mich heranschleichen konnte obwohl bei katas seltsamen sinnvoll humor schockierte mich eigentlich nichts mehr besonders es war schon häufig vorgekommen dass er herumschlich und dabei seine aura versteckte denn ihm gefiel einfach das überraschungs moment trotzdem jetzt hatte ich überhaupt keine chance mich zu wehren ich öffnete meine tür sorry ich nehme keine anhalt damit davon ließ er sich nicht abschrecken stattdessen schlüpfte er auf den beifahrersitz und schnallte sich an hattet ihr einen erfreulichen abend madame er sprach auf eine altmodische vornehme art und weise nicht in diesem ton in welcher ton ich war lediglich höflich du weißt sehr gut was ich getan habe also tun nicht so als ob du eine nette konversation betreibst wieso schließt sich das gegenseitig aus ich sah ihn nicht an ich will nicht verurteilt werden ich verurteile dich es hört sich eher so an als würdest du dich selbst verurteilen und so sollte es auch sein die beste jury und der beste geschworene den es gibt bist du selbst nur du allein weißt wozu du fähig bist und was du gerne sein möchtest bist du nur gekommen um in den tiefen meiner moralvorstellungen zu graben gräute ich ach was sagte er wann immer ich dich aufsuche improvisiere ich einfach ein bisschen und warte ab worauf es hinaus läuft es könnte zum beispiel auf jerome hinauslaufen das ist deine mission nicht meine hast du schon erfolg gehabt wieder war ich mit diesem dilemma konfrontiert wem konnte ich was erzählen grace roman so viele figuren auf dem spielbrett und doch kein eindeutiger gegenspieler kleine erfolge sagte ich schließlich oho er lachte diese antwort war eines engels würdig na ja ich denke nicht dass es genügen wird um jerome zu finden es sei denn es passiert noch ein wunder die fahrt war nur kurz ich parkte vor meinem haus wo ich glücklicherweise einen guten parkplatz fand kater drehte sich um und zwinkerte mir zu du kennst meine ansicht zu wundern danke fürs mitnehmen warte sagte ich als mir klar wurde dass ein begriff war sich fort zu teleportieren ich hätte eine frage erhob auf die augenbraue bitte wenn ein sterblicher etwas unbedingt will wie kann es da sein dass er nur die möglichkeit hat seine seele zu verkaufen und einem packt mit der hölle einzugehen warum kann man als gegenleistung für gutes verhalten nicht ein packt mit gott eingehen das war eine der seltenen gelegenheiten in denen ich kater überrumpelt hatte ich erwartete eine arg glatte erwiderung wie ich sie auch schon selbst gegenüber erwähnt hatte von wegen dass das gute schon die belohnung an sich war der engel grübelte einige sekunden darüber nach und solche packte gehen die menschen noch ständig ein sagte er schließlich sie gehen sie nur nicht mit gott ein mit wem denn dann rief ich mit sich selbst er verschwand scheiß engel murmelte ich ich kam nur einige minuten vor dante in meinem appartement an oder habe ich aber glück sagte er als er mich mit aubrey auf der couch entdeckte zurzeit scheint sie ziemlich beschäftigt zu sein ich fühlte wie schuldgefühle wegen dem was ich heute abend getan hatte in mir hochkamen eine lüge war immer noch eine lüge egal wie man sie erzählte ich rette seattle erklärte ich ihm und machte ihm neben mir platz er setzte sich zur abwechslung hatte er sich rasiert und sah in seinem üblichen ensemble aus jeans und sweatshirt uhr und stiefeln richtig gut aus neuerdings brachte ihn seine unsicherheit zwar dazu mir geschenke zu kaufen doch mir fiel auf dass wenn dieser ganze wahnsinn erst einmal vorbei war ich seine auswahl an kleidungsstücken auch etwas erweitern musste und wie läuft es so ständig wollten das alle wissen setz kater dante und jedes mal hatte ich nur eine lahme antwort parat eigentlich nicht so toll ich glaube dass ich morgen alles auflösen und jerome für immer verloren sein wird und selbst wenn es nicht so sein sollte so wäre es trotzdem zu spät für ihn um seine alte position zurückzubekommen dante legte seinen arm um mich und seine füße auf meinen couch tisch also sukobus verstehe mich nicht falsch aber ich bin wirklich froh wenn das alles hier vorbei ist ob mit oder ohne neuen erzdemon ich habe wirklich genug davon dass du ständig gestresst bist und ich habe auch genug davon dass ich überhaupt keine zeit mehr mit dir verbringen kann er spielte mit einigen strähnen meines haars und irgendwie habe ich auch genug davon wie kräuslich dein haar derzeit ist gibt es da nicht irgendein kosmetik produkt das dagegen hilft hey sagte ich überhaupt nicht witzig zählt innere schönheit inzwischen gar nichts mehr er machte unerschrocken weiter na davon hast du viel aber ich möchte das ganze paket und außerdem dein gesichtsausdruck als ich das gerade gesagt habe der war wirklich einmalig seine hand glitt von meiner taille und malte muster auf meine hüfte und meine schenkel das war keine eindeutig sexuelle geste doch ich bekam das gefühl dass das und seine gute laune über die ich mich wirklich freue bitte nicht falsch verstehen in kürze zu einem romantischen annäherungsversuch führen würden legst du mir die karten fragte ich unvermittelt er sah mich bestürzt an tarot jawohl du weißt schon dass das alles nur unsinn ist das ist es wenn du die wahrheit für deine kunden zurecht biegst bitte nur ganz schnell na gut ich zeige dir deine tageskarte alle rätsel des universums in einer karte ich konnte hören dass er innerlich mit den augen rollte er stand auf und holte die tarot karten aus seiner mappe er hatte die karten immer bei sich für den fall dass ich spontan ein kunde fand und lüg mich nicht an warnte ich ihn ich kenne mich besser als deine kunden das würde mir nicht im traum einfallen sagte er und mischte die karten ich hatte schon oft miterlebt wie er seine klienten betrug in dem er ihnen genau das erzählte was sie hören wollten da ich allerdings selbst nicht wusste was ich wollte gehörte ich wohl nicht zu dieser kunden kategorie als er die karten ausreichend durchgemischt hatte ließ er mich einen stapel abheben worauf er sie wieder fein säuberlich aufeinander stapelte zieh ich nahm die oberste karte vom stapel und drehte sie um mist fünf der kelche umgekippte becher verlorene hoffnungen und räume dante bestätigte das ebenfalls eine enttäuschung kommt auf dich zu der verlust von etwas das einmal dein war es kann sich um das misslingen oder die unfähigkeit handeln ein wiederkehrendes problem zu lösen ein ziemlich bezeichnendes bild für dich und was soll das denn heißen unheil und düsternis sind deine ständigen weggefährten was ich damals in deiner hand gelesen habe war keine erfindung von mir bekräftigt vielleicht nur dass jerome endgültig weg ist wenn du den karten überhaupt glauben schenken willst und außerdem schau mal hier er tippte auf die karte ein kelch ist stehen geblieben nicht alle hoffnung ist vergeblich wenn ich daran dachte dass ich setz und den mann in meinem traum verloren hatte dann war ich mir da nicht so sicher außerdem fragte ich mich ob roman wirklich recht damit hatte dass ich überhaupt nicht wissen würde was ich mit mir anfangen sollte falls ich einmal wirklich glücklich wäre wie ich es erwartet hatte versuchte dante sich mir sexuell zu nähern aber wie schon die ganze woche vorher blockte ich ab mir war klar dass das inzwischen sowieso egal war meine kälte waren leer mein abenteuer mit setz war vorbei doch unsere gemeinsame zeit auf dem balkon war wieder so süß und intensiv gewesen dass ich nach solch einem erlebnis mit niemand anderem zusammen sein konnte unser liebesleben würde zeitig genug wieder zur normalität zurückkehren doch nicht heute nacht er schien nicht wütend darüber zu sein dass ich ihn zurück wies er verletzt ich fühlte mich schlecht deswegen doch mir wurde klar dass ich mich lieber wegen eines verrates an ihm als an setz schuldig fühlte am nächsten morgen war dante schon vor mir aufgestanden und zur arbeit gegangen stattdessen saß roman in meinem wohnzimmer aus cornflakes und hatte es sich gemütlich gemacht er musste bemerkt haben dass ich neben ihm stand doch er blickte weiterhin unbeirrt auf die frühen nachrichten als er mit den flakes fertig war lockte er aubrey zu sich und stellte ihr die schüssel hin hey sagte ich und nahm die schüssel weg milch ist schlecht für katzen jetzt lass sie doch ein bisschen über die stränge schlagen wandte er ein wobei er noch immer auf die nachrichten konzentriert war also wie sehen deine pläne für heute aus keine ahnung da ich noch immer in der stasis bin haben wir wohl noch etwas zeit sollen wir einfach einen dartpfeil auf die landkarte werfen und dorthin fahren dabei zeigte ich auf einen atlas vom nordwestpazifischen raum der auf meinem beistelltisch lag von den varianten die wir bisher ausprobiert haben könnte das noch die produktivste sein sinnierte er er sprach zwar in einem leichtfertigen ton den er so häufig anklingen ließ doch ich konnte dahinter seine enttäuschung hören es war mir immer noch ein rätsel warum er sich so bei der suche nach jerome engagierte und ich beschloss dass sich dieses rätsel am besten mit hilfe von kaffee lösen ließ während dieser durch die maschine lief machte ich mir selbst frühstück ich entdeckte eine schachtel poptarts und musste wieder darüber nachdenken ob ich wohl zunehmen würde äh georgina falls du wissen willst ob du ihr sonst noch irgendwas geben darfst dann lautet die antwort nein das musst du dir ansehen seine stimme war tot ernst ich bekam eine gänsehaut und eilte ins wohnzimmer zurück roman deutete auf den fernseher und das darf doch nicht wahr sein ächzte ich die armee der finsternis hatte wieder zugeschlagen wir hatten zwar einen örtlichen sender eingeschaltet doch augenscheinlich hatte es dieser vorfall der sich nördlich der grenze zugetragen hatte bis ins lokalfernsehen geschafft die posse hatte in victoria statt gefunden eine stadt auf einer insel westlich von vancouver aber sie lag immer noch in britisch columbia dort gab es einige sehr schöne und sehr berühmte gartenanlagen und die armee war dort scheinbar eingebrochen und hatte sich bemüht auf einer weiten mit bischen bepflanzten fläche ein pentagramm aus eben jenen bischen zu schneiden dieses hatten sie dann mit sprühfarbe verschönert himmel herrgott murmelte ich das pentagramm war schlecht gemacht doch die gruppe war immerhin gerissen genug gewesen sich dort wieder vorzuschleichen ohne dabei entdeckt zu werden als das bild zu einer aufnahme des innenhofs wechselte konnte man sehen dass sie dort ein graffitti hinterlassen hatten gegrüßt seist du engel der finsternis ist es nicht schön dass sie es immer noch drauf haben sagte roman ironisch ich sank neben ihm auf die couch und meine gedanken überschlugen sich warum warum gerade jetzt ich hatte mit der theorie gespielt dass die aktivitäten der armee lediglich als unsinnig aufwändige ablenkungsmanöver gedient hatten um jedermanns aufmerksamkeit von seattle abzulenken nach dieser logik hätten ihre spielchen aufhören müssen sobald jerome gebannt war doch hier waren sie wieder hatten sie auf eigene faust gehandelt einfach weil es ihnen spaß machte war blake auf einen sprühdosen schlussverkauf gestoßen oder hatte grace sie wieder angeleitet und falls ja warum die meisten ihrer bisherigen aktivitäten waren mit maßgeblich wichtigen aspekten der erschaffung des siegels oder jeromes beschwörung zusammengefallen ohne zu zaudern griff ich nach meinem telefon und wählte sedericks nummer ich erreichte ihn sogar direkt ohne umwege über kristen was fragte er nachdrücklich als er den anruf annahm hier spricht georgina ich habe gerade in die nachrichten gesehen hört zu ich habe jetzt wirklich keine zeit für dich tatsächlich bist du sogar die letzte person mit der ich jetzt reden möchte weil nämlich nichts von all dem passiert wäre wenn du von vornherein deinen job anständig erledigt hättest ja ja ich weiß schon aber hör mal ist heute irgendwas wichtiges passiert er klang ungläubig was reicht es nicht dass ich schon wieder von diesen idioten bis auf die knochen blamiert worden bin nein ich meine irgendwelche vorkommnisse oder keine ahnung einfach irgendwas wichtiges dämonisches also wenn du mein bewerbungs gespräch mit ihm wichtig findest dann ja seiner kasmus troff förmlich durchs telefon ich erstarrte danke das ist alles was ich wissen musste das schien ihn wirklich zu überraschen tatsächlich ja nein warte als ich gestern mit kristen gesprochen habe sagte sie du wärst am tag von jeromes beschwörung nach sie hätte gekommen aber ihm behauptet dass jerome schon verschwunden war als du ankamst stimmt das ja natürlich misstraust du ihm nein nein ich wollte nur sicher gehen dass ich ihn richtig verstanden habe und du bist eine weile in ziertel geblieben ja ich habe mich zusammen mit grace und mail mit den folgen des ganzen auseinander gesetzt hör mal wenn du meine aktivitäten zurückverfolgen willst dann warte bitte bis christin wieder im büro ist er stöhnte frustriert verdammt ich wünschte sie wäre gerade jetzt hier ich zögerte kurz und beschloss dann dass es jetzt auch nicht mehr schlimmer werden könnte hey wenn ich dir einen freundschaftlichen ratschlag geben darf bevor du das nächste mal bei match.com ein date suchst oder mit einem sukobus ausgehst und sie dich lieber erst einmal in deiner unmittelbaren umgebung um zum teufel worüber sprichst du kristen wenn du jemanden suchst der dich wirklich versteht sie steht jedenfalls auf dich bis bald ich legte auf bevor ich seine erwiderung hören konnte roman starrte mich irritiert an mitten in dieser krise betätigst du dich als kupplerin das war nur meine gute tat für heute ich warf mein handy von einer hand in die andere und überlegte okay also die armee hat heute eine ihre aktionen veranstaltet während ibrahim cedric befragt hat das sieht nicht gut für cedric aus was ihm seine kandidatur für seattle versauen wird sehr wahrscheinlich auch wenn er immer wieder betont dass er gar kein interesse daran hat trotzdem erscheint es logisch dass gracie dazu angestiftet hat ausgerechnet heute das zu tun ich meine falls sie sie dazu angestiftet hat und es nicht nur ein dummer zufall war er zuckte mit den schultern hört sich sinnvoll an aber was bringt das schon du weißt doch schon dass sie eine rolle in all dem spielt das entlastet lediglich cedric ich runzelte die stirn ich hatte wieder dieses gefühl wie gestern als ich die aktivitäten der sekte analysiert hatte und das mir vorkam als wäre ich ganz nah an etwas herangekommen dass ich noch außerhalb meiner reichweite befand wieder besseren wissens rief ich er flippte schier aus als er begriff dass ich es war die anrief georgina wir haben uns schon gefragt was wohl mit dir passiert ist man du wirst nicht glauben was wir heute da war dieser ich weiß es bereits unterbrach ich ihnen es kam hier unten in den nachrichten was heilige scheiße hey ihr ich hielt das telefon von meinem ohr weg als er nach jemandem brüllte der anscheinend bei ihm war wir haben es in seattle in die nachrichten geschafft einen augenblick später war er wieder am telefon wow das ist unglaublich internationale anerkennung hör zu evan ich muss etwas wissen hat ihr der engel tatsächlich gesagt dass ihr das tun sollt damit will ich sagen ist sie wirklich in einer vision erschienen oder habt ihr nur angenommen dass es ihr wille war sie war hier sie befahl uns im budges gardens ein zeichen zu setzen damit die welt ihre herrlichkeit erkennt ziemlich cool denn weißt du das ist ein magischer ort und so kein wunder dass die folgen unserer aktion so weitreichend sind magischer ort plötzlich hielt ich alle fäden in der hand evan hör mir genau zu kennst du noch andere kraftorte in deiner umgebung ich hatte das geheimwissen der gruppe immer abgetan und niemals in betracht gezogen dass sie vielleicht doch das eine oder andere über die welt des übersinnlichen wussten selbstverständlich roman fixierte mich dermaßen mit seinen bohrenden blicken dass ich das gefühl hatte es würden gleich laserstrahlen daraus hervorschießen er wusste dass ich etwas auf der spur war ich holte tief luft kennst du bei euch einen ort der an einem strand liegt am ozean wo es weiße felsen gibt oder weißen kies oder sand oder irgendwas derartiges der von kraft durchdrungen ist weiße felsen fragte er und dann schwieg er einige sekunden also da gäbe es white rock was das ist diese stadt und dort gibt es naja einen riesigen weißen felsen ist durch irgendein gletscher dorthin gekommen aber die indianer glaubten dass er von den göttern geschickt wurde oder so das war schon immer ein heiliger ort white rock wiederholt ich tonlos ja nein nein es konnte doch nicht derart offensichtlich sein ich balancierte in einer hand das telefon während ich mit der anderen den atlas aufschlug und zu dem abschnitt über british columbia blätterte da war es an der küste gleich nördlich von der amerikanischen grenze white rock dreckstück sagte ich nachdem ich even versichert hatte dass ich nicht ihnen ein dreckstück genannt hatte legte ich auf und wandte mich an roman das gefäß ist nicht hier in der nähe es ist oben in british columbia roman war meinem finger mit den augen auf der karte nach white rock gefolgt okay der name hört sich schon sehr vielversprechend das muss aber noch nicht unbedingt etwas bedeuten doch es bedeutet alles von anfang an war die armee als ablenkungsmanöver gedacht als das siegel erschaffen wurde als ibrahim mit cedric sprach und als jerome beschworen wurde sie inszenierten ihre aktionen auf der space needle hier bei uns aber sie haben sich so lange ruhig verhalten bis jerome überwältigt worden war sobald das passiert war kam ihr großer auftritt um cedrics aufmerksamkeit auf seattle zu fixieren statt auf sein eigenes territorium roman kam die erleuchtung auch wenn er ein wahnsinniger war so hatte er sich auch immer als ziemlich clever erwiesen weil dann nämlich grace das gefäß auf cedrics territorium versteckt hat ich nickte darauf läuft es hinaus cedric musste verschwinden damit er die gegenwart des gefäßes nicht spüren konnte bevor grace es geschafft hat es zu verbergen ich glaube er ist wegen der angelegenheit mit ibrahim immer noch hier aber wenn ich ihn jetzt anrufe und das ihm erzähle nein sagte roman hastig wir können es niemandem erzählen was ist bloß los mit dir rief ich und stand auf die uhr läuft es ist gut möglich dass wir keine zeit mehr für einen gemütlichen ausflug haben ehe die stasis endet meine liebe dieses risiko müssen wir eingehen er erhob sich ebenfalls schnapp dir die schlüssel es geht los ich hasse den richtung meines schlafzimmer doch dann zögerte ich verdammt ich hatte selbst gesagt dass er vielleicht mit mir kommen könnte dafür ist es jetzt zu spät roman dachte nach nein mach das weshalb fragte ich überrascht ich werde unsichtbar bleiben ich weiß nicht ob vielleicht jemand einen aufbruch bemerkt und falls sie dich beobachten dann ist es besser wenn sie glauben du wärst auf einem romantischen ausflug ich möchte noch vermeiden dass einer der mächtigen mein gesicht zu sehen bekommt das brachte mich in eine seltsame situation romans argumentation in dieser sache wurde immer bizarrer zudem war ich immer noch im zwiespalt ob ich unser date auf dem balkon als strahlenden schlusspunkt und als letzten wundervollen moment mit setz stehen lassen oder ob ich lieber noch ein paar weitere gemeinsame sekunden heraus schlagen sollte es mit dem gestrigen abend enden zu lassen wäre die poetischste variante aber ich war dann doch eher bodenständig sobald ich losgefahren war rief ich ihn an und kurz darauf holte ich ihn ab er saß mit mir vorne im auto während sich roman unsichtbar auf dem rücksitz fletzte was gelinde gesagt ziemlich unheimlich war zum glück drehte sich unsere unterhaltung um nichts rührseliges oder romantisches er spürte die dringlichkeit die ich ausstrahlte und befragte mich über die gründe des ausflugs ich antwortete ihm so ausführlich wie möglich und versuchte dabei die ganze zeit mich an die geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten ich konnte nicht riskieren dass ein strafzettel uns zeit kostete und ich konnte auch nicht auf meine übersinnlichen kräfte hoffen um mich notfalls herauszuwenden wir brauchten etwas weniger als zwei stunden wir hatten zwar versehentlich den atlas zu hause gelassen die wegbeschreibung hatte sich uns aber eingeprägt denn es ging einfach nur geradeaus als wir den park mit dem bereits erwähnten felsen beinahe erreicht hatten kam mir ein gedanke und ich rief peter an um ihn einzuschärfen nicht nach draußen zu gehen glaubst du ich bin blöde fragte er ich weiß genauso wie du dass die stasis sehr bald enden wird schon stimmte ich zu aber sie endet vielleicht nicht so wie du es dir vorstellst wir legten auf das ist es oder fragte setz ein hinweisschild wies auf den strandparkplatz und ich schlug in diese richtung ein ja ich denke schon ich fühlte wie ich in panik geriet mein gott ich habe angst ich weiß nicht was geschehen wird setz tätschelte meine schulter immer mit der ruhe tätes es endet wie es endet du musst tun was du tun musst wir werden schon damit fertig ich packte das auto und sah zu ihm hinüber zwischen uns brannte die luft und das war ein wunder dass roman überhaupt noch atmen konnte setz hatte recht das war das ende und wir würden ihm ins auge sehen müssen wir mussten tun was getan werden muss was immer auch der preis dafür sein würde und das war so wunderbar an setz er wusste was richtig war wir stiegen aus dem auto setz und ich eilten hand in hand den strand entlang es herrschte ebbe und das zurückweichende wasser hatte eine landschaft bloß gelegt die fast zu gleichen teilen aus sand und kies bestand in richtung festland wurde sie jedoch grün und grasig was wahrscheinlich der arbeit von parkangestellten zu verdanken war die wasserfläche breitete sich dunkel und windgepeitscht in ihrer unermesslichen weite vor uns aus an einem schöneren tag wäre sie sicherlich blau und wunderschön gewesen schwere graue wolken verhüllten das meiste vom festland das die bay umgab und ich glaubte sogar donner zu hören was recht ungewöhnlich für das milde klima des nordwestpazifiks war ich hoffte dass wir sehr bald finden würden was wir suchten denn es sah so aus als würde bald ein unwetter über uns hereinbrechen ach was für eine schöne metapher setz unterbrach meine gedankengänge also das sagte er ist wirklich ein weißer felsen ich blieb stehen und lenkte meine aufmerksamkeit von dem weiten panorama auf dem pfad vor mir dort etwa 25 meter vor uns lag ein weißer felsen ein riesiger weißer felsen so wie er aussah hatte ich bin nicht übertrieben als er sein gewicht auf 500 tonnen geschätzt hatte jetzt komme ich mir irgendwie dumm vor dass ich meine zeit mit kleinen kieselsteinen verschwendet habe grübelte ich und strich mir das haar aus den augen der wind peitschte sofort wieder zurück es war so offensichtlich und doch auch nicht sollen wir ich nickte und wir nährten uns voller eifer und böser vorahnungen dem stein nach all der zeit und den fehlschlägen schien es unfassbar dass wir es wirklich geschafft haben sollten irgendetwas würde passieren irgendetwas musste passieren wow flüsterte ich als wir den steinbrocken erreicht hatten und ich zur spitze des felsens entporspähte er war so massiv dass wir ganz in seinem schatten standen jetzt kann ich nachvollziehen weshalb die menschen glaubten dass er von den göttern her geschickt wurde setz sah zu boden leider müssen wir uns aber auf einen weniger erhabenen ort konzentrieren wie sollen wir es bloß finden einfach wahllos graben wenn setz und ich allein gewesen wären so wäre es die letzte möglichkeit gewesen doch ich hoffte dass roman und jetzt einen hinweis darauf geben würde wo sich das gefäß befand wenn es überhaupt hier war ein kleiner teil von mir verfiel in panik dass dieser trip hierher die größte irreführung von allen gewesen war ich studierte den boden um den felsen herum doch es gab keine anzeichen dafür dass sie kürzlich gegraben worden war an einem strand wie diesen war der ganze boden völlig uneben so etwas ähnliches sagte ich um romans ein stichwort zu geben als wir beim felsen angekommen war hatte setz meine hand los gelassen doch jetzt ergriff er sie wieder und zog mich zu sich georgina ich löste meine augen von dem boden und sah ihn direkt an adrenalin durchpulste mich ich war mehr als bereit für die auflösung dieses abenteuers und doch wurde mir das herz schwer wenn ich an die konsequenzen dachte ich drückte setz hand trat an ihn heran und legte meinen kopf an seine brust sein herz schlug schnell zweifellos waren seine gefühle genauso verworren ich weiß und sagte ich sanft mir geht es genauso er hielt mich fest und küsste meine stirn wenn wir jerome finden wenn du ihn befreist dann wird es schnell gehen oder ja ich weiß nicht wie lange es dauern wird aber naja ich denke es wird schnell gehen so war es auch als er entführt wurde und das war es dann vermutlich da standen wir leidend und verwirrt ich hatte geglaubt dass es nicht schlimmer werden könnte als damals im dezember als setz die trennung durchgesetzt hatte jetzt begriff ich dass er es getan hatte weil er es für das beste gehalten hatte doch es schmerzte noch immer und jetzt dieser schmerz war anders als setz und ich uns in meinem apartment zum ersten mal geküsst hatten hatte ich noch gedacht dass es einfach eine art ferien für mich sein würde genau wie für die vampire setz würde mein sonnenschein sein jemand mit dem ich ein kurzes abenteuer verleben könnte bis ich wieder zu meinem trostlosen dasein als unsterbliche zurückkehren müsste mir würden die erinnerungen bleiben und das würde genügen doch jetzt wo ich hier mit ihm stand wurde mir klar dass sie nicht genügen würden nachdem ich jetzt ganz genau wusste was ich damals haben konnte würde es nur noch wehtun niemals wieder würde ich mit setz schlafen nie wieder würde ich diese intimen momente voller trost und gegenseitigen einklang erleben er gehört nicht mehr zu mir das konnte er nie wieder ich weiß nicht was wir tun sollen sagte setz und küsste mich auf die stirn was meinst du damit wir haben keine wahl wir haben immer eine wahl tätis wenn das vorbei ist und auch wenn du wieder ein sukobus bist ich weiß nicht ich wollte dich so sehr vor all dem schmerz in der welt beschützen das will ich immer noch aber nachdem ich diese letzte woche mit dir verbracht habe ich frage mich verdammt noch mal das meint ihr doch jetzt nicht ernst setz und ich sahen verblüfft auf von roman hätte ich erwartet dass er in unseren romantischen augenblick herein platzen würde und vielleicht sogar von grace allerdings hatte ich nie im leben mit dante gerechnet ich hatte keinen schimmer von wo er aufgetaucht war er trat um den felsen herum so als hätte er sich die ganze zeit dahinter verborgen aber ich hatte den verdacht dass er in unserem moment der angst einfach unbemerkt an uns herangetreten war rasende wut ging von ihm aus und seine augen waren so düster und aufgewühlt wie die see jenseits von uns und sobald ich ihn sah brauchte ich kein langwieriges verhör keine hinführung zur erkenntnis ich brauchte ihn nicht zu fragen was er ihr tat denn plötzlich wusste ich es du bist der beschwörer sagte ich natürlich er sagt das in einem herablassenden tonfall so als ob die vorstellung dass irgendjemand anderes diese rolle gespielt haben könnte einer beleidigung gleich käme wer denn sonst als ich dir erzählt habe dass ich einer der besten in der gegend bin war das kein scherz ich kann wirklich nicht glauben dass du nicht einmal in betracht gezogen hast nein streicht das wieder natürlich kann ich das glauben ganz egal wie fertig und von sorgen zerfressen du bist immer gibt es da den blauäugigen optimistischen teil in dir der an das gute in den menschen glauben will die dir wichtig sind du sagst es als wäre das etwas schlechtes sagte ich und spürte jetzt meine eigene wut in mir hochkommen dass ich die ganze zeit als spielball missbraucht worden war war schon schlimm genug aber dass mein eigener freund mich dazu benutzt hatte das war inakzeptabel und dennoch er hatte recht es war dumm von mir gewesen ihn nicht zu berücksichtigen und trotzdem konnte ich nicht glauben dass er mich all diesen qualen ausgesetzt hatte das ist eine schlechte angewohnheit ich hatte gehofft dass ich sie dir irgendwie austreiben könnte aber es hat wohl nicht geklappt sein blick zuckte zu selbst gesicht hinüber und dann wieder zu meinem allerdings fällt es mir schwer dich naiv zu nennen denn schließlich hast du mich die ganze zeit nur verarscht und ihn gefögelt es gab eigentlich nichts was ich darauf erwidern konnte ich konnte ja schlecht sagen es ist nicht so wie du denkst denn es war ja genau so wie er dachte egal welche rolle er in jeromes beschwörung spielte tatsache war dass ich dante betrogen hatte und dabei erwischt worden war tut mir leid sagte ich lahm wobei ich noch immer selbst handfest in meiner hielt setz hatte einen schritt nach vorn gemacht er schirmte mich zwar nicht von dante ab doch er nahm eindeutig eine beschützende pose ein ja ja ich weiß und dante stieß einen ärgerlichen seufzer aus verdammt georgina was ist das nur mit dir ich habe dich nie wegen deines jobs blöd angemacht ich habe versucht ein gutes leben für uns zu schaffen und trotzdem bist du zu ihm zurückgegangen sobald du ihn ficken konntest ohne ihm zu schaden hast du sofort losgelegt uns ein gutes leben zu schaffen hast du deswegen all das getan ich erinnerte mich an gregs bemerkung darüber dass derjenige der an der beschwörung beteiligt war mit konkubinen und fernsehern belohnt werden würde in dantes fall war es wohl etwas eher simpleres gewesen er war schlicht und einfach mit geld bezahlt worden genug um mir schmuck und blumen zu kaufen und davon anzufangen dass wir uns eine wohnung teilen könnten sokobus was hätte ich denn sonst tun sollen er sprach immer noch in einem spöttischen tonfall zu mir doch in seinen gesichtszügen spiegelten sich seine rohen seelen qualen es tat mir weh du kannst dir könige und rockstars untertan machen es wäre völlig unmöglich dass du für immer bei mir geblieben wärst nicht bei deinem lebenswandel und vom handlesen allein kann ich kaum meine rechnung bezahlen und die zeit in der meine zaubersprüche lukrativ hätten sein können sind schon lange vorbei nichts davon war wichtig sagte ich bestimmt ich wäre geblieben doch während ich es sagte bemerkte ich den widerspruch ebenso wie dante der auf dem bisher so schweigsamen setz deutete setz schien von etwas ganz anderem eingenommen zu sein dante rollte mit den augen ja ganz eindeutig das habe ich nie gewollt ich wollte nie dass du buchstäblich einen packt mit dem teufel eingehst was hast du denn von mir erwartet du weißt wie ich bin du hast dich mit mir eingelassen weil du von der dunklen seite fasziniert warst dieser packt war meine größte chance der größte profit den ich jemals aus meinen kräften heraus schlagen konnte sie brauchte den besten und sie konnte mich für meine dienstleistung bezahlen sie grace dante lächelte mich schief an ich hätte mir eigentlich denken können dass du auf diesen teil schon gekommen bist und nur nicht damit herausrücken wolltest auch als du mir noch vertraut hast hast du mir nicht wirklich getraut vielleicht bist du gar nicht so ahnungslos wie ich dachte und als ich in deiner wohnung den atlas gesehen habe also das war der augenblick in dem ich wusste dass ich dich unterschätzt habe du hast großes glück dass grace nur mich her geschickt hat und nicht selbst gekommen ist wir könnten dich vielleicht noch lebend hier herausbekommen setz und ich standen immer noch dicht beieinander so dicht dass er kaum die stimme heben musste als er in mein ohr flüsterte die uhr faucht er es ist in der uhr ich hatte keine zeit darüber nachzudenken denn setz riss sich plötzlich von mir los und stürzte sich auf dante hör mal lass sie einfach in ruhe okay du hast sie ertappt sie hat dich ertappt ihr seid quitt und jetzt lass uns gehen ich starte ihn an er war für seine verhältnisse ungewöhnlich aggressiv quitt rief dante wir sind nicht quitt ich habe es getan weil ich sie liebe setz stimme klang ruhig und auch fest du liebst sie du hast sie in den schlamassel mit der sekte verwickelt deinetwegen wurde sie beinah von einem dämon getötet dante blickte finster und ging einen schritt auf setz zu das sollte nicht passieren jerome hat in aller eile die sache mit kanada forciert sie sollte gar nicht in all das hinein geraten der plan sah vor dass sie wie alle anderen die stasis abwartet und dann sobald grace die macht ergriffen hat wieder normal werden würde grace hat es versaut als sie nanette von ihrer einmischung berichtet hatte doch grace hat inzwischen sichergestellt dass nanette keinen scheiß mehr macht ich habe alles getan um georgina zu schützen cedric hatte die wahrheit gesagt er hatte nanette tatsächlich nichts von meinen theorien erzählt grace hat es getan ja das hast du ja toll gemacht das war nicht meine schuld brüllte dante du kannst über mich sagen was du willst aber ich hatte die besten absichten wogegen sie er deutete auf mich dieselbe selbstsüchtige kleine nutte geblieben ist wie sie schon ihr leben lang war und dann geschah tatsächlich das unglaubliche selbst sprang vorwärts und schlug dante ich war mir nicht sicher ob es verblüffender war dass es so aggressiv war oder dass er einen so sauberen hieb landen konnte einmal hat er sich auf einen straßenräuber gestürzt doch auch wenn sein handeln damals schrecklich tapfer gewesen war so war es lange nicht so präzise und koordiniert gewesen ich hatte keine ahnung woher das gelernt hatte dante schien genauso überrumpelt wie ich er taumelte von dem schlag rückwärts und brauchte einen moment um sich zu sammeln dann sprang er setz mit einem knurren an setz wich dem schlag nur teilweise aus scheinbar absichtlich und kippte dann unter dem stoß nach hinten wodurch beide männer zu boden fielen sie rangen miteinander und versuchten sich gegenseitig auszuhebeln oder mit einem hieb zu treffen und für einen augenblick war ich wegen all dem zu betäubt um zu reagieren doch dann begriff ich endlich setz worte die uhr ich hastete auf sie zu vorsichtig darauf bedacht nicht von den rudernden gliedmaßen getroffen zu werden selbst bemerkte mich und versuchte so gut wie möglich dantes handgelenk zu erfassen und es in meine richtung zu beugen dante wand sich jedoch und ich hatte den eindruck dass er in seinem leben schon in mehr kämpfe als setz verwickelt gewesen war und als er begriff was vor sich ging verstärkte er seinen widerstand die uhr das ergab wirklich einen sinn grace trug ihren teil des siegels um den hals dante würde seinen teil genauso sicher wissen wollen warum sollte er ihn also nicht in dem einzigen accessoire verstecken das er jemals trug endlich schaffte es setzten dantes handgelenk so lange festzuhalten dass ich meine finger unter das uhrenarmband schieben konnte ich zog fest daran mit mehr kraft als ich es für möglich gehalten hatte und das band riss die uhr fiel mir in die hand und ich wich zurück als dante rasend vor wut aufschrie jetzt wo wir unser ziel erreicht hatten lockerte setz seinen klammergriff um dante doch sobald er frei war jagte er mir nach und setz schoss hoch um ihn wieder einzufangen ich wich weiter zurück und umklammerte die uhr mit meiner hand bis ich gegen etwas stieß oder besser gegen jemanden ich drehte mich um und starte direkt in grace kühle harte augen nachdem es mir bei dante vorhin nur so vorgekommen war als wäre aus dem nichts aufgetaucht so wusste ich dass es was grace betraf tatsächlich so gewesen war ich erstarrte und hinter mir verstummen plötzlich die kampfgeräusche ich denke die jungs waren genauso darüber überrascht wie ich sie hier zu sehen oder vielleicht auch nicht dante hatte ja quasi gesagt dass er grace berichtet hatte dass wir hier waren georgina sagte sie du bist so eine gute angestellte und gleichzeitig bist du auch so schlecht ihre stimme klang flach und gefühllos wie immer doch im gegensatz zu früher hatte ich dieses mal das gefühl dass sie tatsächlich vorhatte mich zu töten warum fragte ich und versuchte zeit zu schinden du hattest unter jerome doch einen guten job aber ich hatte nichts zu sagen ich wollte meine existenz nicht damit verbringen jemandes stellvertreter zu sein und schon gar nicht einer von zwei stellvertretern sie hat das siegel hörte ich dann hinter mir sagen das weiß ich antwortete grace du hast es ihr gegeben hey ich sie erhob die hand und dante schrie ich riss den kopf herum und sah wie er sich vor schmerzen aufbäumte so als ob er von schnüren gehalten wurde die von ihr kontrolliert wurden nachdem ich nanettes zorn gespürt hatte wusste ich wie qualvoll die dämonische folter war und ich konnte es nicht ertragen zu sehen wie jemand anderes sie durchlitt selbst blickte von mir auf dante und war eindeutig verunsichert was er tun sollte faustkämpfe waren eigentlich gar nicht sein ding doch doch damit konnte er immerhin fertig werden doch das hier das hier war etwas völlig anderes lass ihn gehen sagte ich dumm wie ich war griff ich nach ihr und versuchte sie zu schütteln aber ich hätte genauso gut versuchen können den riesigen gletscherfindling neben ihr von der stelle zu bewegen ich hätte mich niemals auf jemanden verlassen dürfen der die worte wurden ihr abgeschnitten als sie plötzlich durch die luft flog und gegen den felsen krachte der aufprall schien sie eher überrascht als verletzt zu haben und gnädigerweise unterbrach auch dantes qualen sie blickte sich mit großen verwunderten augen um was zur roman materialisierte sich aus dem nichts und schlenderte grimmig und furchterregend auf sie zu endlich dachte ich ohne meine unsterblichen sinne konnte ich zwar weder seine aura noch seine signatur wahrnehmen doch irgendetwas sagte mir dass er einen gehörigen teil seiner kraft herauf beschwor während er auf sie zuging das war riskant es würde jedem höheren und sterblichen in der nähe seine identität verraten auch wenn es wegen der dramatischen dinge die momentan in seattle vorging er unwahrscheinlich war dass sich einer von ihnen gerade in der gegend aufhielt und ihn spüren konnte cedrick war mit sicherheit nicht da grace atmete scharf ein du ich erinnere mich an deine signatur das war ihre einzige vorwarnung bevor feuer aus ihren händen in romans richtung schoss doch er wich kein stück zurück und blinzelte nicht einmal denn das feuer traf auf eine unsichtbare wand die flammen schossen in einem bogen um ihn herum und konnten ihm nichts anhaben georgina sagte er ohne den blick von grace zu lösen das gefäß liegt nördlich am fuß des steins ich verschwendete keine zeit sondern alte hinüber zu dem punkt den er mir genannt hatte ich hörte grace entrüstung und nahm im augenwinkel war dass sie auf mich zukam doch dann verwandelte sich ihre wut in schmerz roman hatte sie mit etwas getroffen und sie wandte ihre volle aufmerksamkeit wieder ihm zu ich konzentrierte mich dagegen auf dem felsigen boden und begann mit bloßen händen zu graben vor lauter übereifer hatte ich schon wieder den spaten vergessen setz war sofort an meiner stelle und buddelte sich mit mir durch die obere sandschicht dicke fette regentropfen begannen auf uns herabzufallen doch wir hatten keine zeit uns darum gedanken zu machen wer ist der stärkere fragte er während der kampf hinter uns tobte falls ihn romans unvermitteltes auftauchen erschreckt hatte so schiene es für den moment zu ignorieren ich weiß es nicht sagte ich der boden wurde jetzt härter und es wurde schwieriger darin zu graben die erde war feucht und klebrig vom letzten regen und ich fühlte wie sie sich unter meinen fingernägeln ansammelte roman kann theoretisch genauso stark sein wie jerome wogegen grace vermutlich schwächer als jerome ist ich bin nicht sicher und es ist auch gut möglich dass er sich noch zurück hält je mehr er von seinen kräften einsetzt desto mehr werden die anderen dadurch auf ihn aufmerksam ich traf mit meinen fingern auf etwas hartes und wir bemühten uns gemeinsam es frei zu stemmen es handelte sich um ein hölzernes kästchen das wie eine zigarren kiste aussah ich schaffte es es zu ergreifen und begann damit es aus dem loch zu zehren dann hielt ich inne hier sagte ich und warf self meine handtasche zu und grub dann sofort weiter nimm mein telefon schau ins telefon verzeichnis dort findest du mails nummer ruf sie an sag ihr wo wir sind ich zog die zigarren kiste aus der erde du willst dass ich einen dämon anrufe sagte er schockiert wir brauchen sie sag ihr wo wir sind dann verschwinde von hier steig in mein auto und dann nichts wie los los jetzt schrie ich selbst zögerte noch einen herzschlag lang dann stand er auf und rannte mit meiner tasche los wobei er gebührenden abstand zu den beiden kämpfenden hielt ich wusste nicht ob may auf den anruf eines sterblichen reagieren würde ich wusste ja nicht einmal ob sie überhaupt ans telefon gehen würde oder ob man ihr trauen konnte ich verließ mich ganz auf meine instinkte und meine naiven hoffnungen dass jeder auch eine gute seite hatte und die sagt mir dass sie und grace nicht unter einer decke steckten romans schrei ließ mich herumfahren er lag auf dem rücken und grace kam näher lichtbögen die wie blitze aussahen zuckten auf ihn zu doch genau wie zuvor das feuer prallten sie an ihm ab nur dass sie dieses mal näher an ihn heran kamen er wurde schwächer in rasender eile kratzte ich den sand von der zigarren kiste sie sah aus als würde sie sich ganz einfach öffnen lassen doch als ich versuchte den deckel hochzustemmen bewirkte das gar nichts er gab keinen millimeter nach und ich wusste dass er sich nicht öffnen lassen würde wie sehr ich mich auch anstrengte ich nahm die uhr zur hand die ich zuvor dante abgenommen hatte und betrachtete sie eingängig das ziffernblatt war hellbraun marmoriert das muster war der oberfläche des siegels sehr ähnlich sie war ein wirklich geniales versteck ich ließ die uhr gegen den zigarrenkasten krachen und beim dritten versuch zersprang schließlich das glas ich entfernte die splitter und versuchte das ziffernblatt herauszuziehen es war fest verankert ich nahm eine kleine scherbe vom uhrglas schob sie unter das ziffernblatt und nachdem ich einen augenblick dagegen gedrückt hatte fiel alles auseinander und da war nirgends ein siegel ich glotzte ungläubig zahnrädchen zeiger glassplitter und das ziffernblatt aber kein siegel setz war sich so sicher gewesen ich war mir so sicher gewesen dante hätte es nirgendwo sonst an seinem körper verstecken können kater hatte zu bedenken gegeben dass der beschwörer das siegel möglicherweise auch an einem anderen ort verstecken könnte und falls dante das getan hatte dann waren wir geliefert ich unterbrach meinen fluch und stierte auf mein handgelenk und auf die uhr die mich von dort an glänzte nein so offensichtlich war es bestimmt nicht hatte mir die uhr vor geroms beschwörung geschenkt und dann hatte ich sie genau zum zeitpunkt der verschwörung verlegt ich hatte mir selbst die schuld gegeben doch war es nicht auch möglich dass dante sie kurzfristig noch einmal an sich genommen hatte ich zog mir die uhr vom handgelenk und verfuhr mit ihr ohne zu zögern genau wie zuvor mit dantes uhr es tat mir in der seele weh dieses wertvolle kunstwerk aus gold und glas zu zerschmettern doch als schließlich das filigrane ziffernblatt aus dem gehäuse fiel entdeckte ich ein stück rauchquarz und das genau zu grace medaillon passte ich musste dante wirklich respekt zollen er hatte das siegel in seiner nähe versteckt und dort wo jemand der danach suchen würde also ich es niemals vermuten würde doch ohne die andere hälfte war das siegel nutzlos als ich aufblickte sah ich dass grace ihre hand um romans hals gelegt hatte und ihn vom boden hoch hob er hing völlig schlaff da ich begriff nicht weshalb doch etwas sagte mir dass er seine kräfte völlig zurückgenommen hatte warum es war glatt der selbstmord ich wollte schreien zu ihm rennen und ihn retten doch ich konnte nichts tun sie wandte mir zwar den rücken zu doch ich konnte mir genau vorstellen wie ihre augen jetzt leuchteten wenn ich dich töte zischte sie dann ist mir der posten sicher doch dann riss sie plötzlich den kopf in meine richtung herum einen moment lang dachte ich ich hätte ihre aufmerksamkeit erregt doch sie sah gar nicht mich an sie sah neben mich nachdem sie das erspürt hatte was ich nicht mehr erkennen konnte die signatur eines anderen höheren und sterblichen dort stand may streng und grimmig ich hatte immer gedacht sie wäre zu keiner anderen als ihrer üblichen versteinerten miene fähig doch der ausdruck der jetzt auf ihrem gesicht lag war wirklich furchteinflößend und ich erschauderte ihr blick traf den von grace und einige sekunden später warf grace roman von sich fort er landete hart und blieb einen augenblick reglos liegen dann erhob er seinen kopf langsam und begann über den sand zu mir herüber zu kriechen wobei ihm jede bewegung qualend zu verursachen schien diesmal hast du es wirklich versaut sagte may ich habe meine situation verbessert sagte grace gleichmütig ich kann auch deine verbessern ich brauche deine hilfe nicht insbesondere wenn ich enthülle dass du hinter all dem gesteckt hast die anderen werden mich dafür belohnen jerome wird mich belohnen du bist ein idiot willst du den rest der ewigkeit damit verbringen für jemand anderen zu arbeiten meine zeit wird kommen erwiderte may sanft und ich würde lieber für ihn arbeiten als für dich ohne weiteres geplänkel gingen sie aufeinander los mit ihren kräften hätten sie sich leicht dagegen schützen können doch beide waren zu abgelenkt roman kroch noch immer auf mich zu zögerlich ging ich ihm entgegen wobei ich das siegel und die kiste fest und klammert hielt kannst du sie öffnen fragte ich und gab ihm das kästchen er atmete schwer und unter schmerzen doch er ergriff die kiste und genau wie ich versuchte er den deckel zu öffnen seine finger krampften sich um das holz und große physische und magische anstrengungen zeichneten sich auf seinem gesicht ab schließlich zog er eine krimasse nein diese fähigkeit eines unsterblichen besitze ich wohl nicht ich sah zu den dämoninnen sie waren beide von einem zarten schimmer umgeben während der kampf immer verbissener wurde liefen beide gefahr sich zu ihrer eigentlichen unsterblichen gestalt zurückzuverwandeln und das wollte ich eigentlich lieber nicht sehen wer ist stärker fragte ich sie sind ebenbürtig sagte roman während er meinem blick folgte grace ist allerdings schon ein wenig angeschlagen ich hoffte inständig dass es ausreichen würde ich drückte die kiste an meine brust beobachtete den kampf und war jederzeit bereit wegzuschauen sollten sie ihre gestalt vollständig verwandeln ich war immer der meinung gewesen dass ihre schönheit auch viel härter enthielt doch jetzt war da nur noch härter keine schönheit mehr und es war leicht zu erkennen dass unter ihren menschlichen fassaden wahre dämonen und ausgeboten der hölle steckten außerdem erkannte ich was roman damit meinte dass sie sich ebenbürtig wehren jedes mal wenn eine von ihnen sich einen kleinen vorteil erkämpft hatte schlug die andere sofort wieder zurück bis zu dem augenblick als es schon beinahe so schien als ob grace über mei triumphieren würde doch mei plötzlich mit voller kraft eine salve unsichtbarer hiebe auf grace niederprassen ließ mit der grace nicht gerechnet hatte und die sie zurück taumeln ließ mei griff mit unmenschlicher geschwindigkeit nach grace und riss ihr das schmuckband vom hals dann warf sie es mir genauso schnell zu und hielt sofort wieder grace in schach die gerade begriff dass nun das ende nahe war ich ergriff die halskette mit bebenden fingern und riss das sichelförmige siegelstück davon ab ich hielt es neben dantes hälfte und wusste nicht so recht was jetzt zu tun war doch sobald die beiden teile sich nah genug waren verschmolzen sie wieder zu einer unversehrten scheibe leg es auf die kiste sagte roman und beeil dich ich presste das siegel auf die oberseite des kastens und wieder schien es aus eigenem willen zu wissen was es zu tun hatte es fügte sich an die oberfläche des holzes und verschmolz quasi damit und dann gab es keine andere option mehr ich öffnete den deckel die druckwelle die explosionsartig daraus hervorschoss warf roman und mich zurück und gleichzeitig fühlte ich eine andere kraft die in meinen körper zurückkehrte die fäden die meine seele mit der hölle verbanden waren wieder mit ihr verknüpft die essenz meiner unsterblichkeit durchfloss mich und ich fühlte wie damit auch all die anderen kräfte die mir die hölle gewährt hatten wiederkehrten ich fühlte mich stark aufgeladen und besiegbar meine sinne stimmten sich wieder auf die welt des übersinnlichen ein und die luft war erfüllt von mächtigen unsterblichen auren und dort im regen drangen licht und farben aus der kiste und vereinten sich langsam zu den undeutlichen umrissen einer gestalt einige minuten später nahmen sie eine eindeutig menschliche form an die von john kusack grace und may stellten ihre angriffe ein und starrten ihn an sehr achtsam und zögerlich trat mei schließlich einige schritte zurück jerome beachtete sie nicht er konzentrierte sich ganz auf grace oh man sagte ich leise du bist ja sowas von am arsch man musste grace zugestehen dass sie kein feigling war sie blieb hart und gewann ihre fassung schnell zurück während sie jeromes bohrenden blick erwiderte tatsächlich war sie schon wieder so gefasst dass es ihr sogar wieder einfiel sich vor dem regen zu schützen die tropfen teilten sich jetzt genauso um sie herum wie es zuvor das feuer bei roman getan hatte ihr anzug und ihr haar waren wieder trocken und sahen adrett und perfekt aus du hättest dasselbe getan sagte sie zu jerome als er ihr antwortete konnte ich sein gesicht nicht sehen ich wäre aber dabei nicht erwischt worden du schon du hast versagt beeindruckt dich meine genialität denn nicht und sie überkreuzte in einer beinahe trotzigen geste die arme ich bin nützlich für dich du bist bedeutungslos ich könnte dich ausradieren und keiner würde sich darum scheren da war ich mir nicht so sicher dämonen vernichteten sich zwar ständig gegenseitig doch das hieß noch lange nicht dass die hölle auch damit einverstanden war es bedeutete papier kram und wenn man erwischt wurde dann landete man in einer höllischen variante eines gefängnisses grace teilte offensichtlich meine zweifel daran dass es für jerome so einfach wäre sie zu töten das glaube ich nicht wie die dinge liegen kannst du froh sein wenn du bei deiner rückkehr deinen alten job wieder bekommst du hast dich bannen lassen ihr blick zuckte zu roman und mir wir saßen zusammengekauert im sand dein territorium versinkt im chaos man wird dich zu einem schreibtisch job abkommandieren oder dich zu einem untergebenen degradieren das ist ein ganz schöner abstieg für einen erzdämonen das ist eher unwahrscheinlich meldete sich meld zu wort nicht wenn wir es richtig hinbiegen jerome hat verbindungen zu den mächtigen personen ebenso wie ich und cedric wird sich für ihn einsetzen ihre hilfsbereitschaft und ihr vertrauen in cedric überraschten mich aber naja wahrscheinlich waren wir wieder bei der kenne deine feinde philosophie angekommen grace sah ihr ehemaliges gegenstück finster an du bist der größte idiot von allen genug sagte jerome scharf es reicht mit dem schurkischen possenspiel die sache ist erledigt um zu wissen dass er grace jetzt an lächelte brauchte ich sein gesicht gar nicht zu sehen aber ich vermutete dass es kein besonders nettes lächeln war ich sehe dich mit sicherheit in der hölle er schnippte mit den fingern und plötzlich brach etwas aus der erde hervor das wie schwarzes eis aussah und an grays körper hinauf kroch ihr blieb kaum zeit für einen schrei denn es überzog sie in windeseile und ließ sie an ort und stelle zu völliger bewegungsunfähigkeit er starren sie hatte sich in eine starrelige statu verwandelt was ist das denn wisperte ich und so etwas wie dämonische stasis raunte roman zurück eine art gefängnis er ist zehnmal stärker als sie das ist für ihn ein kinderspiel in diesem moment fragte ich mich wie stark roman dann wohl in wirklichkeit war er war grace anscheinend ebenbürtig aber ich war mir immer noch nicht ganz sicher in wie weit er aus angst vor seiner entdeckung sich zurückgehalten hatte im moment versteckte er jedenfalls vorsichtshalber seine signatur und schien menschlich er hatte es von dem augenblick an getan in dem sich may vollständig materialisiert hatte du musst von hier verschwinden sagte ich zu ihm warte erwiderte er und tatsächlich schien roman das letzte zu sein für das sich jerome interessierte denn er begutachtete nun grace erstarrte gestalt der ablauf ihrer endgültigen niederlage war eigentlich ein wenig hinter den erwartungen zurückgeblieben im gegensatz zu den anderen kämpfen des tages waren das handgemenge und die blitze ausgeblieben doch ich nahm an wenn man solche kräfte wie jerome besaß dann hatte man das auch nicht nötig zudem hatte ich das gefühl dass grace mit einer sache recht hatte auch wenn jerome einflussreiche verbindungen hatte konnte er es doch nicht riskieren überstürzt zu handeln um seattle wieder unter seine kontrolle zu bringen bestimmt wollte er sie gern quälen und vom antlitz der erde radieren doch sie zu fesseln und sie dann der höllischen justiz zu übergeben denn so war es wohl gedacht würde besser für ihn aussehen die hölle würde ihm wohler gesinnt sein wenn er sich an ihre regeln hielt dann wandte er sich may zu die am rand stand zum ersten mal seit seiner wiederkehr erhaschte ich einen blick auf meinen boss seine mine war ausdruckslos und kalt doch ich war mir ziemlich sicher in seinen augen wutglühend zu sehen beschworen zu werden war so ziemlich das schlimmste was einem dämon passieren konnte bis zu einem gewissen grad hatte sie recht sagte er zu may es hätte von vorteil sein können sich gegen mich zu stellen und ihr unterstellt zu sein may schüttelte den kopf wie grace hatte sie sich wieder gefangen nein glaube mir ich werde dir nicht ewig dienen aber augenblicklich erkenne ich was das beste für mich ist ich stelle mich auf deine seite ich weiß deine loyalität zu schätzen may nickte dankbar im gegensatz zu kristen die cedric genauso aus liebe wie aus verpflichtung diente war mays loyalität reiner pragmatismus und pure berechnung dessen was sie voranbringen würde jerome wusste das und akzeptierte es und sie wird belohnt werden das weiß ich sagte sie monoton und wenn wir zurückkehren werde ich keinen co-leutnant mehr haben nein nicht wenn ich etwas dazu zu sagen habe und zum ersten mal seit ich sie kannte lächelte may dann fiel ihr blick auf das grace standbild brauchst du mich nein sagte jerome und erinnerte sich dabei anscheinend wieder an uns du kannst gehen may verschwendete keine zeit sie verschwand und jerome drehte sich um und starrte auf roman und mich herunter so du bist also hier georgina warum überrascht mich das nicht weil ich die einzige war die dich zurückbringen wollte und die nicht zu voll war auch etwas dagegen zu unternehmen die andeutung eines lächelns geisterte über seine lippen also gut auch du wirst belohnt werden ich wollte ihm sagen dass ich keine belohnung nötig hatte doch er hatte seine aufmerksamkeit bereits roman zugewandt sein lächeln verging du allerdings hast ganz schön nerven dich hier zu zeigen das liegt wohl in der familie sagte roman er war völlig erledigt und schaffte es trotzdem noch zu frotzeln selbstmörderische tendenzen allerdings liegen nicht in unserer familie dir ist klar dass du nur sekunden davon entfernt bist vernichtet zu werden oder ja ja sagte roman und ich bin mir sicher dass es deinen status als oberbösewicht sicher festigen würde wenn du mich tötest doch in wahrheit habe ich dabei geholfen dich zu retten und wenn ich nicht gewesen wäre dann würdest du jetzt nicht hier stehen ich war mir nicht sicher ob er in dieser angelegenheit wirklich genau so viel geleistet hatte wie ich aber er hatte mir auf jeden fall einiges erleichtert doch auch wenn er tatsächlich jerome im alleingang gerettet hätte bedeutete das gar nichts dämonen handelt nicht fair oder aus dem gefühl der verpflichtung heraus jerome bestätigte mich ich verdanke dir gar nichts es kümmert mich nicht wenn du gerne dein leben riskieren willst es interessiert mich nicht ob du lebst oder stirbst roman kämpfte sich hoch das stimmt nicht denn sonst hättest du mich schon längst getötet vielleicht fühlst du dich mir gegenüber zu nichts verpflichtet doch du stehst trotzdem in meiner schuld auch wenn du nicht der meinung bist dass man seine schuld begleichen sollte aber das solltest du du kannst den gedanken nicht ertragen dass ich noch etwas bei dir gut habe jerome knifft die augen zusammen was willst du amnestie was kreischte ich keiner beachtete mich für die beiden existierte nichts anderes mehr sie hätten die einzigen wesen auf dem ganzen planet sein können vater und sohn ich bin es leid vorzulaufen ich habe es satt mich zu verstecken ich will einen ort an dem ich bleiben kann einen ort an dem ich mich für eine weile getrost niederlassen kann dafür brauchst du mich nicht nicht fragte roman egal an welchem ort ich mich aufhalte selbst wenn ich meine signatur verberge immer lebe ich in der furcht davor dass mich die höheren unsterblichen die dort herrschen entdecken ich bin ständig in alarmbereitschaft ich will einen platz haben an dem ich mich einigermaßen frei bewegen kann wenn dich jemand töten will dann werde ich mich nicht in den weg stellen das ist mir klar aber zumindest werde ich mir nicht mehr jeden tag darüber sorgen machen müssen dass du einer von denen bist jerome schwieg und zu meiner völligen verblüffung erkannte ich dass er ernsthaft darüber nachdachte das hätte ich nie für möglich gehalten allerdings war es so wie roman gesagt hatte wenn jerome sich schon entschieden hätte dann hätte er roman längst vernichtet als wir letzten herbst erfahren hatten dass jerome der vater von nephilim zwillingen war hatten wir außerdem herausgefunden dass er vor langer zeit auch eine frau gehabt hatte eine frau die er so geliebt hatte dass er für sie die gnade des himmels aufgegeben hatte nur um bei ihr sein zu können war etwas von dieser liebe geblieben oder war sie über die jahrtausende als verdammte kreatur erloschen sah er etwas von ihr in roman als jerome damals bei der jagd auf roman und seine zwillingsschwester geholfen hatte schien er gleichgültig gewesen zu sein er hatte sogar dabei mitgeholfen helena zu töten doch jetzt fragte ich mich ob jerome wirklich so gleichgültig war wie er tat und ich fragte mich auch ob roman das nicht auch schon seit langem in frage stellte ich wusste dass roman jerome gehasst hatte wahrscheinlich noch mehr als er mich hasste aber war ein bisschen frieden es wert diese unheilige allianz mit jerome einzugehen hatte er begriffen dass die beziehung zu seinem vater auszuspielen vielleicht der einzige weg war um sich eine vorübergehende atempause zu erkaufen natürlich hatte er das roman hatte das die ganze zeit geplant die verbliebene liebe für romans mutter gemischt mit ein wenig verpflichtung deshalb hatte roman bei jeromes befreiung geholfen und mir wurde klar dass er mir deshalb auch verboten hatte jemand anderen in meine erkenntnisse einzuweihen vielleicht war er wirklich um geheimhaltung besorgt gewesen doch er hatte eindeutig auch dafür gesorgt dass die einwirkung von außen so gering wie möglich blieb denn er hatte die hauptrolle bei jeromes rettung spielen und das dann als druckmittel benutzen wollen may weiß bescheid sagte jerome ich habe keinen einfluss darauf was sie tut das tut sie nicht sagte roman ich wusste zu welchem zweck georgina setz weggeschickt hatte und ich habe meine signatur kurz vor ihrem eintreffen ausgeschaltet schon beim letzten mal hat sie nie mein gesicht gesehen darum hat sie mich jetzt auch nicht wiedererkannt sie hat keine ahnung was ich bin er hat recht ich erinnerte mich daran wie grace ihn im wirgelgriff gehalten hatte und begriff roman hatte seine kräfte mehr und mehr zurückgenommen und dabei ein glückliches timing bewiesen auch wenn das zutrifft sagte jerome den diese art von logik immer stärker zu frustrieren schienen kann ich nicht kontrollieren was die anderen tun werden und die engel werden immer ein problem bleiben also sie sind eigentlich nicht so ein großes problem die neue stimme wurde vom erscheinen einer wohlbekannten kristall klaren kühlen aura begleitet kater stand neben uns willkommen zurück jerome blickte den engel an und sah für eine halbe sekunde sogar erfreut aus die beiden taxierten sich gegenseitig wobei sie wahrscheinlich telepathisch miteinander kommunizierten oder auch nicht möglicherweise brauchten sie das nach so vielen äonen der freundschaft überhaupt nicht mehr ich vermute dass du dich auch für ihn einsetzen wirst sagte jerome kater zuckte mit den schultern und sah zu roman ich weiß nicht auch die engel hatten genau wie die dämonen den instinktiven drang nephilim zu jagen ich überlegte was von kater als für sprecher zu halten war denn auch er war an helenas vernichtung beteiligt gewesen er hat schon geholfen vielleicht wird er sich weiterhin gut benehmen dass jerome und kater im begriff waren einen nephilim davon kommen zu lassen und ich diejenige war die dagegen protestierte war schon ein eindeutiges zeichen dafür wie sehr die welt derzeit aus den fugen geraten war seid ihr beiden eigentlich verrückt geworden rief ich ihr wisst genau was er getan hat er hat leute verletzt und ermordet er könnte uns genauso gut etwas vormachen wenn ihr ihn wieder nach seattle zurückkehren lasst dann könnte er wieder versuchen jemanden zu töten er könnte versuchen euch um zu bringen er könnte versuchen mich umzubringen alle drehten sich nach mir um und erschienen von meinem ausbruch ein wenig erschrocken zu sein und ich dachte wir wären partner sagte roman gedankenvoll fesle ihn sagte kater binde ihn durch einen pakt jerome und roman musterten einander abschätzig und ich hielt den atem an ein pakt unter unsterblichen reichte bis in die seele einer kreatur und wenn er gebrauchen wurde dann waren die folgen verheerend ich hatte in meinem leben schon einige abgeschlossen alles hing jetzt davon ob ob jerome dazu bereit war alle tabus der unsterblichen zu brechen und wissentlich einen nephilim zu gestatten in seinem territorium zu leben schließlich sprach jerome ich werde dir gestatten in meinem bezirk zu leben in der fall werde ich dir nichts tun außer wenn du von anderen entdeckt wirst und mir dadurch keine andere wahl bleibt ich gebe keine garantien in bezug auf andere unsterbliche die dich entdecken könnten und sollte dieser fall eintreten so hast du von mir keinen schutz zu erwarten im gegenzug schwörst du mich deswegen nicht zu kompromittieren du gelobst weder mir noch jeglichem anderen unsterblichen schaden zuzufügen der mein territorium betritt außer es geschieht aus notwehr oder nachdem ich es abgesegnet habe weiterhin gelobst du keinem meiner untergebenen zu schaden er sah mich an egal wo sie sich auf der erde aufhalten ich stimme zu sagte roman ernst und fügte jerome in einem gerissenen glitzern in den augen hinzu du gelobst dass du mir zur verfügung stehst falls sich deine dienste für defensive verdeckte oder auch sehr seltene ausnahmen offensive maßnahmen benötigte das war es also das war der grund aus dem sich jerome auf etwas derartiges ein ließ als gegenleistung dafür dass er jerome eine zuflucht anbot erhielt er einen nephilim geheimagenten eine mächtige waffe von der keiner seiner feinde wusste und so etwas war mir noch nie untergekommen ich akzeptiere unter der bedingung dass ich nicht auf deinem befehl hin töten werde sagte roman schließlich jerome überdachte das angenommen die bedingungen des vertrages werden zu dem zeitpunkt aufgehoben zu dem du öffentlich auf mein schutzangebot verzichtest oder wenn ich im gegenzug diesen pakt ebenfalls für null und nichtig erkläre ich will einen zeitrahmen sagte roman trocken wann läuft die pacht aus ein jahrhundert dann werden wir neu verhandeln dann stimme ich allem zu und ich verpflichte mich zu denselben amnestiebedingungen wie jerome flötete kater außer dass ich dich nicht brauche um für mich zu spionieren oder zu morden abgemacht sagte roman das war alles so formell und ich kam mir völlig überflüssig vor alle drei schütteten sich die hände und als sie das taten er glühte die luft um sie herum und unsichtbare mächte banden sie an all das was sie vereinbart hatten also sagte jerome brusk da wir jetzt alles geregelt haben kehre ich in mein revier zurück und räume den saustall auf der während meiner anwesenheit entstanden ist er sah roman schief an in anbetracht dessen dass du dich technisch gesehen noch nicht auf meinem territorium befindest würde ich dir raten dann schwieg jerome plötzlich und blickte auf den strand was ist eigentlich mit dem anderen beschwörer dem menschlichen war er hier ich sah mich ebenfalls um der strand war leer es war dante sagte ich langsam jerome rollte mit den augen typisch wo ist er jetzt keine ahnung sagte ich wahrheitsgemäß und grace hat ihn sich vorgenommen ich hatte befürchtet dass er tot war doch offensichtlich traf das nicht zu ich sah zu der stelle an der er gelegen hatte und erkannte sowas wie schleifspuren im sand und ich beschloss das für mich zu behalten wunderbar sagte jerome er wandte sich wieder uns zu und betrachtete mich mit prüfendem blick du wirst dieses abkommen für dich behalten georgie und über deine belohnung sprechen wir ein anderes mal er verschwand und auch mit ihm die grace statu ich beneidete sie wirklich nicht roman kater und ich machten uns auf den weg zurück zum parkplatz ich wusste nicht wie es ihnen ging doch nach all dem was passiert war überschlugen sich in meinem kopf die gedanken hast du gesehen was mit dante passiert ist fragte ich roman nein ich war leider gerade ein wenig beschäftigt was war eigentlich mit mortensen nachdem er mail angerufen hat ich habe ihn aufgefordert zu verschwinden und ich glaube ich zögerte und ich war mir nicht sicher woher die gewissheit kam außer dass ich es einfach gut kannte ich glaube dass es ihn in der ganzen verwirrung einfach weggetragen hat oh man wer hat tatsächlich auf mich gehört der parkplatz war leer mein auto war weg sie haben mein auto genommen erklärte ich ich hatte ehrlich nicht geglaubt dass er mein flehen ernst nehmen und verschwinden würde wow sagte roman und war eindeutig erfreut also dein ex freund hat geholfen deinen aktuellen freund zu retten und dann dein auto gestohlen oder also warte mal ist mortensen jetzt dein freund hat er praktisch deinen ex gerettet halt doch die klappe das ist egal wir haben keine möglichkeit wieder zurück zu kommen hast du ihm gesagt er soll das auto nehmen fragte kata ja ich habe ihm gesagt er soll so weit weg von hier fahren wie er kann ich wollte ihn in sicherheit wissen und ich würde sagen er hat auf mich gehört das kommt darauf an wie du das definierst sagte roman dadurch dass er noch einmal zurückgekommen ist hat er sich in die schusslinie der dämonen begeben warum sollte er das für einen typen tun den er nicht ausstehen kann ich starte auf den leeren parkplatz setz ist so kata schien von all dem genauso unbeeindruckt wie roman na dann ist ja gut dass ich hier bin was er legte seine hand auf unsere schultern und ich machte mich auf die teleportation gefasst bereit für die heimreise ja zumindest besser als zu laufen sagte ich kata wartete und sah roman neugierig an wo wirst du dich jetzt niederlassen roman wurde einen augenblick nachdenklich also ich habe gehört dass georgina sich nach etwas größerem umsieht er sah mich mit seinem wunderschönen grinsen an brauchst du einen zimmer genossen unglücklicherweise hatte roman nicht gescherzt was machst du da rief ich als wir mein apartment zurückkehrten er hatte sich auf meine couch gepflanzt und sich eine fernbedienung geschnappt auf der straße war keine spur von meinem auto zu sehen doch wenn setz wirklich damit zurückgefahren war dann wäre rekater transportmethode sowieso viel schneller gewesen ich kann nirgendwo hin sagte er weich Aubrey kam aus dem schlafzimmer spaziert und hopfte neben ihnen du wurdest gerade von einem erzdämon begnadigt das ist noch nie zuvor einem Nephilim zuteil geworden ich dachte du wolltest jetzt wurzeln schlagen warum suchst du dir nicht etwas in der vorstadt und pflegst deinen rasen dort will doch keiner leben ich raufte mir genervt die haare und brachte sie dann sofort wieder in ordnung oh gott wie hatte ich den gestaltwandel vermisst wenn ich schon eine verdammte seele war dann wollte ich wenigstens auch die dazugehörigen vergünstigungen genießen hier kannst du nicht bleiben die wohnung ist nicht groß genug ich nehme gerne mit der couch vorlieb ich machte mich für eine tirade bereit doch da klopfte es schon an der tür im stillen hoffte ich auf setz auch wenn es unmöglich war es gab keine unsterbliche signatur was bedeutete dass mein besucher menschlich war ja ich hatte meine fähigkeiten wirklich vermisst auch wenn sie an gewisse bedingungen geknüpft waren ich öffnete die tür und maddie stand vor mir hey sagte sie fröhlich hey sagte ich und war mir nicht sicher ob ich ihren begeisterten ton traf komm rein und sie trat ein doch als sie roman entdeckte zögerte sie tut mir leid ich wollte nicht stören roman sprang von der couch auf nein nein ich bin nur ein alter bekannter roman er hielt ihr die hand hin sie verschob einige papiere die sie im arm hielt und schüttelte dann seine hand ihr strahlend kehrte zurück ich bin maddie schön dich kennenzulernen sie wandte sich an mich hast du eine minute ich war gerade auf dem weg zur arbeit und wollte dir etwas zeigen sie überreichte mir die papiere es waren ausführliche berichte über die neuen eigentumswohnungen bei elke beach es gab detaillierte preislisten ebenso wie einzelaufnahmen der räume einer bestimmten wohnung und sie war noch nicht fertiggestellt der fußboden bestand nur aus blankem estrich und die trockenbauwände waren noch nicht gestrichen worden dennoch waren die bilder anschaulich und vermittelten einen guten eindruck vom großzügigen schnitt der wohnung auf einem foto sah man einen balkon von dem man eine atemberaubende aussicht auf das wasser und darüber hinaus auf die skyline von seattle hatte es kam zwar nicht dem gleich was setz und ich gesehen hatten doch es war wirklich schön roman schierte mir über die schulter und pfiff leise schön ich schubste ihn weg und wo hast du die denn her meddy grinste du hast gesagt du wärst zu beschäftigt also bin ich selbst hingefahren und habe mit dem bauunternehmer gesprochen das ist die einzige wohnung die noch frei ist und sie haben mich hineingelassen und mir erlaubt dort fotos zu machen ich riss den kopf hoch die hast du alle gemacht ich wusste doch wie gestresst du warst und ich wollte helfen schau mal wenn du weiter blätterst kannst du einen blick auf alle optionen werfen die du noch bestimmen kannst beim boden gibt es auswahlmöglichkeiten ahorn bambus kirche ich wollte tief luft um mich zu sammeln meddy hatte nicht nur informationen für mich ausgedruckt nach der allgemeinen suche und der fein abstimmung hatte sie sich selbst übertroffen und ein vollständiges dossier über die wohnung erstellt eine wohnung die ich nur wahllos ausgesucht hatte um mir eine freude zu machen es gab einen makler vor ort aber du kannst dir auch selbst einen suchen fuhr sie fort es gab noch einen weiteren interessenten aber der herr dort meinte wenn du bald möglichst ein angebot abgibst dann wird es neben dem anderen berücksichtigt und sieh mal zwitscherte roman es gibt zwei schlafzimmer meddy ich schluckte das hättest du nicht tun sollen sie sah mich verdattet an und weshalb denn nicht das war viel zu viel aufwand egal außerdem nach all dem was du für mich getan hast georgina das ist doch gar nichts wirst du mit ihnen sprechen wenn du möchtest komme ich auch mit dir ich sank auf die couch und blätterte die papiere durch ohne sie wirklich wahrzunehmen ich war wütend gewesen als sie und setz zusammen kamen doch dazu hatte ich kein recht sie wusste nichts von unserer vergangenheit und wenn ich nicht so versessen darauf gewesen wäre alles geheim zu halten wenn sie gewusst hätte dass setz und ich einmal zusammen gewesen waren dann wäre sie niemals mit ihm zusammen gekommen davon war ich felsenfest überzeugt weil sie eben meine Freundin war ich fühlte dass meine Augen brannten und riss mich zusammen damit ich nicht los heute ich wusste nicht womit ich eine solche Freundschaft verdiente sie war ein so guter mensch sie glaubte an das gute in mir genau wie setz in dieser finsteren zeit hatte setz mich nie aufgegeben beide waren sie so gut und so liebenswürdig und letzten endes gab es das unter menschen nicht sehr häufig kata hatte gesagt dass ich diejenige wäre die setz sich erwählen würde wenn es keine komplikationen gebe doch es gab komplikationen nach wie vor weigerte ich mich mit ihm sex zu haben wenn ich ihm damit schadete und dieses problem war jetzt im vollen umfang wieder da am strand hatte er sich meinetwegen in gefahr begeben bei dem leben das ich führte würde es immer gefahren geben gefahren für ihn nicht für mich ich wollte ihn so sehr ich hätte so gern wieder aufgebaut was einmal zwischen uns gewesen war doch wenn ich das tat dann würde ich ihn weiterhin in dieser existenz aussetzen die einer achterbahnfahrt gleich kam ich würde ihm die chance auf ein normales leben verbauen auf eine normale liebe egal was er über einen neuanfang gesagt hatte das konnte ich ihm nicht antun nur weil es diesmal nicht geklappt hat heißt das nicht dass es keine anderen gibt die du lieben kannst die liebe ist eine zu großartige sache um in deinem leben auf sie zu verzichten das galt zumindest für die menschen ich wollte dass meddy und setz das erleben konnten ich wollte dass sie den traum lebten der sich für mich nie erfüllen konnte meddys miene wurde weich als sie mich forschend anblickte und warum siehst du mich so an ich schluckte und schenkte ihr ein lächeln ich bin immer noch überwältigt dass du das für mich getan hast wirst du es dir ansehen fragte sie aufgeregt ja das werde ich daraufhin bekam ich eine umarmung und ein strahlendes lächeln und da musste sie sich wieder zur arbeit aufmachen ich setzte mich wieder auf die couch die papiere hielt ich noch in der hand roman setzte sich mir gegenüber du wirst es beenden oder seine stimme klang ungewöhnlich sanft und das mit mortensen ja ich meine wir wussten ja dass es vorbei sein würde aber bis jetzt hatte ich noch nicht wirklich begriffen wir machten uns etwas vor im sog eine affäre bei der das ende immer absehbar war sie verdienen es zusammen zu sein und ich hätte ihr das nicht antun dürfen ich seufzte nix hat mich mit diesem traum ausgetrickst er war nicht real ohne groß darüber nachzudenken legte ich die hand auf meinen bauch selbst wenn es während der stasis eine chance ausgegeben hatte schwanger zu werden so war sie jetzt vertan doch für die beiden könnte es wahr werden roman blickte so schmerzerfüllt und mitleidigt rein dass es nur schwer zu glauben war dass er mich immer noch töten wollte allerdings war ich mir ziemlich sicher dass er das nach wie vor wollte es tut mir leid sagte er es tut mir leid dass du deinen mann und deine tochter nicht haben kannst es ich sah zu aubrey hinüber die friedlich schlief und rief mir das bild der schildpatt katze in meinem traum in erinnerung naja ich glaube sie ist sowieso als einzelkind glücklicher setz tauchte später am abend auf gnädigerweise war roman unterwegs beim einkaufen trotz meiner proteste schien er fest entschlossen bei mir zu bleiben ich zog es in erwägung mich bei jerome zu beschweren doch vermutlich wäre mein chef über ein so nichtiges anliegen momentan nicht sehr erbaut wenn er überhaupt noch mein chef war momentan ging ich davon aus dass keine nachrichten gute nachrichten waren setz gab mir die autoschlüssel während er eintrat es steht hinter dem haus danke entschuldige dass ich so einfach abgehauen bin ich wollte nicht himmel das war so schwer ich wollte es so sagte ich zu ihm wir standen fast einen meter auseinander und zögerten einander näher zu kommen ich bin froh dass du auf mich gehört hast weißt du eigentlich wollte ich das gar nicht sobald das telefon mit diesem dämon vorbei war und ich kann dir sagen das war vielleicht seltsam und wollte ich sofort wieder zurück und keine ahnung ich weiß nicht was ich getan hätte ich hätte dir beigestanden du hättest getötet werden können er tat dies mit einem schulterzucken ab als wäre es völlig belanglos ich bin tatsächlich zurückgegangen und dann dann habe ich dante gesehen ich verschränkte die arme und fürchtete immer noch davor mich ihm zu nähern hauptsächlich weil ich angst hatte dass ich mich ihm dann in die arme werfen würde ich weiß was du getan hast aber wieso du kannst sie nicht mal ausstehen du weißt was er für ein mensch ist selbst nickte ich mag ihn nicht aber sie hätten ihn umgebracht oder ich musste an jerome denken und die eisige kaum unterdrückte wut in seinen augen er war richtig angepisst gewesen und ich wusste dass es ihn verrückt machte dass er seine wut nicht an grace auslassen konnte sterblichen direktschaden zuzufügen oder einfluss auf sie auszuüben war zwar mit einem tabu belegt doch es war schon vorgekommen und es gab immer irgendwelche schlupflöcher er hätte sich dafür weniger ärger eingehandelt als für die vernichtung von grace also sagte ich sagen wir einfach sie hätten ihn zumindest ordentlich dafür leiden lassen das habe ich mir gedacht und das konnte ich nicht zulassen auch wenn es nur dante war was er getan hat war falsch er hat dich in ernste schwierigkeiten und sogar an gefahr gebracht aber aus einem bizarren verschrobenen grund hat er das getan weil er dich geliebt hat und ich weiß nicht ob jemand deswegen gequält werden sollte und setz betrachtete mich eingängig ich hatte das gefühl dass auch du das nicht gewollt hättest er hatte recht egal wie verletzt ich wegen seines verrates gewesen war dante hat mir etwas bedeutet er tat es immer noch ein wenig himmel ich muss aufhören mich mit labilen männern einzulassen wo ist er jetzt ich habe ihn bei sich zu hause abgesetzt er ist wieder zu sich gekommen und konnte auch wieder laufen wenn er auch nur ein bisschen verstand hat dann wird er für eine ganze weile untertauchen ich glaube dass jerome ihn so schnell nicht vergessen wird und jetzt ist alles wieder wie immer ich brauchte eine weile bis ich ihm antwortete ja ich erstrahle wieder in meiner alten sukobus pracht er wandte sich von mir ab und begann im zimmer auf und ab zu gehen ich wusste dass das passieren würde und wusste dass es so kommen würde aber ich habe so getan als wäre es nicht so ich auch ich glaube irgendwo in meinem kopf hatte ich diese vorstellung dass ich jerome finden und trotzdem wieder mit ihr zusammen sein könnte selbst blieb stehen und sah mich an das können wir immer noch was ich gesagt habe habe ich auch so gemeint dass wir es noch einmal versuchen könnten ich sah ihm geradeaus in die augen was ist mit maddie ich würde mich von ihr trennen liebst du sie fragte ich unverblümt das überrumpelte ihn schon aber es ist anders ich liebe sie auf eine andere art wie ich dich liebe das ist egal sagte ich du und ich wir können nicht zusammen sein wenn du die chance hast glücklich zu werden dann musst du sie auch ergreifen wir können das nicht noch einmal tun es ist verkehrt und sie verdient das nicht ich habe dir doch schon gesagt dass ich mich bevor wir wieder zusammenkommen von ihr trennen würde ich kann sie nicht mehr betrügen du kannst nicht schluss machen sagte ich und war selbst von der vehement in meiner stimme überrascht sie liebt dich du liebst sie und nachdem was wir getan haben willst dass ich als eine art wiedergutmachung bei ihr bleibe ich scheute zurück also nein nicht ganz ihr beide verdient einander ihr verdient es glücklich zu sein und mit mir wirst du nicht glücklich sein es wird ein ewiges auf und ab bleiben genau wie zuvor langsam glaube ich dass alle beziehungen so sind sagte er erschöpft ich will dir nach wie vor nicht wehtun das kann ich nicht ertragen ich kann nicht vergessen was hugh darüber gesagt hat dass es dich vernichten würde und doch irgendetwas bringt uns immer wieder zusammen wie ich es dir gesagt habe es wird uns nie gelingen uns voneinander fernzuhalten ich verstand genau was er damit meinte doch ich sagte es nicht als ich mit ihr schluss gemacht habe dachte ich dass die kurze zeit des schmerzes die lange phase der stabilität wert sei aber ich habe mich geirrt jetzt haben wir schon wieder einen ganzen haufen probleme und maddie ist mittendrin ich bin bereit es noch einmal zu versuchen egal wie schwierig es sein mag du hast richtig gehandelt als du die sache zwischen uns beendet hast sagte ich barsch und ich bin nicht bereit dazu es noch einmal zu versuchen er starrte mich geschockt an meine worte waren allerdings eine lüge ein teil von mir wollte es immer noch versuchen wollte alles ertragen nur um mit ihm zusammen sein zu können doch ich konnte nicht aufhören an maddie zu denken konnte die qualen nicht vergessen die sie durchleiden würde es war wirklich blanke ironie beim letzten mal hatte er keine mühe gescheut um mich vorsätzlich zu verletzen weil er es für das beste hielt jetzt hatte ich das gleiche für die beiden ersparte ihr damit ein gebrochenes herz und ihm weiteren kummer mit mir wir stecken in einem endlosen teufelskreis das kannst du nicht so meinen ich weiß dass es nicht so ist seine mine war eine mischung aus skepsis und pein ich schüttelte meinen kopf doch das tue ich du und ich das ist eine katastrophe was wir beide in der stasis getan haben das war falsch es war schändlich unanständig wir haben jemanden hintergangen der uns beide liebt und uns nichts als das beste wünscht wie konnten wir das tun was für ein vorzeichen ist das für eine beziehung wie konnten wir erwarten auf solche schäbigen fundamente eine solide beziehung aufzubauen auf einem fundament aus lügen und verrat diese worte auszusprechen tat weh sie beschmutzten die schönheit unserer wenigen so wertvollen tage die uns geschenkt worden waren aber ich musste meinen standpunkt klar machen und selbst schwieg einen moment während er mich abschätzte du meinst es wirklich ernst ja ich war eine gute lügnerin so gut dass mir die person die mich am meisten liebte nicht auf die schliche kam geh zurück zu ihr setz und geh zurück und versöhn dich wieder mit ihr georgina ich konnte genau sehen wie es ihn traf das volle ausmaß des betruges an meddy wurde ihm klar es entsprach nicht seiner natur seine fehler zu ignorieren es war ein teil seines anständigen charakters seiner persönlichkeit die ihn dazu gebracht hatte zurückzugehen um dante zu retten und die ihn dazu bringen würde mich zu verlassen schon wieder zögerlich strickte er seine hand nach mir aus ich nahm sie und er zog mich an sich und umarmte mich ich werde dich immer lieben mein herz schienen tausend stücke zu zerbrechen wie oft fragte ich mich konnte ich diesen schmerz noch ertragen nein das wirst du nicht sagte ich das leben wird für dich weitergehen genau wie für mich kurz darauf ging setz ich starrte die tür an und spulte meine eigenen worte meinem kopf ab das leben wird für dich weitergehen genau wie für mich ich hatte das gefühl dass er trotz seiner liebe für mich und trotz seiner bereitschaft alles zu riskieren zu meddy zurückkehren würde und dass er meinen worten glauben geschenkt hatte ich hatte seine schuldgefühle heraufbeschworen und sie als triumphkarte gegen seine liebe für mich ausgespielt das leben wird für dich weitergehen genau wie für mich das unglückselige daran eine gute lügnerin zu sein war allerdings dass ich zwar die anderen dazu brachte meinen worten glauben zu schenken ich selber aber nicht an sie glaubte auch wenn ich mir ziemlich sicher gewesen war als ich selbst erzählt hatte dass dante mit größter wahrscheinlichkeit die stadt verlassen würde fuhr ich am nächsten tag trotzdem bei seinem laden vorbei sein geschäft hatte nie wirklich floriert doch jetzt sah es tatsächlich verlassen aus die neonschrift medium war verschwunden auch die fensterläden waren nicht mehr da und der innenraum war noch kahler als zuvor das zu vermieten schild an der tür war vermutlich das unverkennbarste zeichen dafür dass dante sich endgültig aus den staub gemacht hatte in anbetracht dessen was mit selbst gewesen war vieles schwer mir darüber klar zu werden was ich über die sache mit dante wirklich dachte mein herz brachte beinahe nicht die energie dazu auf er hatte mir etwas bedeutet und ganz sicher er hatte in meine dekadente phase gepasst und trotz seiner düsteren seele waren gewisse dinge an ihm lebenswert und darüber hinaus hat er es den anschein dass er trotz seines fehltrittes auch etwas für mich empfand ich hoffte dass ein neues leben anfangen würde wo auch immer er jetzt war vielleicht ein leben das ein wenig licht in seine seele bringen würde allerdings wusste ich recht genau dass sich menschen deren seele verdammt waren nur selten davon wieder erholten später an diesem abend fuhr ich nach capitol hill peter und cody gaben eine cocktail party zu ehren von jeromes rückkehr aber ich nahm er an dass sie ihren kummer über den verlust des sonnenlichts und alkohol ertränken wollten wie können wir denn jeromes rückkehr feiern wenn er selbst gar nicht hier ist wollte torny wissen sie war wieder die alte blonde amazone und hielt ihr martini glas bedenklich schief peter ließ es keine sekunde aus den augen aus höflichkeit nippte ich an meinem üppigen gimlet die vampire hatten keine kosten und mühen gescheut und grey goose und frische limonen besorgt aber in wahrheit hing mir der alkohol ein wenig zum halse raus mir kam es so vor als wäre ich in den letzten monaten durchgängig besoffen gewesen von zigaretten hatte ich zwar immer noch nicht genug aber ich bemühte mich sehr diese schlechte angewohnheit wieder loszuwerden jerome hatte im moment genug mit sich selbst zu tun sagte ich wir trinken einfach ihm zu ehren aber er bleibt stimmt fragte cody jawohl er und may haben den typen von der firma ganz schön honig um den bart geschmiert und einige leute haben ihn auch noch einen gefallen geschuldet und sie unterstützt cedric und nanette haben beide stein und bein geschworen dass kein anderer als er besser in der lage dazu wäre seattle zu leiten nanette hat endlich klein bei gegeben was ich schwenkte die eiswürfel in meinem glas allerdings hat sie jetzt die gewissheit dass sie bei jerome etwas gut hat und dadurch fühlt sie sich in ihrem eigenen gebiet bestimmt etwas sicherer cody schüttelte seinen kopf trotzdem um das alles durchzuziehen hat grace schon ziemlich viel auf sich genommen die ganze sache mit den kanadiern und alle ihre zwielichtigen machenschaften und tante er sah mich bedauernd an doch ich winkte ab ich weiß nicht sagte peter er schien nun doch überzeugt zu sein dass tawny seine polstermöbel nicht ruinieren wollte sie ist ein dämon aus dem mittleren management und ihre kräfte sind so lala das was sie getan hat zuzuschlagen als sie jerome für geschwächt hielt war wahrscheinlich ihre einzige chance darauf ein gebiet wie dieses zu beherrschen was willst du denn damit sagen wäre sie denn sonst nie weiter gekommen hätte sie nie ihren eigenen bezirk bekommen fragte tony nachdenklich irgendwann wäre ihr wahrscheinlich eine nichtige stadt in mittelamerika zugeteilt worden aber zweifellos nicht viel mehr hugh sah immer noch verdächtig nachdenklich aus doch das wollte sie eindeutig nicht und so wie es aussieht kommt es auch für may nicht in frage so viel zu lieber in der hölle regieren als im himmel dienen sagte ich und freute mich über meine geistreiche bemerkung ich glaube allerdings dass wir mit may und ihrer karriere noch einiges erleben werden ihre macht ist vielleicht nur mittelprächtig aber sie hat einen plan ist euch aufgefallen dass sie alleine viel weniger furchteinflößend ist fragte cody es lag an den übereinstimmenden in outfits sagte peter weise wenn sie sich gleich angezogen haben dann sahen sie unheimlich nach diesen mädels in shining aus darauf folgte noch mehr gelächter und die unterhaltung spann sich fort doch ich wurde irgendwann ganz still und hörte nur noch zu wie es selbst gesagt hatte war ich eigentlich ziemlich gut darin bei einer party im mittelpunkt zu stehen doch diese gruppe kam auch ohne mich zurecht dass ich wieder mit ihnen zusammen war und unsere leben wieder zur normalität zurückgekehrt waren erfüllte mich mit einer gewissen zufriedenheit so wie es war war es gut wenn ich schon nie wieder menschlich werden könnte dann wollte ich die verdammnis nur mit diesen leuten verbringen irgendwann stand ich auf um mein leeres glas mit wasser zu füllen und stellte fest dass hugh mir in die küche gefolgt war er sah noch immer bedrückt aus die anderen lachten und schwatzten und bekamen nichts von unserer unterhaltung mit was ist los fragte ich ich hätte gedacht dass du jetzt glücklich bist bin ich bin ich sagte er glaub mir das bin ich wirklich mein gott das war ein elend ich konnte mir ein lächeln nicht verkneifen hugh ging in seiner stellung als geringerer und sterblicher völlig auf im gegensatz zu cody und tony hatte er den anfänger status schon hinter sich gelassen und konnte nun die vorteile die seine position mit sich brachte voll ausschöpfen und er war auch noch nicht alt genug um wie peter und ich von den jahrhunderten abgestumpft worden zu sein zweifellos hatte er von uns allen am meisten gelitten er zauderte und wieder fiel mir auf wie uncharakteristisch er sich benahm georgina hat kürzlich etwas etwas schlimmes angestellt eine bank ausgeraubt bei der steuererklärung betrogen selbstverständlich selbstverständlich nicht sagte ich und war noch verwirrter als zuvor hat er oder hat er etwas schlimmes mit dir angestellt zu meinem leidwesen errötete ich man sollte meinen dass einem sukobus nichts peinlich sein würde doch ich versuchte schon mein privates liebesleben vom beruflichen zu trennen mein schweigen reichte hugh als antwort scheiße was denn fragte ich wir haben es getan als ich in stasis war ich hatte keine energie von ihm aufgenommen ich habe sein leben nicht verkürzt und seit jerome zurück ist haben wir es nicht mehr gemacht es ist vorbei er ist wieder mit meddy zusammen hugh zog die augenbrauen hoch aha ja mir wurde klar wie unmöglich das mit uns war und ich habe ihn überzeugt zu ihr zurückzukehren ich habe ihm wirklich schuldgefühle eingeredet nur über das zu reden was passiert war riss wieder die alten wunden auf da bin ich mir sicher sagte ju trocken was meinst du damit georgina seufzte er ich weiß nicht wie ich es dir sagen soll als ich setz kennengelernt hatte war seine seele wie wie eine supernova sie brachte den raum um ihn herum zum strahlen er hatte ein derart großherziges gemüt dass es kaum zu glauben war hatte und jetzt die antwort starr sich an mich heran jetzt liegt ein schatten auf ihm ein makel auf seiner seele er hat meddy mit dir betrogen und jetzt ist er wieder mit ihr zusammen und behält es für sich das zimmer begann sich um mich zu drehen und ich konzentrierte mich angestrengt auf ju wir haben nichts anrückiges getan wir sind waren verliebt es war wunderschön es hat etwas bedeutet vielleicht schon meine süße als euch geliebt habt sind von mir aus sterne vom himmel gefallen aber ungeachtet dessen was zwischen euch war hat er ihr unrecht angetan und das spürt er jetzt diese sünde verdunkelt seine seele wie dunkel fragte ich und meine stimme war jetzt beinahe nur noch ein wispern wenn ihn genau jetzt ein auto überfahren würde josmine war gleichzeitig hart und traurig er würde direkt zur hölle fahren oh mein gott ich ließ mich gegen die küchentheke fallen ich dachte nicht mir war nicht klar weil ich kein sukobus mehr gewesen war hatte ich auch nicht wie einer gedacht ich hatte keine angst gehabt dass ich sein leben verkürzen oder ihm seiner kräfte berauben könnte dann das musste ich auch nicht zwar war mir bewusst gewesen dass für beide meli hinter ging und ich hatte mich deswegen auch angemessen schuldig gefühlt doch ich hatte es nie im hinblick auf eine mögliche verdammnis beurteilt diesen teil meines lebens in dem ich ein sukobus war der auf seelen spekulierte und mit ihnen kalkulierte hatte ich ausgeblendet das war dumm von mir gewesen die menschen brauchten uns zum sündigen nicht das taten sie ständig in eigenregie und sie waren genauso gut darin wenn nicht sogar besser wie wir ich musste kein sukobus sein um setz zu einer sünde zu verführen ich hätte eine beliebige frau sein können einfach eine frau mit der eine affäre einging und die sünde war eine subjektive sache die jeder anders empfand bei jedem wie setz hinterließen unsere taten einen tiefen makel und dass ich ihm zu allem überfluss deswegen auch noch schuldgefühle eingeredet hatte war auch nicht hilfreich gewesen das ist schlimm sagte ich ich lachte doch es war ein hysterisches lachen dass ich jeden augenblick in einem weinkrampf verwandeln konnte wir hätten besser miteinander geschlafen als wir noch zusammen waren ich hätte ihm jahre seines lebens genommen doch seine seele wäre rein geblieben und darum ging es letzten endes stattdessen habe ich unnachgiebig auf meiner weigerung bestanden und jetzt seh uns an sie dir an was ich angerichtet habe hugh ergriff meine hand und rückte sie es tut mir leid gibt es gibt es eine chance es wieder rückgängig zu machen du kennst die antwort darauf genauso gut wie ich bestimmt kann er irgendwann das rudder wieder herumreißen aber es ist schwierig und sehr schwierig er ist ein guter mensch sagte ich tapfer vielleicht schon aber es könnte sein dass es nicht mehr genügt er müsste einen packt mit gott schließen murmelte ich ich starrte zu boden und betrachtete geistesabwesen die fließen was hatte ich getan wie hatte ich so blöde sein können war ich vor liebe und verlangen so geblendet gewesen dass ich die prinzipien denen ich mich während all der jahrhunderte meiner unsterblichen berufung verschrieben hatte völlig vergessen hatte georgina sagte hugh zögerlich ich sah ihn an da ist noch etwas ich will dich nur vorwarnen du weißt es genauso gut wie ich wenn aufrechte menschen dermaßen mist bauen dann versuchen sie auf ihre art wieder auf die füße zu kommen die schuld muss ihn auffressen solche menschen versuchen es wieder gut zu machen sie tun unbesonnene dinge irgendetwas sagt mir dass es bei ihm auch so sein wird danke für die warnung sagte ich auch wenn ich mir nicht vorstellen kann dass er etwas tun könnte das alles noch schlimmer machen könnte der kobold sah mich scharf an süße er ist ein mensch und das schätze ihn nicht hugh behielt recht am nächsten tag fuhr ich zum büro des bauunternehmers und unterhielt mich eingehend mit dem makler der für die verkäufe zuständig war wir plauschten eine weile und es wurden auch einige zahlen genannt noch ich wurde das gefühl nicht los dass ich mich auf etwas einließ ohne es ausreichend durchdacht zu haben die bilder waren schön die raumaufteilung war schön und die auswahlmöglichkeiten waren auch schön aber ich war mir trotzdem nicht sicher ob es sich nicht doch nur um eine kurzschlussreaktion auf das auf und ab in meinem leben handelte doch dann als er mich zum gebäude selbst brachte und mir den balkon zeigte wusste ich es es war ein wunderschöner tag zwar noch nicht richtig sommerlich aber ein tag der uns hoffnung machte dass der winter jetzt endlich bald vorbei sein würde der patsche sound war tief blau und vor dem wolkenlosen himmel glänzte die skyline der innenstadt in der sonne im westen konnte man nach über einem monat wieder die olympic mountains sehen deren gipfel noch mit schnee bedeckt waren wie es häufig bei solchem wetter passierte strömten die menschen in scharen ins freie und benahmen sich als wäre es hochsommer man sah familien und die ersten shorts in diesem teil von elgi gab es keinen richtigen strand er lag in einem park etwas weiter unten doch das wasser war trotzdem nur einen steinwurf von meinem haus entfernt lediglich eine kleine straße und ein kleiner grasstreifen lagen dazwischen ich beobachtete wie sich die wellen an der küste brachen und begriff dass das der richtige ort für mich war ich möchte ein gebot abgeben sagte ich zu ihm mir war klar dass maddie es sicher wissen wollte und als ich am abend wieder in queen anne war sorgte ich dafür dass sie die erste war die es erfuhr es war noch früh am abend und mein letzter tag bevor ich wieder in vollzeit arbeiten würde ich schaute beim laden vorbei um sie abzufangen und es ihr zu erzählen nur dass sie mich zuerst ausfindig machte und selbst wichtige neuigkeiten zu verkünden hatte georgina ich hatte kaum den laden betreten als sie mich am arm packte und mich zu den kochbüchern zehrte hey sagte ich lachend schön dass du so gut drauf bist ich habe neuigkeiten für dich ich auch sie streite über das ganze gesicht und nach all dem was vorgefallen war machte es mich glücklich sie so zu sehen ich musste ebenfalls grinsen was gibt es denn sie sah sich verschwörerisch um und senkte ihre stimme du hattest recht womit das selbst zeit brauchte damit dass ihn irgendwas beschäftigt hat oh himmel jetzt wo es zwischen uns aus war hatte er endlich wieder mit ihr geschlafen ich konnte nicht behaupten dass ich mich darüber freute diese nachrichten zu hören aber ich freute mich zumindest für sie dass sie sich keine sorgen mehr zu machen brauchte wow das ist toll man er hat darauf gewartet mir einen antrag zu machen sie riss ihre hand so schnell in richtung meines gesichtes hoch dass ich für eine halbe sekunde dachte dass sie mich ohrfeigen würde aber nein kein schlag kam es sei denn man ließ das blendende glitzern des verlobungs ringes in meinen augen auch gelten mein gott aber so schnell ich weiß sagte sie atemlos vor freude ich kann es gar nicht glauben und also ich meine wir sind seit etwa vier monaten zusammen aber und setz sagt dass wir ruhig eine lange verlobungszeit einplan können er wollte eine verbindlichkeit zwischen uns natürlich wollte er das wenn aufrechte menschen dermaßen mist bauen dann versuchen sie auf ihre art wieder auf die füße zu kommen die schuld muss den aufressen solche menschen versuchen es wieder gut zu machen sie tun unbesonnene dinge wie konnte mich das überraschen ich war ein sukobus geworden weil ich meine mann betrogen hatte und dabei erwischt worden war ich hatte meine seele dafür verkauft die erinnerung an diesen akt aus zu löschen und ihn und alle menschen die ich kannte mich vergessen zu machen inwiefern unterschied sich das von dem hier du denkst doch nicht meddy wurde wieder unsicher und suchte erneut meine zustimmung und einen rat du denkst doch nicht dass es zu schnell geht oder habe ich einen fehler gemacht ich meine auch wenn wir noch eine weile mit der hochzeit warten ich lächelte weiter es ist in ordnung meddy es gibt keinen festgeschriebenen zeitpunkt an den man sich halten muss und wenn es sich richtig anfühlt dann musst du es auch tun ihr grinsen erstrahlte wieder ich danke dir ich bin so froh dass du das sagst ich meine ich habe ja gesagt und ich war auch aufgeregt und so ich wollte nur nicht dass es so wirkt als würde ich die dinge überstürzen sie senkte wieder den blick und bewunderte ihren ring mir fiel etwas auf das ist ein diamant sie sah mich eigentümlich an und selbstverständlich warum sollte es keiner sein die meisten verlobungsringe haben ein letztes jahr hatte ich selbst damit aufgezogen dass wir heiraten könnten und er hatte gesagt wenn er jemals heiraten würde dass er seiner zukünftigen braut einen rubin schenken würde denn er fand diamanten gewöhnlich und zu heiraten war etwas besonderes ich stierte auf die glitzernden facetten des steines und war verwirrt hast du ihn ausgesucht hast du ihm gesagt dass du einen diamanten möchtest nein das thema kam nie zur sprache er hat ihn einfach für mich besorgt warum ich schüttelte den kopf und versuchte ihr zuliebe erfreut auszusehen es gibt keinen bestimmten grund er ist wunderschön ich gratuliere dir ich wandte mich zum gehen wir sehen uns denn morgen georgina warte ich blieb stehen und sah zurück was waren denn deine neuigkeiten was ja ich kaufe die wohnung in elki ernsthaft ich schwöre sie schien das noch aufregender als ihre verlobung zu finden wann wird sie fertig im juli oh wow das ist toll du kannst dort tolle sommerfeste veranstalten ja hoffen wir dass sie rechtzeitig fertig wird und sie seufzte glücklich und rückte mich kurz ist das nicht ein wunderbarer tag gute nachrichten für uns beide ja stimmt ich ihr zu wunderbar ich ging nach hause zu betäubt von den neuigkeiten über die verlobung um sie wirklich begreifen zu können angesichts hughes vorhersage gab es auch nicht viel zu begreifen ich hatte es selbst davon überzeugt dass unser zusammensein nur eine traumvorstellung war und dass er sich wieder der realität stellen und erkennen sollte was an maddie hatte selbst hatte mir geglaubt und versucht es ihr gegenüber wieder gut zu machen und sogar ihm selbst gegenüber mit seiner überstürzten verlobung normalerweise handelte er nicht so tollkühn doch die extremen umstände hatten ihn dazu gebracht als ich einen halben block vom laden entfernt war klingelte mein telefon inzwischen konnte ich die vorwahl von bankover identifizieren doch die nummer erkannte ich nicht es konnte durchaus sein dass even mir den auftrag geben würde für ihn spraydosen über die grenze zu schmuggeln zu meiner erleichterung war es aber christin am anderen ende hey sagte ich wie geht's gut naja besser als gut eigentlich super es folgten einige sekunden unsicheren schweigens ich und cedric wir der erste funke von begeisterung seit langer zeit klommen mir auf wirklich ihr beide habt etwas ja ihre stimme klang verwundert als könnte sie es selbst nicht fassen er hat mir erzählt dass du diejenige warst die ihn ermuntert hat mit mir auszugehen oh also ich habe nur angedeutet dass er am falschen ort sucht jordgina ich kann dir dafür gar nicht genug danken ihre stimme floss über vor emotionen was ich bei einem so geschäftsmäßigen dämon wie ihr nie für möglich gehalten hätte das ist ich habe mich schon so lange danach gesehnt ich liebe ihn schon seit so langer zeit und er hat mich nie wahrgenommen bis zu dem zeitpunkt als du ihn dazu gebracht hast ihn dazu eingehalten und einmal hinzusehen genau so hat er es mir auch erzählt dass er immer so damit beschäftigt war allen anderen hinterher zu jagen dass er niemals erkannt hatte was er direkt vor seiner nase hatte ich hatte das gefühl dass sie mich mit ihrer überschwänglichkeit ansteckte ich freue mich für dich christin wirklich du hast es verdient sie lachte die meisten würden wohl eher sagen dass wir verdammte seelen nichts derartiges verdient haben wir sind wie alle anderen wir verdienen gutes und schlechtes ich glaube nicht dass die verdammnis etwas damit zu tun hat sie schwieg einen moment und als sie widersprach war ihre stimme leise kaum hörbar ich wurde sogar langsamer und trat in eine seitenstraße um vor dem verkehrslärm weg zu kommen komisch dass du das sagst sagte sie langsam denn naja ich habe etwas für dich getan vor meinem auge erschien ein päckchen mit donuts vom hortens auf meiner türschwelle na das ist doch nicht nötig ich habe gar nicht so viel getan doch das hast du für mich zumindest also ich wollte etwas für dich tun das mindestens genauso bedeutsam ist ich habe mir deinen vertrag angesehen ich schnappte nach kluft wie bitte wir hatten einen haufen papier kram der eingeordnet werden musste und ich hatte es geschafft einen betriebsausflug einzubauen betriebsausflug war eine nette formulierung dafür dass sie in den inneren abteilung der hölle gewesen war kristen wenn du erwischt worden wärst wurde ich aber nicht sagte sie stolz und ich habe deinen vertrag gefunden und ihn gelesen inzwischen war ich stehen geblieben ich nahm die welt um mich herum nicht mehr wahr und und nichts was meinst du mit nichts ich meine damit dass nichts an dem vertrag auszusetzen ist ich habe ihn wieder und wieder durchgelesen alles ist in ordnung das kann nicht sein nie von hat sich derart angestrengt sich mit mir anzulegen damit ich wieder zurückgerufen würde ju war sich sicher dass er damit versucht hat vor dem vertrag abzulenken davon weiß ich nichts sagte kristen und sie klang wirklich mitfühlend ich weiß nur was ich gelesen habe du hast deine seele verkauft und dich zur standart sukobus knechtschap verpflichtet als gegenleistung dafür dass alle sterblichen die du bekannt hast vergessen wer du bist hört sich das richtig an schon das stand da alles war genauso wie es sein sollte mir mir fiel keine antwort darauf ein und so erwiderte ich auch nichts georgina bist du noch da ja tut mir leid ich dachte nur ich war mir so sicher zu hoffen dass es irgendwo ein schlupfloch für mich geben könnte war idiotisch gewesen irgendwie fiel ich immer wieder auf solche dinge herein auch schon auf nix traum und die unmögliche chance während der stase schwanger werden zu können ich war genauso naiv wie dante behauptet hatte danke ich weiß es wirklich zu schätzen dass du nachgesehen hast tut mir leid dass es nicht das gebracht hat was du wolltest wenn ich noch irgendetwas für dich tun kann das nicht erfordert dass ich in das archiv einbreche dann lass es mich wissen danke das werde ich wir legten auf und ich starrte trübsinnig meine umgebung und den ruhigen wohnblock an in dem ich abgebogen war es ist absolut unmöglich sagte ich laut dass dieser tag noch schlimmer werden kann ein ein rascheln hinter mir ließ mich zusammenfahren und ich wirbelte herum ich hatte angenommen dass ich alleine war und kam jetzt wie ein vollidiot vor dass ich bei meinem selbst gespräch erwischt worden war doch ich sah niemanden dann bewegte sich ein busch neben dem gehsteig ein wenig und ich ging ein paar schritte darauf zu und knete mich hin gelbe augen blickten mich prüfend an gefolgt von einem herzzerreißenden miauen ich machte das schnalzende geräusch das alle katzenbesitzer kennen und einen augenblick später kam mein beobachter hervor es war eine katze eine recht zottelige katze und ich war mir ziemlich sicher dass ich sie zuvor schon einmal gesehen hatte sie war kleiner als aubrey eventuell auch jünger und ich konnte sehen wie ihre rippen unter dem matten schmutzigen fell hervorstachen als ich der katze den kopf tätschelte bemerkte ich dass ihr fell sich trocken anfühlte was häufig ein ein zeichen für flöhe war die katze wusste nicht recht wie sie sich von mir verhalten sollte doch sie lief auch nicht davon sie schien hauptsächlich neugierig zu sein so als wollte sie mich abschätzen oder futterer betteln das war gut so denn ich versuchte ebenfalls sie einzuschätzen diese katze hatte eindeutig keinen besitzer und falls es doch einen gab dann sollte man ihm das hier wegnehmen ich betrachtete ihre augen und jede zerbrechliche linie an ihrem körper die katze sah so anders aus und doch ich war mir sicher dass sie es war und aus einer eingebung heraus die karte alle ehre gemacht hätte fragte ich mich ob das universum vielleicht doch noch nicht mit mir fertig war ich ließ die katze noch ein wenig an meiner hand schniffeln und griff dann nach ihr um sie hochzuheben sie war wirklich eine sie und sie wehrte sich nicht als ich sie an meine brust drückte und nach hause ging sie begann sogar zu schnurren vielleicht kannte sie mich vielleicht war sie auch einfach des ewigen kampfes müde als ich meine tür mit der schulter aufstieß schoss aubrey sofort aus ihrem nickerchen hoch und hob den kopf sie gab keinen ton von sich doch sie sträubte das rücken fell als sie unseren neuen gast mit zusammengekniffenen augen musterte roman der wie gewöhnlich auf der couch lag musterte uns ebenfalls er blickte die katze an und sah ihr orange braun geflecktes fell dann sah er auf und unsere blicke trafen sich ich war mir nicht sicher was er sah jedenfalls brachte es ihn zum lächeln lass mich raten das ist eine schildpat katze ja stimmte ich zu das ist eine schildi schilder 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 schilder